Okay, schön. Okay, let's go, Jet. Das ist der Plan. Kolonisten sind in der Base eingesperrt. Draußen alles voller Zombies. Wir warten, bis der Rauch weg ist. Bauen uns neu in den Bereich rein. Ich habe gar nicht mehr so viel Holz. Ich habe aber sehr viel Stahl. Ich benutze einfach der Stahl und baue neue Möbel. Reiße die alten Möbel ab, um der Kontamination so ein bisschen zu entfliehen. Damit sie nie so ausbreitet. Junge, das ist echt nicht so einfach. Okay, let's go. Zwei Jahre hänge ich jetzt schon hier und noch keine Sekunde bereut. Bound Day, danke dir für die zwei Jahre. What up, what up? Hello, hello. Okay, Jet, let's go. Limes ist langweilig. Ja, gut, da soll doch gerade nichts tun. Die beiden researchen. Wir brauchen auch noch irgendwie sowas wie ein Krankenhaus für Katze. Damit wir das Kind auf die Welt bringen. Und das Kind uns da nicht stirbt. Oh Mann, das wird auch schwer. Ich glaube an dich, aber die Quote. Ja, es kann ganz schnell auch enden, muss ich sagen. Also vor allem so Mac Breach Rates würden wahrscheinlich uns töten jetzt gerade. Wir können da nichts gegen machen. Also wenn ihr zum Mac Breach Rates kommt, ist der Runover. Oh, es wäre zu schade, wenn er jetzt genau endet, weil wir sind kurz davor, endlich in den Berg zu gehen. Sprit könnte man herstellen. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Der geht noch hoch. Wobei, ein bisschen Sprit brauchen wir. Wir brauchen ein bisschen Sprit. Ja, vielleicht mache ich ein bisschen Sprit. Weil ich will ja eigentlich mit dem Sprit meine Generatoren betreiben. Stallbetten haben genauso einen Erholungswert wie Holz. Die Frage ist, wo ich mein Kraftwerk hinbaue. Na komm, vielleicht erlaube ich dir das sogar mal kurz. Dann baue ich das mal schnell zu. Okay. Wer hat denn das Feuer machen können mit Molotov-Cocktails? Walco, das war... Genau, vorgestern haben wir es gemacht. Vorgestern im Rimbled-Stream haben wir das abgebrannt. Molotov-Cocktails. Wir hatten Holz ausgebaut und hatten Molotov-Cocktails reingeworfen. Also eigentlich ziemlich simpel. So, dann machen wir jetzt immer ein bisschen Fuel. Na komm, dann machen wir mal Camp Fuel. Und dann müssen wir es aber gleich so lagern, dass uns das nicht alles um Ohren fliegt. Sonst haben wir gleich hier wieder ein Ups hier. Wir wollen kein Ups hier. Genau, gestern hat Project Zornboid und vorgestern. Vorgestern, kurz vor Streamende. Das war das Letzte, was wir gemacht haben. Molotov reingeworfen. Hast du mit Zäunen gebaut? Ich hatte überall Zäune, außer hier unten. Hier unten habe ich Barrikaden gemacht, damit sie länger brennen. Und dann war der Raum so warm, dass alle Zäune sich entfacht haben. Kann man einmal Stoß lüften? Ich glaube nicht. Wenn ich einfach Stoß zu lüften, habe ich überall die Probleme. Deswegen sitzen wir das einfach aus, bis der schwarze Rauch sich verzogen hat. Und dann, hier liegt so viel Asche. Guckt mal, das ist alles maximal dreckig. Das wird eine Million Jahre dauern, das zu putzen. Oh Gott, jetzt hätte ich gerne einen Staubsaugeroboter. Die Base sieht so cool aus. Nein, wir sind ja nicht mal drin. Aktuell ist das unsere Base. Einfach ein Haufen Scheiße. Aber wenn wir dann in den geilen Berg reingehen, wird das eine richtig geile Base gegen die Zombies. Aber es wird hart. Warum das? Wir mussten die Kontamination beseitigen. Hier war alles voll kontaminiert. Und nur durch Feuer kann man die Kontamination am Ende komplett vernichten. Deswegen mussten wir alles anzünden. Ludigold, danke dir für die 21. Warum die arbeiten? Weil wir in den Berg wollen. Wir wollen deine Base bauen, damit wir sicher sind. Und deswegen... Deswegen mussten wir dagegen vorgehen. Wir haben hier oben ein bisschen Kontaminationen aus dem Berg rausgetragen. Jetzt haben wir hier Kontaminationen. Aber wir werden das irgendwie schon hinbekommen. So, Katze ist jetzt im zweiten Trimester schwanger. Wir brauchen auf jeden Fall gleich irgendwie für Katze mal... Wir brauchen für Katze gleich mal ein vernünftiges Krankenhaus. Was wir jetzt bräuchten, ist auch hier... Wir müssen den Boden hierbei glätten. Wir müssen die Wände dringend bauen. Oh, wir müssen so viel machen. Oh mein Gott. Und ich hoffe, dass keine Insekten jetzt kommen. Wir haben auch keine richtige Rüstung. Also, Chat, das ist alles gerade... Er steht auf der Kippe. Er steht auf der Kippe. So. Oh, zweites Trimester. Also, kann ich über Pilze gehen? Müssen wir mal probieren. So, Fuel wird hergestellt. Ich darf auch nicht zu viel Fuel hier lagern. Ich meine, ich brauche das. Ich werde gleich Richtung Camp Fuel gehen. Und die beiden Generatoren hier reiße ich auch ab. Wenn du die Sachen in die Base trägst, können die Kontaminationen nicht wieder... Im Berg doch, zum Teil schon. Aber erstmal nicht so gravierend stark. Und das ist okay. Ich meine, hier ist auch die Kontamination recht stark. Aber wir werden es... Ich weiß noch nicht genau, wie ich das wegbekomme. Ich werde es vielleicht mit Molotov-Cocktails probieren. Gleich. Ich werde hier alles schnell raustragen. Und dann werde ich probieren, das mit Molotov-Cocktails wegzubekommen. Aber ich weiß noch nicht genau, wie. Ich habe noch keine Idee. Wir müssen die Kontamination von Punkt zu Punkt irgendwie so ein bisschen dezimieren. Aber ich werde schon mal die neue Möbel... Also, ich werde die alte Möbel abreißen. Denn das Bett hat zum Beispiel starke Kontaminationen. Bronson, danke dir für die 19. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wird wahrscheinlich vorne nochmal abfackeln müssen. Gibt es eigentlich Rüstungen, die besser für Nahkämpfer sind, als für Fernkämpfer? Shield-Belts. Heißt, ich konnte mit der Zirkum lassen, wer zurück? Solange du keiner drin läuft, nicht. Die kommt nicht zurück. Die kommt erst, wenn du die wieder hinschleppst. Ich glaube, die können wir langfristig beseitigen. Das kriegen wir schnell hin. Die geht auch ein bisschen von alleine zurück. Abbau und Aufbau. Ich glaube, das bleibt. Das ist ein Gegenstand, der Kontamination hat. Aber wir können es ja machen. Da. Ist sogar mehr geworden. Abgebaut hat es mehr, als wenn es liegt. Also müssen wir schon die Eitems neu machen. So, wie viel haben wir noch Rauch? 270. Guck mal, wir hatten über 1000. Was hat sich daraus so weit gelegt? Ich meine, ich könnte schon jemanden mit einer Gasmaske reinschicken. Wir haben eine Gasmaske. Aber ich glaube, ich warte einfach. Da kann ich alle reinlassen. Smith, danke dir für die 32. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Hallo, hallo. Okay. Ich würde jetzt gerne mal meine Homezone kontrollieren. Okay, die reicht bis dahin. Boah, es wird so eine geile Base, auch mit Fahrzeugen. Ich habe so Bock, die Fahrzeuge zu bauen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich hätte so Lust auf ein Fahrzeug. Da kann man richtig keine Karawanen machen. Aber ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, Chat. Ich habe ein bisschen Schiss davor, dass da gleich ein großer Raid kommt oder Insekten kommen. Direct Attack of Zombies. Okay. Sind hier irgendwelche gefährlichen Special Zombies? Seht ihr irgendwas blinken? Seht ihr irgendwas Geräusche machen? Fahrzeuge in Rimwood? Ja, wir spielen mit der Vanilla Expanded Vehicles. Wir können Fahrzeuge bauen. Wir können am Ende sogar Hubschrauber bauen und sowas. Und Flugzeuge. Und dann können wir auf der Weltkarte unterwegs sein. Das wird richtig nice so. Aber wir haben bisher noch gar nichts. Wir haben nicht mal ein Fahrrad. Big Deep und Limes wieder am Versöhn. Ich glaube, das war... Ne, Limes und Katze Berlin war es. Aber wie sieht es generell sozial hier gerade aus? Katze Berlin und ihr Ex-Lover Limes, die sind okay miteinander. Die sind zum guten Auseinander gegangen. Matt hat eine gute Freundschaft zu Limes und eine gute Freundschaft zu Big Deep, weil gut ist sie nicht. Das ist eine Freundschaft. Okay. Irgendwie... Ach so, in diesem Revain. Nimm dir... Lieber ist es der Rivale. Big Deep hat einfach mit allen gute Beziehungen. Sogar mit seinem toten Vater. Kannst du ja erst einen in den Vorraum tragen und dann von da aus alles rein tragen und aufbauen. Verschleppst du nicht die große Mengen Kontamination? Ja, aber dann ist halt im Vorraum die Kontamination. So, ich glaube, das machen wir... 222. Kann ich meine neuen Porns zu meiner Ideology konvertieren und sie anzusperren? Ja, das geht, weil, Halla, wenn du einen Priester hast. Aber drei Kornisten kannst du einen Priester haben. Dann kannst du mit ihm hier konvertieren machen. Und du kannst ein Ritual machen. Ein Konvertierungs-Conversion-Ritual. Wo du die Leute konvertieren kannst. Die beiden Sachen. Oder sperrst du halt ein. Wirst du irgendwann eine konvertiert? Ich bin dabei. Aber ich habe gerade Cooldown auch bei Katze auf Convert. Wir sind gerade dabei, beglebt zu konvertieren. Wir machen das nämlich. Genau das machen wir gerade. So, Kunst haben wir jetzt auch fertiggestellt. Die kommen da auch gleich rein. Scheiße, die sind schon ein bisschen kontaminiert, die Kunst. Weil Dilliga ist zum Beispiel 22 in deinem Vorraum. Na, ich baue die Sachen einfach komplett neu hier drin auf. Dann haben sie ja gar keine Kontamination. Oh! The wise ruler, Crystal Isard, ist gestorben von den anderen. Und hier ist ein Wortböse. Okay, nichts Schlimmes passiert. Thorsti, hi. Gut zerschrocken. Ja, Berg wurde abgefackelt. Ich kriege keine Kanalpunkte oder seit 180 Tagen. Nicht mehr von doof, kann ich mal wetten. Kann das sein, dass du irgendwo in Belgien oder so lebst, wo die Kanalpunkte verboten sind? Sonst solltest du die ganz normal bekommen. Und hallo, heikon, mein Moin. So, Gunpowder haben wir erforscht, weil wir waren ja gerade auf dem Weg zur Munition. Wir haben jetzt Gunpowder. Dann gehen wir jetzt auf Gunsmithing. Und dann gehen wir, dann bauen wir eine Loading Bench. Dann probieren wir Munition zu machen. Wir brauchen APH Air. Wer ist in Deutschland? Sollst du eigentlich nochmal Kanalpunkte bekommen? Dann kann ich dir nicht erklären, warum das nicht geht. Generell sollte das ohne Probleme klappen. Die sind irgendwo verboten. Es gibt Länder, die verbieten Glücksspiel. Und da zählt das unter Glücksspiel. Das Kanalpunkte-System. Du trägst aber aus einem Raum mit um die 22% Konvention. Deine Klonisten haben umso mehr an den Schuhen. Und wenn das alles zweistufig rumträgt, verschleppst du weit weniger. Ja, aber meine Klonisten müssen ja so oder so da drin später leben. Die müssen ja so oder so gleich drin arbeiten. Und die Wände aufbauen und alles glätten und alles sauber machen. Die sind ja eh schon da. Deswegen. Ich weiß, Tondi, bisher nur von dem Wegbrennen. Ein bisschen Kontamination wird immer bleiben. Aber das Wichtige ist, dass wir die 100%ige weggekriegt haben. Ich glaube, das ist so jetzt okay. Ich glaube, das wird schon passen. Wir müssen nochmal schnell mal klarkommen. Wie viel haben wir hier noch an Rauch? 160. Okay. Okay, es geht jetzt ein bisschen langsamer runter. Aber es wird schon passen. Oder ich schicke halt wirklich jemanden mit einer Gasmaske schon mal rein. Aber jetzt aufräumen macht eigentlich noch gar keinen Sinn. Weil was soll ich denn aufräumen? Es wird ja eher so oder so. Es wird ja eher so oder so wieder durch den Rauch dreckig. Das wäre geil, wenn Brains das bedacht hat. Ich würde es mega cool finden, wenn du in der Dusche die Kontamination deines Kolonistens wegbekommen würdest. Weil da könnte man so wirklich so einen Bereich machen, so Dekontaminationsbereich, wo du reinläufst, wo dann wirklich eine Dusche steht. Du duschst und dann weiter reingehst. Das will ich schon feiern. Manhunterpack. Okay, das ist vollkommen in Ordnung. Die Riesenfaultiere kämpfen gegen Zombies und lass mich in Ruhe. Wo kommt die Kontamination her? Das kommt aus der Zombieland-Mod. In den Bergen ist Kontamination. Ja, wir müssen erstmal gleich die Wände ziehen. Wenn wir gleich hier öffnen können, dann geht das auch schnell. Wir warten nochmal kurz. Da rauchen wir es jetzt mal 130. Aber ja, wir müssen zwischendurch uns überlegen, ob wir es irgendwie ausbrennen. Diese Kontamination macht mich fertig. Ist auch so schon mega schwer. Ganz schön dreckig überall auf der Map. Ganz schön viele Tiere. Was macht unser Kühlschrank? Geht sogar halbwegs. Wir können bald wieder vielleicht ein bisschen angeln. Wenn wir zombiefreie Zeit haben, in zwei Tagen, dann holen wir einfach nur Essen rein. Einmal kurz. Ne, wissen wir noch nicht, Jimpanse. Werden wir raus will mit einem Gefangenen später. Oder willst du das nicht? Ich möchte keine Spoiler haben. Ich möchte einfach keine Spoiler haben. Ich möchte das selber rausfinden. Ich möchte nicht, dass mir gesagt wird, was möglich wäre. Ich will es selbst rausfinden. Das interessiert mich nicht. Welche anderen Möglichkeiten es gibt oder sowas. Das ist etwas, das finden wir selber raus. So. Gleich ist soweit. Nur noch 100. War ja was über 1000. Ihr seht schon, der schwarze Rauch hat sich schon zum Großteil gelegt. Rego, hallo, mein Moin. Was hat ein Big Deep so schlechte Laune? Serious Pain. Ah, der hat die Muscle Parasites. Und der ist Entombed Underground. Ich gehe mal kurz mit dir mal raus. Sollte hier weggehen, oder? Ja, hier geht's weg. Bethany Girl, danke dir für die 14 Monate. Vielen, vielen lieben Dank für den Support. So. Cabin Fever. Trapped Indoors. Wie lange das brauchen, um wegzugehen? Oh, Tantrum. Okay, das ist in Ordnung. Tantrum ist nicht so schlimm, der haut auf. Oh Gott! Oh, bitte. Oh, nicht aufs Fuel. Okay. Okay. Oh, ich habe kurze Angst, glaube ich, dass der runtergelaufen ist. Okay, saved. Nice. Suto, danke dir für die 22. Vielen Dank für deinen Prime-Sub. Und danke auch an dich, dem 25. Vielen, vielen lieben Dank. Puh, fast upsie. Schon seit drei Stunden online. Ja, bei RimWorld spielen wir seit kurzem. Wir haben vorher Backpack Battles gespielt. Auch ein wundervolles Spiel. Sehr viel Spaß gemacht. Wie sieht's aus mit Rauch? 84. Ja, ich warte einfach mal, kommt der da. Black Smoke gehört sich immer noch böse an. Oh, warum ist hier Kotze von Schwarze Katze? Äh, Schwarze Katze, sag ich schon von Katze. Irgendwann hier Kotze. Kannst nicht die Wand hinter der Tür bei deiner Küche wieder entfernen. Äh, ja, ich könnte hier wieder wegmachen. Ist aber egal, da muss hier keiner rein. Weil die holen das Essen hier vorne raus. Man scheiße, jetzt je länger ich hier nichts tue, Chat, desto gefährlicher ist, dass die Gegner gleich was tun. Ich muss dringend mal Progress machen. Du musst doch kotzen, als ich den Zaun bauen sollte. Ja, stimmt. Die ganze Zeit hier. Stefan, danke für den siebten. Hallo. Willst du eine Mini-Info zu Diablo 4? Ja, klar. Das könnt ihr mir gerne sagen. Also, was bei BlizzCon gezeigt wird oder so. Vulkanischer Winter. Ist jetzt richtig kalt. Minus 42 Grad. Was bei der BlizzCon gezeigt oder so wird, könnt ihr mir gerne sagen. Das ist interessant. Ich gucke es mir eh nicht an. Leather kommt. Okay, soll ich eine Leather geben. Expansion Ende 24. Okay. Es wird richtig kalt. Minus 42 Grad. Und eine Zombie-Attacke. Okay, ist das nicht schlimm. Das war es noch schon. Okay, aber gesagt, BlizzCon wird sich nicht so lohnen. Ähm, 41 Zombies. Wir können raus in einem halben Tag. Okay. Es sind draußen minus 45 Grad. Chat, es wird kalt. Aber drinnen sind so 18. Doppelwende. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Kann ich schon so reingehen? Probier's mal. Was sehen, wenn der jetzt reingeht? Ich hab den, glaub ich, verboten. Einzige, oder? Ah, ich hab's zugebaut noch. Minus 45. Hast du warme Kleidung? Nee, aber ich geh einfach nicht raus. So, Gunsmithing ist durch. Jetzt gehen wir auf Blowback Operation. Dann gehen wir auf Gas Operation. Dann gehen wir auf Precision Rifling. Ich brauche ganz dringend so eine Heat-Cade. Und ich brauche so eine M60E6 und die Munition dafür. Wir brauchen was gegen die Mechanoiden. Können Zombies an Kälte sterben? Nope. Quest available. Sechs Hives. Nee, nee. Ich will kein Kind retten, um sechs Hives zu haben. Was sind denn die Floating Platforms? Floating Platforms war... Wireframe with large airfield... Ach so, damit kannst du auf Wasser bauen. Das ist halt so gesehen eine Plattform... So mit Plastikbehälter, wo Luft drin ist. Also ein bisschen besser als normale Brücken. Aber du kannst immer noch keine Steine drauf bauen. Das ist ganz cool. Das kannst du halt auf Wasser bauen. Deep Water? Ich glaube, damit geht auch Deep Water, ja. Ein bisschen wie Raft. True. Ich habe eine Frage, die sich von vorgestern noch nachgeschaut hat. Die Mecklampen, wenn die draußen stehen, gibt das dann auch einen Malus? Könnte man sie dann um Wasser aufstellen, dass die Zombies nicht auftauchen? Das ist eine ziemlich gute Frage. Diese meinst du hier, oder? Jo, das ist eine ziemlich gute Frage. Die leuchten unendlich lang und gehen nicht kaputt. Jo, lass uns mal abwarten. Lass uns gleich mal gucken. Lass uns gleich mal angucken, wie viel Licht ergeben. Das ist eine ziemlich gute Idee. Ich könnte einfach die billigen Mecklampen klauen und die mir einfach hinter den Garten stellen. Es steht da alles voll davon. Und ich könnte damit den Zombiespawn einfach verhindern. Und dass ich selbst Lampen bauen muss. Und die leuchten, glaube ich, auch immer, auch bei der Solar Flare, oder? Die gehen auch bei der Solar Flare nicht aus. Ey, es ist ganz schön klug. Alter. Es wurde was Kluges im Twitch-Chat geschrieben. Ein Wunder ist geschehen. Es überwältigt mich jetzt. Er ist kein Sub. Natürlich ist er klug. Ja, ist richtig. Die Leute verblöden erst, wenn sie hier gesuppt haben. Einmal bei EdoP gesuppt. Einfach direkt 50 IQ verloren. Soon, Schatzi! Soon ist gerade verblödet. Soon ist gerade verblödet. Hallo Soon. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast gestern einen schönen Stream. Ich hoffe, du hast gestern eine schöne Zeit bei Musik machen. Seit 29 Monaten schon verblödet. Das ist ein perfektes Timing, ja. Einer von uns. Ich hatte mit so einer sehr tolle Zeit in die Nussart. Sehr, sehr viel Spaß gemacht. Müssen wir auf jeden Fall wiederholen. So. Okay, Chat. Warte mal, sind die Zombies gerade weg? Scheiße, die Zombies sind weg. Ja, müssen wir auf jeden Fall mal wiederholen. War richtig, richtig cool. Ich habe eigentlich noch genug Essen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt raus will. So schnell vergammelt das Zeug ja auch nicht. Ich könnte wieder raus. Wobei, ich sollte eigentlich die Zeit nutzen, wenn sie mir gegeben wird, oder? Ich sollte die Zeit nutzen, wenn sie mir gegeben wird. Wobei es minus 35 Grad sind. Und wer kann denn so eine Kälte überhaupt bei mir ab? Wie sieht es bei Matt aus? Matt minus 36. Big Deep könnte es ab. Ich schicke auch nur Big Deep mal raus. So, wir machen mal folgendes. Alle Kolonisten bleiben mal in der Homezone. Außer Big Deep. Und Demons macht ihr mal die Tür auf. Und Big Deep hat irgendwie durch die Katharsis gerade gute Laune. Der holt uns mal die Tiere rein. So, hol mal das hier. Das hier. Das hier. Und dann holen wir uns nochmal das und das. Den Klimaregulator abreißen. Können wir auch nochmal machen. Wobei die Kälte für uns gar nicht so schlimm ist. Wobei der tiefe Schnee nervt halt ein bisschen. Die Laufwege sind halt sehr, sehr lang. Nimm dir es am Angeln. Aber da sollte... So kälteresistent ist der Kollege gar nicht. Ich dachte, sein Fell hilft ihm da enorm. Noch 47 Prozent hier. Nicht Prozent. PPM. Was bedeutet PPM? Wenn wir über Rauch reden. Partikel pro Meter. Corey, danke für 13. Und Count Devil, danke für die zwei Jahre. Vielen, vielen lieben Dank, Leute, für die Subs. Lieber tiefer Schnee als gelber Schnee. Hat Oma schon mal gesagt. Hm. Was heißt rechts? Enemy influenced. Wow. Nur nie gelesen. Southeastern Tecoium. Effekt. Ihr Leader ist gestorben. In a major blow. Dadurch raiden sie für 14 Tage lang nicht. Und sind schwächer. Hä? Ist das Vanilla? Warte mal. Deren, deren, deren Dings sind gestorben. Also ihr Anführer ist gestorben. Das sind von denen hier. Der Anführer ist von denen hier gestorben. Und deswegen sind die ein bisschen durcheinander. Und deswegen greifen die uns nicht an für 14 Tage. Und die sind viel, viel schwächer für 14 Tage. Das sind Vanilla. Hab ich noch niemals gesehen. Wild. Lol. Habt ihr nie gesehen. Nun. Okay. Xandro, danke dir für den Gifte-Sub an Marc-Peter. Oh mein Gott. Das war jetzt das allerletzte Mal, dass Marc-Peter hier was Kluges gesagt hat. Der hat jetzt nämlich auch einen Sub. Er ist jetzt einer von euch, Chad. Parts per Million. Okay. Parts per Million. Verstehe. Wo haben wir Dribble zehn Jahre alt? Ernsthaft? Uh. Nice. Das ist ja wild. Ich wusste gar nicht, dass das einen Effekt hat. Interessant. Okay. Weiter geht's. So. Da haben wir hier jetzt noch 45 ppm. Oh wei. Äh. 44 ppm. Okay. Gleich können wir rein. Oh. Es dauert echt lange, so weit zu laufen. Scheiße. Warte. Wann kommen wieder die Zombies? Alter. Der Tiefsteh macht mich fertig. Die flipt gleich schon wieder. Okay, reicht. Geht schön. Morgen neues DLC für... Oh mein Gott, das wird geil, wenn morgen neues DLC announced wird. Stell dir das mal vor. Aber ich glaube nicht, dass es kommt. But I would very much fire on it. Äh. What happened? Thrombos. Okay. So. Wir haben jetzt noch 38 ppm. Das ist nicht mehr so viel. Ich glaube, es sollte langsam gehen. Sind geglättete Wände auch dekontaminiert? Ja. Du musst erst den Run fertig machen. Easy. Announcement. Rimworld 2. Stell dir mal vor. Stell dir mal vor, es kommt Announcement in Rimworld 2. Flipp ich aus. Dann weine ich vor Glück. Ah, schade, die Zombies kommen. Ich habe gehofft, dass die Zombies nicht kommen. Äh, dass die Zombies nicht mehr kommen. Aber die kommen wieder. Wird vielleicht lieber den Bären reinholen sein. Das wäre klüger gewesen. Äh. Ist auch egal. Okay. Saved. Ähm. 5. Blacksmoke. 35. 34 ppm. Rimworld DLC. Hast du Urlaub geplant? Er kam ja nicht im Urlaub. Ich fahre ja extra in den USA, damit ein Rimworld DLC kommt. Nur deswegen bin ich da hingeflogen. Und es kam keins. Rimworld 2 ist dann genau wie Rimworld, nur bessere Performance. Alter, das wäre insane. Ich würde sofort, wenn der Kollege sagt, ich entwickle Rimworld 2, es ist Rimworld 1 in einer neuen Engine. Es ist genauso wie Rimworld 1. Alles ist gleich. Es hat nur eine viel bessere Performance. Take all my money. Ich würde sofort kaufen. Ich würde sofort kaufen. Wenn das Performance-Thema noch mal besser werden würde. Sofort. Royalfang ist übrigens gerade Platin bei Backpack Brothers. Okay, okay, okay. Ich werde spielen, Chat. Ich werde spielen. Rimworld 2 wird in 3D, VR und... Okay. Rimworld in 3D und VR wird auf jeden Fall auf jedem Index auf dieser Welt landen und überall verboten sein. Wann beginnst du morgen mit dem Stream? Willst du deine Urlaubsbilder nicht verpassen? Ich weiß das noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich es morgen oder übermorgen mache, denn ich bin noch nicht dazu gekommen, meine Fotos nur ansatzweise runterzuladen. Scheiße. Ich hoffe, dass ich es morgen nach dem Aufstehen schaffe. Sonst gibt es das vielleicht erst sonntags. Wann genau ich morgen anfange, weiß ich noch gar nicht. Wir wollen auf jeden Fall irgendwie noch Rimworld spielen und Backpack Battles und, und, und. Schau mal. Mit beiden Charakter-Platchen, okay, okay. Wow, 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 wow. Alter, du hast mich erschrocken. Da läuft das Ding und sagt Lul. Mehrere Ebenen wie Keller oder Obergeschoss wäre ein geiles Feature in Rimworld 2. Ich bin mir nicht sicher, dass es das besser oder schlechter machen würde. Gibt es eigentlich etwas wie Rimworld in 3D? Ja, es gibt etwas wie Rimworld in 3D. Das Spiel heißt Stranded Alien Dawn und wir werden es am Dienstag spielen. Am Dienstag kommt ein neues DLC und ein neuer großer Patch für Stranded Alien Dawn raus und wir werden es direkt am Dienstag spielen. Also für die, die es interessiert, wir werden da auch nochmal einen Run machen. Das hat nicht so viel Content, das reicht für zwei, drei Streams wahrscheinlich, aber ich habe Bock mit euch, eine schöne Kolonie aufzubauen und mit dem neuen Content. Und da gibt es auch neue Story-Missionen und so was. Und das werden wir machen. Am Dienstag. Ist release. Ja, Elones. Ich habe sie nicht mal da klau drin, weil die ist voll. Am Dienstag checken wir Alien Stranded Dawn. Neues DLC aus. Das ist richtig, Brains. Das ist richtig. Das ist hochkomplex. Coming of the Evil ist auch ähnlich, ja. Also nichts kommt an Rimworld ran. Es ist einfach nur so, es ist halt, die anderen sind auch Koloniesimulationen, Spiele, aber nichts kommt wirklich an an Rimworld ran. Rimworld ist, was das dann betrifft. Außer Dwarf Fortress, natürlich. Du lachst. Aber da ist was dran. Und hallo Brains. Mr. Da Vinci, danke dir für die Elf. Vielen, vielen lieben Dank für dein Prime. Ist ganz lieb von dir. Was ist denn mit Matt los? Was hat eine schlechte Laune? Recreation starved. Entombed underground. Wir brauchen mal den großen Fernseher. Ich brauche alles Undergrounder. Jetzt ist Matt geflippt. Das ist aber nicht so schlimm, da kann nichts anstellen. Okay. Die Tiere sind nur böse. Oh, die Trumbos sind böse. Ich glaube, die töten wahrscheinlich noch die Zombies. Aber die Zombies, Chat. Problematik an den Zombies ist, dass die werden halt immer stärker, von Tag zu Tag. Und wir sind schon sehr, sehr lange hier unterwegs. Seit jetzt schon, wie viele denn? 157 Tagen. Zweieinhalb Jahre. Das macht mir Angst. Die werden halt stärker. Und es werden nochmal mehr Special Zombies. Du hast vor, dass es viel zu kompliziert ist. Das ist mega kompliziert. Aber es ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Spiel. Mammoth Hunter. Vielen, vielen Dank für 21 Monate Support. Danke für deinen Prime-Sack. Nur noch Schmutz oder PPM. Noch 23 PPM. Wir sollten Brains kein VIP-Status. Ich habe keine VIP-Slots frei. Ich werde im August alle VIPs löschen und dann werde ich dir neu vergeben. Nicht mal Suki hat VIP. Auch K. Auch K. Auch K. Hat glaube ich kein VIP. Oder an der Suki, glaube ich, VIP kriegt. Also Suki hat nicht mal VIP. Das ist jetzt Wort. Ich habe einfach Suki hat jetzt eingekriegt. Okay, Suki hat eingekriegt. Matteo auch nicht. Matteo hat glaube ich auch kein VIP. Oder hat er Matteo VIP? Er wurde bestohlen. Das stimmt. Aber ja, ich habe halt einfach... Es gibt nur 100 VIP-Slots und ich habe damals VIP-Slots für Kanalpunkte verkauft. Und jetzt sind alle VIP-Slots belegt und ich kann niemandem VIP-Slots geben. Seit drei Jahren nicht. Aber ich habe euch versprochen, dass ich alle VIP-Slots wieder resetten und löschen werde. Vor zwei Jahren habe ich versprochen, dass ich es mache. Und wenn ich es jetzt dann demnächst mache, kann es sich keiner mehr beschweren. Er hatte zwei Jahre länger VIP als versprochen. Matteo hatte sogar. Nice. Dann können wir Matteo gleich VIP wegnehmen. Type Turbo, danke für die 33. Ihr werdet alle enteignet. Yes. Ich habe einen nicht gekauft. Das stimmt. Sandman hat seinen nicht gekauft. True. Stimmt. Brains hat den Brains Befehl. Und ihr könnt Brains gerne supporten auf Patreon, denn Brains entwickelt mega tolle Mods und wahrscheinlich hat er eine Mod entwickelt oder mehrere, vor allem die Library, die jeder von euch benutzt. Also wenn ihr Lust habt, mal Brains zu supporten, there you can find the information. Hey, du. Suki braucht auch kein VIP. Sie strahlt doch eh überall, wo sie auftaucht. Naja, aber darum geht es ja nicht um. VIP ist ja schon. Ah, wobei, scheiß auf diese komischen VIP-Status-Geschichte. Es ist nur ein Symbol. Ihr seid alle gleich viel Wert-Chat. Okay? Mit oder ohne Symbole. Was bringt VIP eigentlich? Mit VIP kann man Links posten. VIPs dürfen Links in Chat posten. Also alle gar nichts wert. Richtig. Ihr seid alle so viel wert, wie ein Hut aus Menschenhaut wert sein kann. Jetzt würde ich jetzt jemanden mit vielen Symbolen auch sagen. Guck mal, ich habe viele Symbole. Da. Drei. Broadcaster. Subscriber. Und ich habe tausend Abos verschenkt. RIP. Links geht auch so, ja. Okay. Können wir jetzt rein? 17 noch. Come on. Let me in. Let me in, let me in. Wie lange bleiben die Zombies noch? Gleich weg. Und dann haben wir für sechs Tage Zombies. Das gefällt mir sehr gut. Tausend Dank Marilka. Ja, der True. Allein wegen Marilka hat ich mehrere hundert verschenkt. Und durch Terraria kommen bald hundert dazu. Bald kommen noch die Terraria dazu. 16 ppm. Glaubt ihr, wir können schon rein? Okay. Aber guck mal, es ist, ähm, es bleibt hier clean in der Mitte. Das gefällt mir schon mal. Vielleicht Terraria gehört? Yes. Brauche ich das so nochmal hin? Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist wirklich cool. Wobei ich es eigentlich nicht brauche, aber auf der anderen Seite. Spürst du bald Terraria? Ja, wir wollen dieses Jahr noch unsere Terraria Challenge weitermachen. Dieses Jahr verspreche ich euch, geht noch die Terraria Challenge weiter. Wir sind, glaube ich, bei Versuch 30 und ich habe das seit zwei Jahren nicht gespielt. Ich habe noch 20 Versuche. Komplett ohne Spoiler, blind, auf schwerster Stufe Hardcore, den Moon Lord zu besiegen, ohne zu wissen, was ich tue. Aber ich habe mich gar nicht so schlecht angestellt. Wir haben sogar schon zwei, drei Bosse besiegt. Wenigstens verdienst du an den eigenen Subs auch noch und kannst den größten Teil von der Steuer absetzen. Äh, ja, das ist richtig. Aber nichtsdestotrotz kann ich die Subs nicht umsonst verschenken. Das kostet natürlich trotzdem Geld. Aber, das Gute ist, seit neuestem Chat, aber das habe ich ja schon mal erzählt, seit neuestem kriege ich mehr von den Subs. Danke Twitch an die Gehaltserhöhung. Das heißt, wenn ihr hier subscribt mit einem T1-Sub, kriege ich jetzt davon 70% statt 50%. Das heißt, von eurem Support kommt mehr bei mir an. Was, glaube ich, in eurem und auch in meinem Interesse ist. Denn ihr subscribt wahrscheinlich, um den Creator zu unterstützen und nicht die Konzerne zu unterstützen. Also, zumindest die meisten von euch. Aber von jedem Sub kommt jetzt mehr bei mir an. Was mega cool ist. Xandro! Guck mal, siehst du, und davon kriege ich jetzt 70% statt 50%. Xandro, vielen Dank für die 10 Gifte Zabs. Vielen, 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 vielen lieben Dank für die 10 Gifte Zabs. Werbefreiheit für 10 Menschen. Denn jeder, der einen Sub hat, muss keine Werbung sehen. Yes, very good. Keiner mag Werbung. Außer siehst gut. Danke, Xandro. Danke für die 10 Gifte Zabs. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das ist sehr, sehr großzügig. Und danke dir first für den Gifte Zab, der an Sweden ging. Und an die Blitzfiepe. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Sub. Herzlich willkommen. Danke sehr. Vielen, vielen lieben Dank. Ist aber nur für Twitch rein. Ja, ich weiß, ihr wollt alle, dass Jeff Bezos reicher wird. Das ist auch okay. Es muss ja einer der reichste Mensch der Welt werden. Oder sein. Oder bleiben. Ähm, Big Deep hat ein bisschen die Scheiße stecken hier. Der hat die Masse Parasites und hat noch die Sensory Mechanitis dazugekriegt. Tut mir schon echt ein bisschen leid. Ähm, und Limes hat auch nochmal die Sensory Mechanitis gekriegt. Das ist alles ein bisschen uncool. Wir haben sehr viele Krankheiten. Hm, ja, ihr lohnt es. Danke für die Subs. Ah, Scheiße. Die Krankheiten nerven ein bisschen. Krankheiten nerven wirklich ein bisschen. Ich brauche einfach ein paar mehr Betten. Und die lassen sich auch nicht wirklich tenten. Ah, man hat es auch gerade geflippt. Okay. Tja, wie machen wir das jetzt? 13 ppm. Mit Twitch verdient er ja nichts in den rote Zahlen. Das ist richtig. Also Twitch macht erstmal keinen großen Umsatz. Aber, äh, ich glaube, Jeff Bezos geht es aber trotzdem nicht so schlecht. Wir müssen uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Wie lange dauert es noch, bis das Baby kommt? Ähm, im zweiten Trimester. Ein bisschen dauert es noch. Aber nicht mehr so lange. Wir sollten uns auf jeden Fall langsam beeilen. Aber ich möchte ungern die Leute in den Rauch reinschicken. Ich habe ein bisschen Angst, dass das die tötet. Nur noch... Aber es geht langsam, echt sehr langsam runter. Oh, wow. Warte mal. Katze Berlin. In weniger als sechs Tagen ist die Geburt. Scheiße. Fuck. Damit habe ich nicht gerechnet. Äh. Get a skilled doctor. Okay, Matt ist unser skilled doctor. Er hat schon mal aus Menschenhaut einen Hut gemacht. Ich hoffe, das reicht. Build a birth room with a clean floor and a good bed. Äh. Prepare a food source for the baby. Build a crib. High quality cribs will make a baby happy. Okay. Ähm. Nun. Haben wir irgendwo einen sauberen Raum? Ach, scheiße. Okay. Big Deep. Ich glaube, dein Raum wird... Oh Mann, scheiße. Meine Stimmung ist kacke. Okay. Bring mal die Sachen weg. Sorry Big Deep. Aber dein Raum wird jetzt... Dein Raum wird jetzt der Raum werden. Für die OP. Der ist auch clean. Okay. Hm. Schnupfnudel. Witzkig, hallo. Okay. Okay. Ah, fuck. Fuck. Oh Mann, ey. Was ist los mit euch? Okay. Bald ist die Geburt. Jetzt legen die sich alle abwechselnd da rein. Jetzt hat Big Deep noch schlechtere Laune. Er wird sowas von flippen. Naja, sorry. Ich muss das für Big Deep machen. Was flippt er mir aus? Oh, oh. Ich könnte das essen und ich könnte essen für ein Baby kochen, aber ich mache einfach Muttermilch. Das weiß ich gar nicht. Wollen wir nicht rausfinden, Rabrogo. Okay, Matt ist zurück. Okay. Tende mal die Leute. Oh Mann, ey. Ich werde die Mechanitis niemals losbekommen. Die Krankheit nerven. Hast du Big Deep mal getendet? Nein, tende den mal. Ich habe keine gute Medizin mehr dafür. 170 von 300. Okay. Oh Mann, 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 Mann. Die Stimmung ist scheiße. Woran sehe ich, wann die dann noch kann ich nicht? Ja, zur Geburt? Okay. Okay. Lass ich die jetzt rein. Neun, noch neun. Ich glaube, neun ist nicht mehr so schlimm. Ich check das jetzt aus. Ich lasse die jetzt rein. Hop, hop. Ihr könnt arbeiten gehen. Geht da rein. Sly Green, hi, moin. Und, können sie rein oder passiert was? Hopp, die können rein. Okay, es geht los. Wir bereiten den Raum vor. Oh, ein bisschen viel Arbeit, das ist das zu machen. Hier drin sind minus 40 Grad. Okay, warte mal. Vielleicht sollte Katze hier nicht drin sein. Ich mache mal eine neue, komplett neue Area. Die nenne ich Sicher. So. Sicher. Katze, du gehst nur mal in die Sicher-Area, bitte. PillarRex, was geht ab? Hallo, hallo. Den kannst du überzeugen. Ja, guter Punkt. Convert. Aufblick, Dieb. Okay. Okay. Junge, wisst ihr, wie lange das dauert, das sauber zu machen? Guck dir das an. Seht ihr, wie das Dunkle ganz langsam weggeputzt wird? Licht würde helfen. Ja. Ich lasse mal schon ein paar Lampen hin. Okay. Ja, ich kann zwei Türen auflassen. Das dauert viel zu lange, hier durchzulaufen. Guter Punkt. Ich mache ein bisschen Licht. Oh, wie ist ihr, wie lange das dauert, das sauber zu machen? Das wird 100 Jahre dauern. Scheiße. Und das verdreckt wieder. Oh Gott. Und Kontamination trägt sich wieder ein bisschen rein. Das ist das, was mich natürlich sehr nervt. Na ja. Warum ist der Berg so kalt? Der weiß draußen, wie nur 47 Grad sind. Oh Gott, ich hatte Zombiefreizeit, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich bin so sehr mit mir selbst hier drin beschäftigt, dass ich gar nicht mitkriege, was draußen passiert. Jetzt haben wir wieder Zombies für sechs Tage. Ich müsste hier vielleicht nochmal schon mal in einem Krankenhausbett bauen. Okay. Reicht das Essen? Ja, Essen haben wir mehr als genug, Gott sei Dank. Hei-Japonics direkt bauen. Na, Essen reicht noch. Gott sei Dank. Essen ist gerade nicht das Problem. Okay, Rauchvergiftung haben wir hier nicht mehr. Okay. Das Putzen. Guck mal, wie lange er putzt. Ich werde 100 Jahre putzen müssen, um den Bereich zu kriegen. Oh mein Gott. Kann man die Kontamination abduschen? Nee, leider nicht. Ein bisschen dreht sich die Kontamination rein, das ist aber nicht so extrem. Boden drüber bauen, da musst du nicht putzen. Nee, Boden macht gar keinen Sinn in einem Berg, weil ich kann glätten und geglätteter Boden ist einfach super schön. Okay, die sind Gott sei Dank recht schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell die Außenbauern hin gleistern können. Ich glaube, besser als erwartet. Warum hast du unsere schlechte Laune? Big Dieb hat ja einfach alle Krankheiten dieser Welt. So, gleich haben wir die Geburt von Katze. Das macht es halt nicht besser, dass wir dann noch ein Kind hier haben. Ich brauche auch noch für das Kind eine kleine... Ähm, wo ist denn das hier? Eine kleine Babykrippe. Ist das unter Furniture? Ja. Eine Babykrippe. Und dann braucht das noch so eine Baby-Decoration. Und dann braucht das eine Baby-Toybox. Oh Gott, sorry Big Dieb, dass dein Zimmer jetzt einfach ein Kinderzimmer und Krankenhaus ist zugleich. Aber jetzt ist es so, jetzt musst du da durch. Warum hast du nicht die Wände geglättet, Edo, weil die Wände Kontamination haben? Ja, nichts. Ich putze einmal durch. Das ist schon okay. Maria, hallo. Ich putze einmal durch. Das passt schon. Lieber, warum hast du so schlechte Laune? Oh ja, weil du Katze heiraten wolltest und Katze dich nicht heiraten wollte. Ähm, meine Stimmung ist gerade am Kippen in der Kolonie. Entombed Underground. Ich habe hier eigentlich einen hübschen Raum. Beautiful sogar. Katze, du musst mal ein bisschen in die Luft. Wird das beim Glätt nicht eh sauber? Ich glaube nicht. Bitte nicht flippen. Rebuff bei neben dir. Oh mein Gott. Katze hat sich an neben dir rangemacht. Sie hat Limes verlasst und hat sich an neben dir rangemacht. Du machst mich fertig. Schattenfänger, hallo. Danke dir für 57. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. So, da ist die Kinderkrippe. Kinderspielzeug, Kinderdeko. Ja, Limes ist Gott seine Maschine. Ich muss mal wieder die Wände hier hin zaubern. Okay, bessere Laune für Katze. Katze. Ups. Wieso hat Katze den Night Old Debuff? Weil sie gerade tagsüber hellwach war und schlafen musste. Jetlag. Aber es ist okay. Katze hat wieder gute Laune. Bett hat gute Laune. Die Lieb ist krank. Nimm die hat gute Laune. Passt schon. Ähm. Solar Flare ist nicht cool. Oh fuck, das ist gar nicht gut. Das wird sehr, sehr kalt. Das wird sehr, sehr kalt. Das ist jetzt schon minus. Minus ein Grad. Wir sind draußen minus 44 Grad. 88 Zombies. Noch für fünf Tage. Ich bin manchmal echt froh, wenn Zombies draußen sind, ehrlich gesagt. Weil die geben mir ein bisschen Schutz gegen Raider. Wobei, wenn jetzt gleich Raider kommen, die... Wenn jetzt Raider kommen, die, ähm... Infiziert sind, haben wir ein großes Problem. Ach ja, Mecklampen. Mecklampen leuchten... ...nur um sich rum die Felder. Okay. Also kann man benutzen, aber brauchst recht viele. Leuchten ein Feldweit. Okay. Solar Flare ist zu Ende. Es wird wieder wärmer. Oh, ich freue mich so sehr, wenn wir in den Berg einziehen. Ja, Kontamination hält sich auch in Grenzen, wenn wir schnell sind. Also ich habe jetzt überall so ein bisschen Kontamination, aber es ist hier nur 0,5. Gehen wir schon irgendwie hin. Wir leuchten weiter, wenn andere bei mir stehen. Ah, okay. So. Putzen. Und dann gehen wir gleich direkt auf... Ich glaube, ich baue hier hinten die Generatoren hin. Oder unten hin. Der ist ein großes Fleisch, weil ich nicht genug Strom habe. Upsi, ihr habt recht. Okay. Soll ich vielleicht bessere Medizin erlauben? Ich erlaube für Katze. Glitzerweltmedizin für die Geburt. Weiß gar nicht, ob das relevant ist. Ab irgendwo wird mein Tier angegriffen oder so. Kann das sein? Ja. Ja, wir müssen gleich ein paar Molotov-Cocktails werfen. Wenn das reicht, dass es nur kurz brennt, können wir vielleicht Molotov-Cocktails werfen und den direkt wieder löschen. Um die Hauptkontamination wegzubekommen. Ich baue erstmal nichts vorne hin. Vorne können wir dann gleich mit Molotov löschen. Hier geht, glaube ich, das Holz aus. Wie viel Holz haben wir noch? Oh, scheiße. Wie lange haben wir noch Strom? 1,7 Tage. Okay. Ah. Wir haben letztendlich eine Kombination hinbekommen. Äh, abgefackelt. Feuer. Feuer. Einfach Feuer. Bea. Stirb. Ich gehe jetzt auf Fuel Generator. Will ich aber direkt unten bauen, weil man die nicht versetzen kann. Dafür muss der Stoff fertig bauen. Also ich habe ja, hier habe ich 800 Watt. Also ich brauche nicht unbedingt. Ich komme erst mal mit den beiden klar. Weil die haben ja, wir haben ja ein Pipetto Mobili da oben. Das heißt, das ist okay. Wir kommen auch im Notfall ohne Holz klar, wenn wir was ausmachen. Sozius, hallo. Das ist schon in Ordnung. Hier drin ist auch warm genug. Kommentierungszeremonie. Ja, können wir auch gleich machen. Limes flippt. Tantrum. Warte mal, Tantrum ist gefährlich, oder? Ne, nicht, wenn der da unten rumhaut. Perfekt. Da kannst du ja austoben. Hä? Auf was haust du ein? Oh! Alter, nicht die Raketen wäre einfach kaputt hauen. Wenn es da run over, wenn er... Mann, du kannst doch aufhören zu prügeln. Ist das der eine Berg? Das ist der eine Berg. Lelelu, danke dir für das volle Jahr. Vielen, vielen Dank für den Support. Mann, ey. Wir haben lange gerade Dauts gemacht. Wenn hier irgendwas hochgeht, dann haben wir ein riesiges Problem. Dann fackelt alles ab und wir sind tot. Das darf nicht passieren. Würde das reichen, wenn ich jetzt hier Lampen bauen würde? Das reicht, okay. Großes Badabum. Ja, Ausrufezeichen. Upsi. Wenn jemand ein großes Badabum sehen möchte. Ich weiß, die Sales reichen auch jetzt schon aus, Leranta. Ich habe doch jetzt genug Strom. Es ist erstmal alles okay. Warum ist das hier so dreckig? Ach, hätte ich alten Boden. Aber ich will jetzt einfach unten trotzdem neue Generatoren bauen. Einfach zumindest einen richtigen Generator. Damit ich einfach nicht über Strom nachdenken muss. Die Holzgäne-Toren will ich gleich abreißen. Und baue ich hier unten gleich eine Fuel-Generator hin. Und hier kommt einfach gleich unser Generatorraum. Das ist der Plan. Da kümmern wir uns gleich drum. Da ist noch die Geburt. Oh, ich weiß nicht, ob Matt das hinkriegt. Matt hat Medizin 4. Oh, ich habe so Angst, dass bei der Geburt irgendwas passiert. Ne, ne, ich habe schon die Generatoren. Ich habe nur nicht die ganz großen Generatoren, aber die kleinen. Aber das reicht. Oh, Mann, ey. So schiss, dass er irgendwas Schlimmes uns angreift, oder irgendwas passiert. Ich weiß gar nicht, wenn wir hier unten die Generatoren setzen, dann können wir vielleicht hier oben in Richtung Hydro-Pony-Scan. Kann mir jemand für Sport gute Bluetooth-Kopfhörer empfehlen? Die stabile Sitze hat zumindest einen Hersteller, der besonders taugt. Chat. Ich bin mit meinen Jabra-In-Ears sehr zufrieden, aber ich bin vielleicht nicht das beste Testimonial, wenn es im Sport geht. Für einfach unterwegs und so bin ich sehr zufrieden, aber ich habe keine Ahnung, wie gut ich sitze, wenn man richtig Sport macht. Weil ich habe noch nie beim Leben richtig Sport gemacht. Gibt es einen Clip zum Bergbrand? Der vorletzte Stream, das letzte, was wir gemacht haben, war der Brand. Also ich habe die Jabra-In-Ears. Ich habe ja auch mal mit Jabra eine Kooperation gehabt, habe die auch beworben und ich nutze sie halt immer noch. Und zwar eigentlich fast täglich. Aber ich habe keine Ahnung, wie die beim Sport sitzen. Da kann ich euch... Bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner. Also vor allem in Bezug auf Sport, weiß ich nicht. Ich glaube, Natascha hat sich jetzt, glaube ich, Sennheiser geholt für Sport. Wenn ich mich nicht ganz täusche, dann habe ich Natascha Sennheiser in ihrs geholt. Aber ich kann es doch mal fragen. Wie schnell war der Rauchweg weg? Oh, hat es schon zehn Tage irgendwie gedauert oder so? Beim Joggen eher schwierig, okay. Aber die Google-Dinger kann ich nicht empfehlen, okay. Ich habe welche von Amazon für 24 und diesen Top. Ja, da war es doch kein Sport. JBL Wave 300. Gerade wenn man mal einen echten Indie haben will, sind sie nicht schlecht. Keine echten Indie, also. Ja, ich habe keine Ahnung. Also, es gibt, glaube ich, ich glaube, da gibt es ganz viele, ganz viele Meinungen. Ich glaube, es hängt auch mega von den Ohrformen ab. Hi, die Schwarzkanone. Gaming, hi, mein Neuen. So, komm, mach mal fertig. Ich will jetzt endlich einziehen. Aber guck mal, ey. Wisst ihr, wie lange das dauert, das zu machen? Der Raum ist wahrscheinlich manchmal hässlich gerade noch, oder? Ja, ähm. Na gut, kriege ich sowieso gerade auch die Statue nicht sauber. Keine Chance. Weil, äh, ich, der ganze Dreck muss weg. Hi, unsere Sportskanone. So, warte mal, Katze. Wie sieht es bei dir aus? Noch keine Geburt, okay. Soundcore Liberty 4NC. Sind perfekt zum Joggen und fürs Gym. Okay, Simple Phillip. Ja, wie gesagt, Shit. Ihr könnt euch austauschen. Ich kann euch da nicht viel sagen. Okay, so. Oh, Scheiße. Was ist mit dir los? Big Deep ist so fertig, dass er umgekippt ist. Matt, kannst du ihn mal retten? Oh. Okay, nur noch ein paar wenige Wände. Und ein bisschen putzen. Kann Natascha nicht helfen? Ich glaube, Natascha hat Sennheiser. Aber ich kann sie noch mal fragen, was für welche sie hat. Aber dann ist es auch wieder abhängig davon, was für Sport du machst. Natascha macht zum Beispiel keinen Laufsport. Immer so ein bisschen. Ich glaube, das hängt voll davon ab, was für eine Ohrform du hast, was für einen Sport du machst. Ich glaube, da gibt das nicht so die Antwort dafür. Schnicker, was geht ab? Yo, Backpack Battle war echt cool. Will ich auf jeden Fall weiterspielen. Kannst voller Geburt nochmal konvertieren. Oh ja. Aber Big Deep ist kaputt. Ich weiß nicht, ob das jetzt geht. Okay, ich sollte das Ding auf jeden Fall wirklich ausmachen. Ich brauche den Strom. Und dann mache ich auch nochmal das Ding aus. Okay. Und dann machen wir vielleicht auch nochmal... Ja, die Coms kannst du mich nochmal anlassen. Okay. Lieber beraten wegen... Ja, vielleicht... Warte mal. Oh ja, beraten wegen der Trennung ist auch keine schlechte Idee. Aber nee, ich will jetzt eigentlich Big Deep mal zu Ende konvertieren. Wir haben es nämlich fast geschafft. Wobei beraten auch nice wäre. Boah, vielleicht berate ich lieber. Und konvertiere später. Vielleicht berate ich einfach Big Deep, weil er einfach immer schlechte Laune hat. Mind shattering pain. Recreation starved. Zwölf Tage. Könnte ich Limes beraten. Stress pur gehabt. Jetzt so kaputt für das Ziel des Monats. Muss ich auch morgen schieben. Ist da kein Stress. Relax. Entspann dich. Lehn dich zurück. Lass den Stress verschwinden. Es ist Freitagabend. Chat. Kann jetzt... Jetzt ist der Moment, wo man... Kein Platz für Stress. Jetzt wird gechillt und relaxed. Das ist Wochenende. Nee, das ist Wochenende. Ey, was machen wir denn in der Geburt jetzt hier? Beraten werden von der Ex. Wie ist gut? Ja, ich glaube, ich mache das jetzt sogar bei Limes, oder? Nimm die hat immer gute Laune. Big Deep. Lohnt das, glaube ich, nicht, weil dann geht nur mein Shattering Pain weg. Wobei das okay wäre, während der Krankheit. Aber der schläft halt die ganze Zeit. Der kommt nicht klar. Der ist einfach komplett bewusstlos. Dann soll ich dir einfach gute Medizin geben. Sonst kriege ich den niemals getendet. Ach komm, du kriegst jetzt bessere Medizin. Sonst wird er nie aufstehen. Ich brauche 300 Hand Quality. Hier oben wird weiter geputzt. Ey, wir sind gleich durch mit dem Putzen. Hier noch, da noch und da. Und hier noch die letzten Wände. Oh, das wird nice. Oh mein Gott. Come on, come on, come on, come on. Ich will da hinziehen. Was macht die Kontamination? Ja, hier vorne ein bisschen. Aber das kriegen wir mit dem Molotow gelöst. Kannst du das bitte nochmal weg machen? Bei mir vom Fenster reparieren gerade drei Leute so ein Transportfahrrad von Hermes. Man kann sich ja nicht vorstellen, wie laut so etwas sein kann. Das ist nichts mit dem Spannen. Oh, scheiße. Wie funktioniert das mit der Kontamination? Es gibt verschiedene Orte, vor allem im Berg, wo es viel Kontamination gibt. Und die Kontamination, die verschleppst du. Wenn du irgendwie in Gebieten dich aufhältst, wo Kontamination ist, kontaminierst du. Die kannst du an verschiedene Orte tragen. Und dann wird das immer mehr dort. Und die musst du mit Feuer ausbrennen, damit sie verschwindet. Im Berg kann man es soweit unter Kontrolle bekommen jetzt. Müssen wir gucken, dass das nicht wieder zu viel wird. Also teilweise haben wir hier wieder ein bisschen Kontamination drin. Aber es hält sich noch im Rahmen. Und ich glaube, die verschwindet auch wieder. Hier oben 0,2. Ich glaube, die sollte mit der Zeit auch wieder weg gehen. Meine Kolonisten sind von der Kontamination auf jeden Fall wieder viel besser geworden. Sechs Hives für eine Shocklands. Nee, danke. Okay, Big Deep wacht irgendwie gar nicht mehr auf. Soll ich den konvertieren? Nee, ich gebe dem jetzt mal wirklich Council. Komm. Oh, kann ich nicht auf ihn drauf. Okay, dann kommentiere ich den. Er schläft. Oh mein, warum ist er denn bewusst los? Was ist los mit ihm? Wegen dem Schmerz. Wegen Extreme Pain. Oh, das ist einfach ein Kolonist weniger. Wir machen das mir nicht einfach, Chad. Das Wasser ist sauber. Das Wasser ist sauber. Gott sei Dank. Okay. So, jetzt haben wir gleich den Bereich hier abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch sauber machen und bauen. Okay. Wir haben alles gebaut. Jetzt wird geputzt. Ich brauche echt noch ein weiteres Krankenbett. Dann mache ich das jetzt im Krankenbett. Gleich für Katze Berlin. Aber noch kann ich keine Operation machen. Was macht die Kontamination eigentlich? Haben wir noch nicht rausgefunden. Wir werden das rausfinden, indem wir irgendwann mal einen Gefangenen in einen 100% kontaminierten Bereich sperren und abwarten, was passiert. Bisher waren mir die Kolonisten zu schade, um es mit denen auszuprobieren. Wir brauchen einen freiwilligen Probanden. Wenn ein Kolonist mit dem Namen Haie abstürzt, wisst ihr, was seine Aufgabe ist. Er wird experimentieren für uns. Freiwillig, natürlich. Bring was keimfreie Fliesen. Boah, das wäre eine kluge Idee, das mal zu probieren. Aber die habe ich noch nicht erforscht, ob sterile Fliesen was bringen. Können wir ausprobieren. Das Kind. Noch will keiner gebären hier, wie es aussieht. Habt das Gefühl, ein Freiwilliger wird bald geboren. Wait, what? Nein, das Kind versuche ich super krass hinzukriegen. Wir werden das trainieren, also ganz viel lernen. Das Kind soll krasse Traits bekommen. Auf keinen Fall, Kogitea. Auf gar keinen Fall. Bring Brains nicht wieder auf Ideen. So, der Raum ist jetzt immer noch heil aus, aber nicht mehr so lange. Dann lass mich schon mal die ersten Statuen rüberbringen. Stell ich von mir erst mal zentral in den Raum rein. Transport Pod crashed. Wer ist abgestürzt? Von Schild. Independent Space Refugee. Felix von Schild. Sechs Shooting. Hard Worker. Vierzehn Crafting. Sieben Medical. Acht Intellekt. Wow. Das ist ein Genie. Greedy. Hard Worker. Aber wann kann ich wieder raus? Ich könnte versuchen, den gefangen zu nehmen. Aber den hassen sie mich. Der kommt von... Hä? Von wem kommt denn der? Was sind die Verzeihung? Ah, Independent. Ey, weiß ich nicht. Lohnt sich der? Just Gaming. Hallo. Lohnt sich der? Hard Worker. Vierzehn Crafting. Sieben Medical. Acht Intellekt. Oder nicht? Also es sieht schon ziemlich strong aus. Greedy nervt halt ein bisschen. Aber sieben Medical. Acht Intellekt ist schon ziemlich nice. Und Hard Worker. Ja, auf jeden Fall. Just Gaming. Ein bisschen Jetlag habe ich noch. Der ist halt schwach. Ah, der kann echt gut craften. Der kann doch seine Finger noch besser craften. Warum greift den Zombies den nicht an? Weil die ihn nun nicht entdeckt haben. Wenn die ihn entdecken, essen sie ihn. Vielleicht rette ich den wirklich, Chat. Ah, es ist ein weiter Weg dahin zu laufen. Zieh dich warm an. Yes. Wie lange soll der bei minus 35 Grad rumliegen? Äh, naja. Ich laufe nicht raus bei 133 Zombies. Entweder der lebt gleich noch. Oder nicht. Okay. Zombies verschwinden gleich. Tanze Berlin. Okay. Kriegt jetzt ihr Kind. Es geht los. Oh nein, scheiße. Okay, 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 okay. Warte, 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 warte. Okay. Gleichzeitig Operat. Oh, scheiße. Roomclean, Linus. Warum ist der Raum nicht sauber? Ist er doch? Okay. Operation. Matt ist der Arzt. Spectators. Liebes. Ist das gut? The mother will have. Oh, scheiße. Oh nein. 88% Chance, dass das Kind heile wird. 7,3% dass das Kind krank wird. 4,6% dass es stirbt. Und 2,6% Chance, dass auch die Mama stirbt. Oh mein Gott. Was macht das, wenn jemand zuguckt? Some of the selected participants are sleeping. They will wake up once you start the ritual. Ist das gut oder schlecht, wenn sie zugucken? There is kind of loved ones. Wir machen das so. Okay, der Geburt beginnt. Und Big Deep liegt einfach daneben und kann nicht schlafen. Angus, danke dir für 31 Monate. Und Joker, danke dir für die 35 mit dem Prime. Moal on Wheels. Vielen, vielen Dank für die 21. Schön, dass ihr da seid. Und der eine war doch Loft One. Ne, die haben sich getrennt. Wem dir war Loft Ons plus 5? Scheiße. Ja, aufgepasst. Zu spät. Okay. Matt, du musst das regeln. Oh man, come on, lass uns ein gesundes Kind sein. Was ist denn gerade hier drin? Katie Kate, hallo, hallo. What happened when you finished researching the green block? What? Erst mal eine Wolframwürfel auspacken. Okay. Er wohnt. Oh Gott. Nein. Er wurde gefunden. Er wurde gefunden. Schade von Schild. Er hat ihn geholt und ihn gerettet. Aber er wurde gefunden. Ja, den kriegen wir nicht mehr gerettet. Oh come on, come on. Bitte, 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 bitte. Ein gesundes Kind. Oh scheiße. Eine Belagerung. Und die Zombies sind gleich weg. Farmer, danke für den fünften. Manni, was passiert denn hier schon wieder? Scheiße. Okay, das ist nicht gut. Wann, warum kommen die genau jetzt? In acht Stunden? Ja gut, der ist tot. Okay, das hat sich erledigt. Ah, der, oh Gott, der Neffe von Katze Berlin kommt. Der will das Neugeborene sehen. Okay, wow, ist das einfach das fucking Imperium? Oh Gott, die haben eine R8 Charge Sniper Rifle. Ja, klar. Oh, die Zombies sind gleich weg. Die Zombies sind weg in... Gleich, sofort. Nein, greift sie an, Zombies. Oh nein, wie unlucky ist das, dass die Zombies genau jetzt weg sind. Oh Gott, das passiert mir gleichzeitig. Ja, die Kälte, die Kälte. Können Sie Kälte ab? 34? 15. Okay, okay, der wird erfrieren. Der wird auch erfrieren. Oh mein Gott, ich warte, bis die alle erfrieren. Zumindest ein paar von denen. Okay, ein paar Zombies greifen an. Ja, beiß einmal. Oh, gesundes Kind wurde geboren. Nice. Ein neues, gesundes Kind. Wieso heißt das Kind Limes? Weil das der Sohn ist. Okay, Chat. Wir haben ein neues, gesundes Kind in der Kolonie. Mail. Null Jahre. Pack es... da rein. Okay. Wer von euch möchte das Kind sein? Ihr dürft jetzt einmal spammen von mir aus. Wer von euch möchte das Kind sein? Schreibt jetzt nichts Wichtiges. Ihr dürft spammen. Wer möchte das erste, neu geborene, gesunde Kind in der Kolonie sein? Wie viel Kälte kann das haben? Minus 30. Das ist gut eingewickelt. Ihr dürft jetzt einmal den Chat spammen. Und dann werden wir einen Namen vergeben. Limes war der Papa. Oh mein Gott. Und wahrscheinlich werden wir auch gleich anschließend sofort sterben, weil das Imperium uns dann angreift. Aber ja. Äh. Haben die aufgehört zu bauen? Greifen wir sofort an. Oder was passiert hier? Ja. Zaffinken. Danke dir für den Prime im Neunten. Vielen, vielen Dank. So. Genug gespampt. Wer ist es? Es ist Hey I'm Burn. Hey. Ist das... Hey I'm Burn. Ist das... Ein Omen? Weil der Berg abgebrannt ist? Wir haben es endlich geschafft. Und das erste Kind heißt Burn. Ist das ein Zeichen? Werden wir das Kind dazu benutzen, den nächsten Raum anzuzünden vielleicht? Das ist glaube ich ein Zeichen. Hey I'm Burn. Ist in der Kolonie. Childbirth Total Quality war nur 54%. Wow. Mads Medical. Oder Madsens Skill plus 5. This is bad. Naja. Ich würde sagen, alles gut gelaufen. Nein, greifen die an. Oh nein, die greifen an. Oh nein, die greifen an. Oh nein, die greifen an. Ich bin tot. Oh, die greifen an. Zufällig I'm. Nee, der kann kein I'm werden. Der kann nur I'm werden, wenn die Eltern noch I'm sind. Äh. Okay, Child. Ich glaube, das war's. Das war wirklich. Das war wirklich. Ich weiß nicht, wie ich die aufhalten soll. Die Zombies werden jetzt verschwinden. Alle. Und die greifen mich an. Oh, fuck. Okay, sie kommen. Oh, no. Ich hab grad den Berg fertig gemacht. Ich bin jetzt bereit zu bauen. Und jetzt sterbe ich. Wir können denn genau jetzt keine Zombies da sein. Für zwei Tage. Oh, ist das unlucky. Ich war endlich so weit. Oh Gott. Und genau jetzt verschwinden die Zombies. Wie kann man denn so unlucky sein? Fuck. 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 Big Deep ist auch down. Mein bester Kämpfer kann ich mal laufen. Weil er zu viel Schmerzen hat. Oh. Die frieren. Die frieren ganz langsam. Ich bin bei denen, ob ich aufmache und versuche mit dem Rocket Launcher rauszuschießen. Ich will eigentlich durch die Embrace mit dem Rocket Launcher rausschießen. Weil wenn die reinkommen, wird das richtig schwer für mich. Und eine Lanze will ich auch betätigen. Deswegen will ich eigentlich rausgehen. Scheiße. Wer von denen friert denn überhaupt? Der wird nicht frieren. Der wird nicht frieren. Der friert. Aber es dauert, bis er richtig friert. Der friert. Der friert nicht. Der friert nicht. Der friert. Und drei von denen frieren langsam. Und im ersten Zünder die Kanistern, wenn sie durchbrechen und ab in den Berg. Boah. Als ich würde alles verlieren, wenn ich das tue. Es frieren halt nur drei von denen. Und wenn die reinkommen, habe ich hier richtig Probleme. Wobei. Warte mal ab. Wo die kommen. Mein Problem ist, dass ich einfach die Leute alle schlechte Laune haben und zwei von mir down sind. Wie soll ich das lösen? Und Limes flippt auch. Okay. Drei von mir sind jetzt geflippt. Ich habe nur zwei Kolonisten. Matt und nimm dir. Big Deep und Katze sind down. Limes ist geflippt. Ey. Das ist ja mal kompletter Pain. Der hat zwei Krankheiten. Kann sie nicht bewegen. Genau dann hat Katze eine Geburt gegeben. Kann sie nicht bewegen. Das eine ist ein Kleinkind. Null Tage alt. Und Limes ist ausgeflippt. Ey. Jetzt habe ich nur noch Matt und nimm dir gegen Imperium. Genau jetzt sind natürlich keine Zombies da. Wie kann das denn so unlucky sein, dass alles zusammenkommt? Und dann wird noch jemand in die Abenteuerung produziert. Also, langsam schmerzt. Er ist es nicht gut. Ich bin nur noch ein Baby. Jetzt bin es immer noch ein Arsch an. Da sind die Abenteuerung. N assassina ich mit dem Abenteuerung. Und die Abenteuerung. Und da sind es sicher ganz einfach. Ah, ich bin doch ein Baby. Ich bin noch ein Baby. Und da bin ich bin. Das ist sicher bist du jetzt. Ich bin jetzt nicht gut. Ich bin noch ein Baby-Schmerz. Ich bin für Science trin. Und da bin jetzt... Ich bin ich bin. ich brauche mich zu und hoffe dass ich mich nicht finden zwei tage habe ich die zombies kommen die haben gott sein die wände draußen kaputt und zwei von ihnen prügeln sich nice die hassen sich tötet euch ich hoffe dass irgendwann die lust vergeht die haben sich auf jeden fall ein bisschen der mensch gemacht und die frieren ich muss hoffen dass sie erfrieren nachts wird es kälter alles draußen oh scheiße kommt oh nein das ist nur holz so Untertitelung. BR 2018 Oh Gott Geht einfach weg Bitte geht Gott sei Dank schießen die nicht Gott sei Dank sind es keine Breacher Wären das Breacher, hätten die Granaten dabei und Raketenwerfer Dann wäre ich schon tot Das sind die Heiligen Drei Könige zur Geburt des Kindes Das könnte sein Mein Glück ist, dass es keine Breacher sind mit Granaten Nutzt die Lanze, ich kann die Lanze nicht nutzen Wenn ich die Lanze nutze, dann muss ich rausgehen Geht jetzt auf gar keinen Fall raus Oh Gott, der hat Oh nein, der hat angezündet Oh Gott, das Anzünden ist Ist echt scheiße für uns Man, könnt ihr mal anfangen Zu frieren oder so Das ist super warm geworden draußen Fake Aim, danke dir für die 4, vielen für die Dank Oh, IFK, hallo, hallo Oh Gott, das Feuer ist natürlich jetzt uncool Was ist mit Big Deep? Und die hauen immer hin Wir haben wenigstens draußen die Mauern kaputt Jetzt ja wieder Arbeit kostet es aufzubauen Aber das ist okay Oh nein, kommt hier Rauch rein? Nein, das Kind schreit Und alle kriegen schlechte Laune Das Kind wird gefüttert werden Könnt ihr bitte gehen? Oh, Creed Today Drei neue WoW Erweiterungen Danke dir für den 15 Es wird gleich wieder dunkel Dann seid ihr wieder mehr frieren Ich muss noch eineinhalb Tage aushalten In eineinhalb Tagen Oh, hier oben ist gefährlich In eineinhalb Tagen Ich gehe mal kurz hier rein Und chill, chill, wenn wir eine Runde In eineinhalb Tagen Hallo Racing Tube In eineinhalb Tagen kommen die Zombies wieder Ey, da, okay, die machen mich fertig Weil das Imperium das Wort sieht Sind die eh alle entlassen Okay, wer von denen friert und wie doll Noahs ist minor Aber es ist so langsam Die Hyperthermia Weil es super, super warm geworden ist Tagsüber Ist die Katze gesund Freuzehn, ist der Mensch Ja, so sieht's aus Danke dir für den 14 IFK Vielen, vielen Dank, Leute Für die ganzen Subs heute Danke für die ganzen Support Danke, dass ihr da seid Danke, dass ihr zuseht Wie meine ganze Base gerade demoliert wird Und ich hier gleich angezündet werde Mann, ey, die hören auch nicht auf zu kommen Muss hier oben dringend zubauen Okay, sie kommen Aber das solltest du zubauen Sie sind Gott sei Dank nicht die Hellsten Nicht umsonst tragen sie Namen aus dem Twitch Chat Oh Gott, oh Gott, oh Gott Die sind fast drin Der ist zu schnell durch Schaffen wir nicht mehr Schaffen wir nicht mehr Der ist durch Okay, wir sind tot Scheiße Das war's Oh, die können nicht durchgehen, oder? Saved Da ist Lupul, aber die kommen nicht durch Oh, Gott sei Dank Gott sei Dank Hab ich diese restaurierten Wendegeschichten drin Ja, genau jetzt solltest du botschen Genau, jetzt hast du Jetzt solltest du botschen Oh Gott, dieser Hund ist fast drin Scholzi, hallo, hallo Oh, mein Stress Und die anderen wollen nicht aufwachen Aber Katze ist wieder wach Oh, ich kann das nicht mehr Aber Katze, okay Katze kümmert sich um das Kind Immerhin Ja, was bringt der das Oh mein Gott Das muss Das ist der blanke Horror Draußen stehen ganz viele Maskierte Männer Und kloppen auf unsere Wände ein Und drinnen schreit das Kind Und wir leben in der Kompletten Im kompletten Chaos Einfach Oh Gott Das ist maximal ein Chaos, ey Sogar der Aal Liegt einfach auf dem Boden Im Dreck Oh Gott Was warst du für ein Quest? Ich muss ein Camp zerstören Oh, ich komme nicht dagegen an Und gleich flippt nämlich auch Meine Charaktere Zapirium schlägt zurück Ja, true Musst du aufpassen Unten kommen die nämlich gleich langsam durch Oh Gott Die waren das auch kaputt Breached Wall Okay Fuck Fuck, 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 fuck Es wird Mein Raum wird immer kleiner Wo ich bauen kann Ah, es kommt immer mehr mit Knüppeln Die machen mit Knüppeln So schnell die Wände kaputt Oh, fuck Fuck Ha, 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 ha Hö, ha, ha okay 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 friert irgendjemand von euch langsam nein das geht nicht keiner friert richtig und die wollen nicht gehen alles kaputt gemacht und die kommen immer näher ich bräuchte halt limes dass der geflippt ist eine katastrophe lieben ist dann einfach 14 construction das schaffen wir nicht mehr zuzubauen ich habe auch keinen platz mehr langsam die steine rauszubringen die fliehen wir haben gesagt oh gott saved ist nur alles kaputt was wir besitzen aber die sind geflohen oh gott alter wir haben so lange gegen angebaut bis immer kein bock mehr hatten oh man ey war das hart das war sehr aufregend das hätte so nicht passieren müssen oh gott war das klaus das war ein richtiger psychoterror und stell vor du sitzt in einer scheißhöhle und draußen kloppen irgendwelche leute auf die mauer nur du weißt nicht was da passiert du weißt nur dass sie dich umbringen wollen das macht keinen spaß man es ist einfach alles kaputt das wieder aufzubauen wir kommen wieder wahrscheinlich ja wahrscheinlich kommen sie wieder so du kümmerst dich um das baby ja wer macht bei mir gerade denn überhaupt child care of 1 katze hat sie kümmert sich um ihr baby so könnt ihr mal langsam alle auf euer leben klarkommen big deep kannst du mal langsam gesund werden wieder aufstehen und arbeiten gehen lieben es kannst du aufhören auszuflippen ppa danke für die 100 bits vielen lieben dank ja müssen raus müssen wobei scheiß auf holz heute braucht man nicht mehr so viel ich baue gleich was anderes hier hinten hin ich baue jetzt gleich hier unten den generator hin falkstar ab in die eis tonne nach die ganzen wände bauen danke für die fünf euro vielen vielen lieben dank für die donation oh chat es lieb von euch das war echt aufregend es hat mich echt fertig gemacht das habe ich wirklich fertig gemacht ich muss diese scheiß holzwände hier loswerden wobei ich werde sie nicht los ich werde davor einfach noch eine andere bauen wir müssen jetzt hier erstmal raus gott du 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 gott das haben wir viele steine also ich brauche eine neue area die alte wurde herr gelöscht und dann machen wir erst mal nur nur stone blöcke und wir erlauben in der area von mir aus auch noch mal ähm korps aber keine gammelkorps yes million jahr vielen vielen lieben dank für den sieben dank für den rei montierer danke für 27 leute danke für die subs dann denke dass ihr da seid Someone turned into a zombie. Aber er sollte schnell wieder sterben, oder? Yes. Okay, Sunny, hallo. Hi. Okay, dann fang mal an zu arbeiten. Ähm, das wird hart. Das wird hart. Womit fange ich als erstes an? Power hatte ich verlegt, oder? Womit fangen wir als erstes an? Wir haben super viele Aufgaben. Ich glaube, den Außenbereich würde ich als erstes machen, Chad. Ich glaube, als allererstes mache ich mal hier... Ups, mache ich mal wieder den Außenbereich einmal wieder fertig. So, ihr dürft alle in den hohen Bereich. Ähm, tja, die müssen erstmal klarkommen. Wäre Zeit für Insekten. Alter, wenn jetzt Insekten kommen, flippe ich aus. Habt ihr eure Waffen weggepackt? Keine Lust, dass ihr euch gleich mit Waffen kaputt schlagt. Puh, übrigens hier so tolle Waffen lässt ihr einfach nicht rein. Ja, klar. Und bitte keine Insekten. Bin gespannt, wie du den Berg einrichtest. Ich auch. Ich würde so gerne damit anfangen. Hab gerade gehört, wie du aus der Wand kaputt gegangen bist. Ah, Food ist, glaube ich, noch halbwegs okay. Wie lange habe ich Zombie frei? Oh, ich hatte Combat Supply zu Besuch. Hab' ich gar nicht mitgekriegt. Ähm, ja, sollen die mal reparieren. Länger das Pathfinding beim Mauerbau. Ja, ich muss mir überlegen, wie ich das genau mache. Ich muss auch so gut, ob ich nochmal eine andere Mauer bauen oder so. Ne, wisst ihr was? Ich mach' die Mauer jetzt einfach komplett anders. Das kann abgerissen werden. Nimm dir angelt. Ihr müsst jetzt alle Brie aufbauen haben. Okay. Ich bauspiel' da Tageslichtlampe, ja. Transportport crashed. Wer ist abgestürzt? Terra Watch. Blutdurstig. Zehn Medizin. Sechs Intellekt. Acht Animals. Taugt der was? Also Medizin und Intellekt ist schon nice eigentlich, to be honest. Er kann die ganze Zeit researchen. Okay. Ich glaub' der ist not bad. Und ich glaub' ich krieg' so wenig Kolonisten, dass ich den brauche. Ich glaub' die brauchen wir. als jemand mit einem fischen bayern war mir die tür hier fertig wird wichtiger den brauchen wir okay terawatt brauchen wir wir brauchen den der ist der hat zehn medizin und der hat sechs intellekt ich brauche hier für research und ich brauche für den arzt die brauchen arzt ich meine leute liegen einfach flach weil ich keine guten ärzte habe wenn das der beste arzt mit vier ist sie brauchen wir uns brauchen wir die zombies kommen bald oh mein gott ich lebe einfach in dem größten loch überhaupt nicht mal die verteidigung zugebaut so katze wie geht es dir okay warum es schläft das kind da und die katze da ja das mit das wird überhaupt der beste medizin ist sagt schon sehr sehr viel darüber aus so terawatt was hast du überhaupt an das ist in ordnung wir machen erstmal reduce resistance 16 resistance okay bei noch ein paar tiere reinholen ja ich wollte zumindest mal den eisbären reinholen wir haben noch einen tag zeit das mache ich glaube ich mit matt mal wenn er gleich mal aufwacht so bringen wir den rein okay leben ist es wieder zu sich gekommen bringen wir die tiere rein zombies kommen bald ein eisbär hallo okay nehmt ihr baum hat diese wall als erstes bitte auf weil die hätte die zombies ab in die man da unten hin nein 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 bringen wir trotzdem dahinten boden alles fest wo ist eine gute frage soweit ja so wieder ein paar mahlzeiten willst du dann die mauer machen hast du da schon brücken ich baue eine komplett feste mauer ohne schießschaden was war keine schießschaden schießschaden kommen in die base wenn die durchbrechen kann ich noch ausschießen climate adjuster steht noch wir haben irgendwas von dem mecklaster irgendwas zerstört an einem alten aber wir hatten irgendwie fünf mecklaster hier stehen es ist ein bisschen dreckig hier ich glaube ich sollte auch ein bisschen holz reinholen oder ich habe noch ein großes tier in der nähe liegt noch ein großer bär schaffe ich dir noch zu holen das ist riskant was ich schon wieder tue auf dem heimweg und nimm mal die drei mahlzeiten mit ok big deep ist wieder zurück und nimm mal die drei twinkies auch noch mal mit so alle zu hause jetzt haben wir erstmal für ein paar tage zombies ich muss mal durchzählen 1 2 3 4 5 du kannst dein zimmer wieder zurück haben damit du nicht so wütend wirst das Bett baut kurz zu und fertig und ja genau wir können big deep gleich wieder konvertieren komm geh einfach in dein Bett ok konvertier dir mal kurz wir hatten jetzt wieder eine Religion er wollte sie nicht konvertieren lassen man lass dich bitte konvertieren ok will sie nicht kommentieren lassen 16 noch hast du mittlerweile eine Nahkampfwaffe? ne leider nicht ich glaube gar keiner tantrum big deep ok das geht gleich in die Hose ich sehe sie jetzt schon match stell dich in die Nähe er will den Fernseher zerstören einfach nur da ok er will den Megascreen Fernseher zerstören erlaube ich das oder erlaube ich es nicht? ich erlaube es nicht was zerstört er jetzt? machining table erlaube ich auch nicht was macht er jetzt? den Pastenspender man leckt mich dann gleich wie Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaub, der mag das Essen nicht Ich werd einfach den Fernseher zerstören lassen sollen Warum haben die sich jetzt geprügelt? Okay, der hat's einfach eingeschlafen Perfekt Stell dir vor, du willst was kaputt machen Und neben dir repariert einer das Ding schneller als du kaputt machen kannst Das ist noch frustrierender Ja, Drew Aber egal, wir haben's geschafft Okay Okay So, wir bauen jetzt folgendes Ähm Wir bauen jetzt einen Generator unten Einen Camp Fuel Ich glaub, einer reicht erstmal Und wir setzen das Camp Fuel unten hin Und bauen dafür Regale Und wir brauchen Licht Weiß nicht, wie weit die Lichter reichen Aber wir expandieren jetzt in den Berg Das reicht jetzt Ich kann nicht länger warten Dann brauch ich eigentlich Zumindestens hier Eine Wand Weiß, dass es ein großes Obst gibt oder so Oh Endlich wieder da Gemütliche Rimmelabende Hoffe aber trotzdem, dass der Urlaub schön war Es war mega schön, Schuh Hallo, wie geht's dir? Aber es ist auch wieder schön, hier zu sein Okay Das kämpfe ich nicht an einem Punkt lagern Ja, wo soll ich's denn sonst hinpacken? Ähm Geht erstmal nicht Ah doch, ich muss an die Steine ran Wo soll ich's sonst hinpacken? Ich glaub, das passt schon Okay Das Kind ist die ganze Zeit wütend Was ist eigentlich mit unserem Gefangenen? Den wollen wir haben Der hat auch schlechte Laune Äh, Warden Übernimmt alles Katze Okay Wie muss ich unser Kind im Chat auch anmeckern Und zurechtweisen? Auf keinen Fall Wir werden keine Kinder angemeckert Kurti, hallo Okay Viele Zombies sind da 13 bisher nur Es werden aber jetzt die nächsten Tagen mehr Wir bauen es den Bereich Und wir bauen vor allem jetzt auch diesen Bereich hier Das ist alles aus Granit Ich glaub, ich hab gar nicht mehr genug Granit dafür, oder? Wir bauen das jetzt, YOLO Ich brauche was gegen die Insekten Okay, hop, hop Oh Mann, ey Ihr macht mich so fertig Baut ihn einfach zu Lass den da dran verhungern Mir ist egal Tschüss Erinnert mich später wieder den Gefangenen rauszuholen Ich hab ihn einfach eingemauert Wir kamen jetzt keine Zeit, um Gefangene zu beschäftigen Jetzt seh ich erst Der Ruder-Weihnachtsbaum leuchtet wieder Ja, das war ich eigentlich gar nicht Ich war im Urlaub Und Natascha hat die Rudermaschine als Weihnachtsbaum dekoriert Als ich nach Hause kam, war sie schon so Jetzt hab ich nen Weihnachtsbaum Ich würd ja gerne voll viel rudern Aber ich kann nicht, weil es ist jetzt ne Weihnachtsbaum Das heißt, ich muss jetzt mindestens bis Weihnachten warten mit dem Rudern Scheiße gelaufen Kein nichts für Ich meine Schuld So, das alles Warte mal, das hier wird jetzt nur Camp Fuel Und es wird nur Waste So machen wir das Hallo Das ist Scholzi You crazy Oh je mini Hallo Die Grüße gehen raus Weil du bist grad Oh je Oh je Oh je Oh je Scholzi Danke dir für die 10 Gifte Zabs 25 Zabs Hast du geschenkt Scholzi Vielen, 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 vielen Vielen Dank Das ist mega, 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 mega Lieb Und sehr, sehr großzügig Vielen, 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 vielen Dank Küchenlöffel Hallo Okay Chat, wir versuchen das jetzt hier Im Griff zu bekommen Okay Einfach Legende, das Lied True Danke, Scholzi Also ein guter Gerät empfehlen Hab ich schon überlegt Äh Ich glaub, du fragst den Falschen Wer das sieht eigentlich gesungen Ähm Das war Fischkopp Und Kapuzenwurm als angeleitet Okay Es geht los Es wird aufgeräumt Okay Wir bauen jetzt auch hier In der Mitte mal die Skischaden Und da kommen dann auch die Türen rein Und kommen da gleich auch Granit-Türen rein Oder Bärne, hallo Konzept 2 ist das, was ich Profis benutze Konzept 2 ist die Standardmaschine, die du in jedem Fitnessstudio überall findest Ja Das, was ich habe, ist eine Water Rower Die ist halt aus Holz und mit Wasser Und ein bisschen leiser und so Äh Und sieht halt hübscher aus Und deswegen hab ich keine Konzept 2 Weil meine Bruder-Maschine, die guck ich hauptsächlich nur an Okay Wo kommt Schlafbereich, Wohnbereich Und wo kommt vor allem auch Wohnzimmer Es muss irgendwie nach oben hin Hm Was ist hier runtergekommen? Mörsershells In die Horas, hallo In die Horas, das freut mich Ganz viel Spaß wünsche ich dir Hab eine Konzept 2, kann man auch gut angucken Aber die kannst du gut an die Wand stellen, oder? Freut mich, dass die gefallen hat, in die Horas Danke Leise war wichtig Stell dir vor, sie wäre zu laut Dann würde den Stream stören Toxic Fallout Ist mir vollkommen egal Nee, ist es nicht so egal To be honest Die Tiere vergammeln draußen Ähm Okay Chat, wir gehen jetzt Wir gehen jetzt auf Hydroponics Wir müssen jetzt Lebensmittel anpflanzen Hab ich schon Hydroponics? Production? Haben wir schon, okay Äh, fuck Ich hab natürlich keine Tiefenbrunnen Oh Mann, ey Ihr habt recht Ich muss Wasser holen Ich muss Wasser holen Dann fangen wir mal an Holen wir mal Wasser Holen wir mal ganz viel Wasser Ich brauch mal endlich Ordnung, Chat Das macht mich fertig Dass ich keine Ordnung habe Hier Ich weiß nicht, wie viel ich brauche Ich hab meistens zu viel Wir haben jetzt 100 Flaschen Wie Matt einfach alleine Sie die ganze Zeit So die Twinkies reinhaut Und mit keinem teilt, ey Kein Wunder Dass die ganze Zeit Stress der Kolonie ist Denk an den Gefangenen Ja, noch flippt er Wenn er umkippt Chat, wie viele Flaschen Wasser brauche ich denn? Angeln könnte eine Option sein Im Worst Case Geben wir einfach angeln Das hilft uns Bis über die Runden zu kommen Ich baue gleich den Bereich Wieder zu, dass ich angeln kann Angeln hilft auf jeden Fall Jetzt habe ich 186 Flaschen Okay, ich mache 300 Flaschen Das sollte reichen Der Gefangenen ist wieder fit Zombies kommen 215 Flaschen 236 Flaschen 236 Flaschen Angenehm, du hast dir vorlaut Ich kann dir ein Dach drüber setzen Da gibt dir was zu trinken Oh, fuck Mein, oh mein Gott Mein Essen wird schlecht da drin Es ist zu warm Wird da drin Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Auf keinen Fall Kühl runter Oh mein Gott, oh mein Gott Nicht genug Strom Fuck Danke dir für die 14 Monate Okay Weiter geht's Wo kommt das ursprüngliche Gift her? Evolution Irgendwann mal hat ein Tier Irgendwas entwickelt Was giftig war Und dadurch überlebt hat Was keiner fressen wollte Und dann hat sich das vermehrt Und dann ging es weiter Also eigentlich simpel Einfache, simple Evolution Try and Error 100 Millionenfach Simples Simples 3 and Error Haben wir noch Granit? Ein bisschen haben wir noch Okay Alles ist Gift Das kommt immer auf die Dosis an Ja, aber so richtiges Gift Ist immer noch was anderes Okay, Chat Wir müssen auf jeden Fall gucken Dass wir jetzt an Lebensmittel kommen Try and Error Klick nach meiner Programmiererausbildung Äh, fühle ich Kriege ich irgendwo in den Berg hin Einen Kühlschrank zu bauen? Oh Mann, Scheiße Jetzt wollte ich mich gerade reinbuddeln Da ist mir wieder eingefallen Wenn ich mich reinbuddeln Dann ist da doch wieder Blödsinn drin Angst vor der Kontamination Aber die wird weniger, die Kontamination Okay Okay, okay, okay Also Chat, wir machen jetzt folgendes Wir wollen ja bauen Habe ich die Sonnenlampen erforscht? Was braucht eine Wand-Sonnenlampe? 650 Watt Wenn ich eine Wand-Sonnenlampe so baue Wie viele können da rein? Das hier, die Pläne können das mal weg So, warte mal Eine Wand-Sonnenlampe hatten wir Es war dann so So, glaube ich Und so Nee So Ist das richtig? Das wäre der Bereich für eine Wand-Sonnenlampe Yes So Äh, und wenn ich auf dieser Seite das baue Dann hätte ich hier dasselbe Hätte ich das so Das wären zwei Lampen Dann können sie in der Mitte durchlaufen Finde ich eigentlich gar nicht so bad Vom Design her mag ich das Bedeutet Ich könnte jetzt mit zwei Wand-Sonnenlampen An dieser Stelle Ich meine Allein sinnig die Hydro-Ponics zu platzieren Ist wahrscheinlich Kann ich die Visibility Ein bisschen runterstellen Ähm Oh Irgendwas, was Was, was super Egal, passt Äh So könnte ich fünf hinstellen So könnte ich zehn Hydro-Ponics betreiben Und wenn ich da Den Verlust eingehen will Kann ich noch eine setzen Wenn ich an Pfosten setze Kann ich mehr beleuchten Das stimmt Wenn ich die Sonnenlampe an den Pfosten setze Scheiße Kriege ich das aufgemeint Wie das aussehen würde Ich probiere es mal, Jet Ihr müsst jetzt mal einmal aufpassen Das sind dann Vier nach vorne Das wäre dann Ähm Vier nach vorne Eins Zwei Eins Zwei Drei Da in der Mitte sitzt die Lampe Ist das richtig? Ist das richtig so? So Ich glaube so ist es richtig, oder? Das heißt so, wenn ich da eine Wand hinsetze Könnte ich das so bauen Dann könnte ich, äh Ich glaube das ist ziemlich klug So zu machen Weil dann sparen wir Strom Auch wenn es nicht so hübscher sieht Können wir Eins Zwei Drei Drei Vier Fünf Es geht aber trotzdem nicht gut auf Sechs Sieben Könnten wir so betreiben Acht Neun Mit einer Ja, es lohnt sich schon Sieht zwar nicht so cool aus Aber wir können neun betreiben Mit Wenn wir die normal ran bauen Können wir nur vier betreiben Es lohnt sich komplett es zu machen So wird es schöner aussehen Aber so können wir nur fünf betreiben Und so können wir neun perfekt betreiben Ja, ja We should do it Das ist zu viel Hier können wir neun Bei der anderen können wir keine neun Was mit der normalen Sonnenlampe Die normale Sonnenlampe Braucht 2900 Watt Und geht natürlich noch Noch mehr Aber das ist zu groß Für unseren Raum Sogar 10 hundred ponics pro Sun wall lamp bauen Sogar 10 Bord ist die wand Und bauen sie dann da rein In dem Bereich kommt dann unser Essen erstmal Okay Braucht definitiv einen zweiten Generator Und ich brauche definitiv viel Kacke Mal gucken wie lange der Toxic Fallout anhält Ähm mit dem Gefangenen ist ein bisschen doof hier hinten drin Komponenten haben wir Gott sei Dank genug Jeder hat man noch 23 Okay Ähm ich brauche Türen Ich brauche dringend Türen Falls wir einen Insekten spawn haben Okay Scheiße Die Lampen müssen da weg Muss aber mal Strom verlegen Kümmern euch mal drum Ich komme auf Max 9 Ich glaube du kannst auch nur 9 Ich glaube 10 kannst du nicht Pilze war keine gute Option Also wir können noch nicht auf Pilze gehen Wir haben gar nicht die Religion dafür Und Pilze ist auch unfassbar aufwendig Und Pilze Fehlt uns auch ganz viel Und Pilze dauern unfassbar ewig Im Late Game können wir überlegen Auf Pilze zu gehen Jetzt aktuell können wir es noch nicht Wir gucken gleich mal wegen 10 Aber ich glaube nicht dass wir 10 machen können Ich glaube 9 kannst du Aber wir checken das dann nochmal Wenn die erstmal steht Bis dahin haben wir noch genug Ruhe Meteorit aus Stahl Der ist auch 100% kombiniert Das sieht schon ein bisschen besser aus dem Lager Na gut durch die Flasche wieder nicht Aber ich habe echt wenig Essen Ich habe noch 34 Mahlzeiten Ich habe zwar gleich zombiefreie Zeit Aber das hilft mir auch nicht wirklich Und ich muss den Raum noch warm bekommen hier Ich muss den gesamten Raum hier warm bekommen Machen die Dinger eigentlich Wärme? Generatoren ja oder? Pilze aufwendig Fungel Gravel aussehen und warten Äh Naja Du musst die Religion reformieren Allein das ist schon aufwendig Dann musst du den Bereich aushüllen Dann musst du die Kontamination wegbrennen Dann musst du Fungel Gravel machen Dann musst du die Pilze anpflanzen Dann musst du den Raum heizen Und dann dauert das ewig Äh da musst du sie anpflanzen Und dauert das ewig bis du sie ernten kannst Hat es nicht so mal eben irgendwo hingeschmissen Das ist schon ein bisschen Arbeit Ja der Widerstand wird gebrochen hier Aber es dauert ewig in dem Gefängnis Ist ja nicht so als wäre es geschenkt Nice Wir sind alle krank geworden Perfekt Wenn man ins Deathmenü geht Kann man sie einfach spawnen Ah ok verstehe Na gut wenn man so macht Dann ist es einfacher Mann Alle sind krank geworden Einfach alle Warum Fuck Ich werde verhungern Die Krankheit stört grad maximal Wow Wieso benutzt du die Glitzerwertmedizin Na egal In diesem Fall kannst du das noch einmal Mh Benutzt man für dich selber Glitzerwertmedizin Ich habe nicht viel davon Aber benutzt man auf dich Damit du mir gesund wirst Weil Ja Ist ein Schiss Ist der mir hier gleich stirbt Scheiße Ist doch nur eine Flu Ähm Es ist nicht zu unterschätzen Vor allem nicht Wenn du keine Medizin hast Und Self-Tent machen musst Wurde der Gefangene getendet? Natürlich nicht Ich glaube es werden nicht alle überleben Mann 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 Und es gibt draußen leider kein Essen mehr Wenn die Toxik vollaut nicht weg geht Werden wir einfach verhungern Das ganze Fleisch draußen ist vergammelt Es ist gerade Also wirklich viele Ereignisse Die sehr 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 beschissen für uns sind Uncool Und auf wenig Zombies draußen Falls es eine Raid gibt Und da haben wir ganz lange Zombie-Pausen Die uns aber nichts bringen Bei einem Toxic-Fallout Und wir haben kaum noch Mauern vorne Oh, Chat Das ist einfach Das ist sehr sehr gefährlich Haben nichts gesagt Wir gehen also doch 10 Wow Enter einfach voll klug, ey Der zweite kluge Mensch Heute schon im Twitch-Chat Wo kommt das her? Okay, Enter wirklich klug Ja, Funkanlage mit Stromversorgung Ist keine schlechte Idee Wir haben mehr als genug Strom Können wir vielleicht Essen kaufen Meteorit aus Marmor Ganz schön laut, ey Da oben, oder? Ja Wer kann denn vielleicht nochmal bei Nurse helfen, Katze? Ich glaube da gegenseitig Frisches, zartes Fleisch In diesem kleinen Bettchen da liegen Ja, ich glaube TerraWatt Wird leider nicht überleben Ja, wobei doch Ich hätte gerne TerraWatt in der Kolonie Ich brauche einen Arzt Der hat 10 Medical Er soll überleben Und in die Kolonie kommen Und einfach Arzten Wenn du den Kühlschrank in den Berg bringst Und mit der Abluft Den restlichen Berg heizt Ich habe ein bisschen Angst Dass es im Sommer dann zu warm wird Aber ich habe darüber nachgedacht Du warst lange im Urlaub Da haben sie unsere grauen Zellen Wieder etwas erholt Achso, das heißt Das heißt Wenn ich mal ein bisschen länger weg bin Und ihr nicht es angucken müsst Dann geht die Verblödung auch wieder zurück Nun Vielleicht ist da was dran Ich verstehe Das Einzige, was jetzt noch fehlt Ist, dass jetzt Insekten kommen Die Türen kann ich glaube ich auflassen Okay Hat Matt sich verarztet Ich check gleich mal Das sollte alles soweit passen Ist der Raum jetzt eigentlich schön? Ne, der ist immer noch ugly Okay, warte mal So, Matt 16, 15 Ja, ich brauche echt Glitzer-Weltmedizin Und weil dann jetzt eine 10-Qualität Recht hoch war Ich habe jetzt alle meine Medizin verballert Ein paar Trader wären gut Man passt sich dem Streamer an Das ist Zuschauer-Tru Oh, nice Hawaii Ich kann nicht erwartet von dir Was du lesen kannst Junge, wir hatten vorher super viele Steine Jetzt haben wir kaum noch Steine Denn natürlich noch Als wir hier irgendwie 5000 Steine hatten Und ich gesagt habe Alter, wir werden nie im Leben brauchen Die Steine, wir leben im Berg Alle Steine weg So schnell kann es gehen Musst du mir nichts auch wieder lernen Was musst du lernen? Darion, was musst du lernen? Junge, Matt, was ist los mit dir? Warum wird der Gefangene eigentlich nie getendet? Wie geht es eigentlich dem Kind? Das Kind entwickelt sich, glaube ich Hat noch keine Entwicklungs-Dings-Stufen und so Ab wann kann das Kind was lernen? Ab 3, oder? Oder ab 4 Was ist flu? Flu ist die Grippe Und glaub mir Die fucking Grippe ist nicht zu unterschätzen Holy shit Die schlimmste Krankheit meines Lebens War bisher eine Grippe Die Leute sagen immer Ah, ist doch nur eine Grippe Jo, nee, Alter Eine Grippe ist einfach Komplett Pain in the ass Ab 3, okay Ab 3 Jahre ist es ein Kind Und kann lernen, okay Und eine Network-Ingenieur-Prüfung In Asia Und danach bin ich auch wieder schlau Und darf nicht mehr herkommen Schlau Mach dir auch nichts vor Matt, gute Medizin Ja, ich könnte Pre-Shellf machen Das machen wir jetzt mal Aber Matt hat schon eine gute Medizin Aber ja, Pre-Shellf habe ich jetzt mal gemacht Ein bisschen Community Speed Ich habe heute erst meine Grippe hinter mir Zwei Wochen scheiß Grippe Der Priester hat mich auch schon besucht Ja, Grippe ist nicht ohne Wenige Leute haben ja auch tatsächlich eine Grippe Sondern nur eine Erkältung Also ich hatte halt so eine richtige Grippe Was ich in Thailand war Und ich hatte 41 Grad Fieber Und ich dachte, ich muss sterben Hat einfach keinen Spaß gemacht So, jetzt noch die ganze Glitzerwelt Medizin Da haben wir gleich nichts mehr Gute Besserung, Darian Das ist auch scheiße Definitiv Generell krank sein ist nochmal scheiße Alle Krankheiten sind kacke Einfach Gesund sein Beste Okay, ich habe ja wirklich keine Medizin mehr Also ich hatte halt wie gesagt In Thailand so eine richtige Grippe Eine richtige Influenza Und die Influenza Die hat mich einfach komplett zerrissen Ich war 41 Grad Fieber Ich war komplett im Delirium Ich war zeitweise nicht mal mehr ansprechbar Einfach halbtot Wie ein Zombie Sprichwörtlich wie ein Zombie Viele sind nur noch auf der Web Keine mehr Scheiße Also leicht Wir kriegen hier langsam wieder Ein bisschen Kontamination rein Kämpfe Generator an Ja, sollten beide an sein Laufen beide gerade Wir müssen doch gleich die Kacke reinholen Damit ich mehr Kämpfe herstellen kann Oh scheiße lucky Aber auf der anderen Seite Lieber durch Akamas krank sein Also jetzt so gesund bleibst Aber letzte Woche meine erste Grippe überhaupt gehabt Ende 40 und vorher nie gehabt Ich habe meine erste Grippe jetzt auch erst Dieses Jahr Ich habe meine erste Grippe dieses Jahr gehabt Also mit 26 das erste Mal Oh no, danke nochmal Für zwei Gifte Zaps Vielen, vielen, vielen lieben Dank Für insgesamt 24 Gifte Zaps Ganz lieb Vielen, vielen, vielen lieben Dank Ganz, ganz, ganz lieb von dir Tantrum Limes Oh, Tantrum ist gefährlich Warte mal Wollt ihr da irgendwas besonderes kaputt machen? Im Machining Table Ich bin überlegen, ob ich ihm das gönne Was kostet mich das Ding aufzubauen? Fünf Komponenten Oh, ungern Nimm das weg Was will er jetzt kaputt machen? Den Pastenspender Okay, geht der Scheiß hier von vorne los Oh scheiße, aber die beschafft das wahrscheinlich Ja, mach ich mal einen kaputt Und baue ich noch auf Ist okay 26 pro Meter Ey, was soll das denn heißen? Also jetzt kannst du direkt wieder aufbauen Also gut gemacht Ich hoffe, du bist stolz Auf deine Arbeit Puh Zahlendreher wohl eher 62 Ihr seid frech 26 bis mindestens 40 Ja, frech ist 26 brech weg Eher 46 Kann sein, chill sound Kann sein Nein, ich äh Ich bin Ich bin 36 Nein, ich bin fucking 37 sogar Ist mir gerade eingefallen Ich bin älter geworden im August 37 37 Wie viel Fuel habe ich noch? Ich habe noch genug Fuel Ich komme mit 30 Fuel für 6 Tage Und ich habe noch 300 Easy, Fuel passt noch 37 bin ich Holy, wann bin ich denn so scheiße alt geworden eigentlich? Irgendwie gefühlt von heute auf morgen passiert Plötzlich Prinzessin Ne Anders Der Film hier ist anders Als sie erwachsen geworden sind Plötzlich Prinzessin ist was anderes Aber da ist es auch über Nacht passiert Ja, Tür zu Generatoren aufmachen ist eine gute Idee Die werden aber gar nicht so warm die Generatoren 32 Grad geht sogar Plötzlich Streamer Soll ich noch verfilmen Oh scheiße, Essen Oh Gott Ich habe kaum noch Essen Ähm Okay Warte mal Dann fangen wir jetzt an mit Essen bauen So, das passt oder? Von der Planung her Okay Jetzt muss ich echt mal in Discord gucken Wie man das hinkriegt Dass man die da reinbekommt Also so fängt man an Warte mal Wie kriege ich jetzt 10 Stück hin? Ente ist einfach zu klug Ich bin nicht so klug Wie kriege ich jetzt 10 Stück hin? Wahrscheinlich so 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 Wie viel sind das jetzt? Drei Sechs Eins Zwei Vielleicht eher so Drei Sechs Sieben Acht Neun Ne, so auch nicht Aber so Sieben Acht Neun Hä? Warte mal Sieben Hä? Sehr kompliziert Die Lampe stört hier Okay Backpack 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 Es war einfacher Als diese beschissene Hydroponics zu bauen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ey jo Ich glaube es gehen nur 9 Ich glaube es ist Ich glaube das ist das was Ente gepostet hat Das ist einfach eine alte Version Modet funktioniert das nicht Es geht nicht Bin mir 100% sicher Dass das gar nicht geht 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Easy Okay ich habe keine Ahnung wie ich das hingeklatscht habe Das sieht voll scheiß aus Aber es hat geklappt So sieht besser aus Dann machen wir noch so Und dann sieht es auch besser aus First try 3, 6, 7, 8, 9, 10 Okay 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 Passt Da passt doch eine Banane hin Hast du die Banane gedreht Hast du die Banane gedreht Da passt noch eine rein Okay Okay wir bauen das jetzt auf Vielleicht nicht alle sofort Vielleicht machen wir erstmal 4 Das ist nicht symmetrisch Ja anders geht nicht Das ist schon okay Dann einfach ist in Ordnung Wo kommt der Vogel denn hin Für schnellere Ticks beim Wachstum Ja den Vogel bauen wir auch noch Macht diese Lampe eigentlich Licht Auch Ja aber nicht tagsüber Das heißt ich brauche hier eigentlich auch nur eine normale Lampe Das ist wie ein Volleyball True Mila Kann fliegen Wie die Wolken über Fujiyama Oder so Wieder am Ball Mein Bruder Jakob ist besser Chat Wir brauchen Heater Let's heat that shit up Das Links eins runter Wenn ich das so mache Ist das ein symmetrischer So besser Das ist ja Das ist glaube ich besser Ist punktsymmetrisch Okay Wow Jetzt wollen wir es nicht nur symmetrisch Aber auch punktsymmetrisch haben Vornehme Chat ey Batterien auch eine gute Idee Habe ich glaube noch nicht erforscht oder So haben wir schon Large battery Glaube ich baue eine large battery Stores a large amount of electricity for later use Charged Large batteries explode when exposed to rain or fire Yo Das ist gefährlich Wenn das hier hochgeht geht es echt ziemlich hoch Ich glaube da würden wir die nicht haben Die Batterien stellt lieber woanders hin Seitdem Kämpfe Generatoren für mich entdeckt habe Nutze ich fast gar keine Batterien mehr Strom ist eh immer da Also für die Sonnenlampe ist nicht verkehrt am Anfang Weißt du hast eine kleine Batterie reicht glaube ich erstmal für den Anfang Wollen wir nicht übertreiben Davon ab wie viel habe ich noch Okay Wie viel Stahl sollte ich noch genug haben oder Ja 1600 das passt Okay Krankheit sieht besser aus Ich kann vielleicht aufhören Matt dir gute Medizin zu geben Wie viel habe ich noch von der guten Medizin Vier Stück 45 52 Boah es kann doch eng werden bei Matt Mann das ist bei allen echt eng Scheiß Krankheit killt uns hart Kannst du mal den Gefangenen noch mal tenten Ne Matt kriegt noch einmal die gute Glitzerwelt Das ist mir zu gefährlich Ich habe keinen Bock dass der mit stirbt Noch eine Krankheit wir sind tot Weil wir nichts haben Lass den Heidus doch noch Platz für Batterien Ja Batterie kann ich umsetzen Das ist kein Problem Hier drin ist es auf jeden Fall viel zu kalt Wobei es geht 6 Grad ist sogar schon fast okay Warum einen Heater Kannst du nicht einfach über den Generator Die Hydrows bauen Es wird ja Also die geben schon ein bisschen wärmer Aber es reicht noch nicht Es sind draußen minus 14 Grad Der Raum ist 6 Grad Ich brauche trotzdem noch ein paar Heater Aber wir werden probieren den Kühlschrank reinzubauen Dafür muss ich aber abfackeln Denn mein Plan Was haltet ihr von diesem Plan Chat? Guckt mal Passt mal auf Passt mal auf Ich zeige euch jetzt einen Plan Und der folgendermaßen aussieht Habt ihr eure Ohren gespitzt? Das hier wird der Bereich werden für Grünzeug Ich brauche irgendwie eine andere Form Das ist ein Rektangel Das machen wir Das ist unser Grünzeugbereich Hier werden wir anpflanzen Um Essen zu haben Hier oben Wohnbereich und Essbereich Das heißt das Grünzeug muss in einen Pastenspender rein Und das bedeutet wir machen folgendes Wir machen von hier Da kommt der Pastenspender hin Das ist der Pastenspender Und hier entsteht ein Raum Und zwar so Entsteht hier ein Raum Wo wir Einen Kühlschrank reinbauen Und dann bringen wir Von hier unten Direkte Lebensmittel hier rein Und von da aus essen sie Das heißt die laufen nicht immer wieder in den Kühlschrank Sondern von hier aus nehmen sie nur das Essen raus Und von hier unten wird reingelegt So machen wir das Was haltet ihr davon? Das heißt hier können sie morgens aufwachen Auf dem Weg zur Arbeit sich das Essen rausholen Hier Essen Dann direkt in den Arbeitsbereich hier unten hin Hier kommt glaube ich Arbeitsbereich hin Hier so Schlafquartiere Hier Wohnzimmer Hier Arbeitsbereich Hier Mahlzeiten Hier Kühlschrank Und wir können dann für die einzelnen Leute Hier an den Seiten Einzelne Schlafquartiere machen Für die die einzelne brauchen In den Berg reinhauen Können wir dann hier So Und dann können wir natürlich Hier weiter nach oben expandieren Wenn wir brauchen Die Abluft vom Kühlschrank würde ich für Wärme nutzen dann ja Ich würde die Abluft des Kühlschranks würde ich probieren für Wärme zu nutzen und dafür die Batterie auszumachen Aber ich hoffe dass das im Winter funktioniert Ohne Pain verstehe ich den Plan nicht Dann als Hallo Kühlschrank Insekten sicher mit hohen Minusgraden könnte man machen ja Die Insekten können wir mal rauslocken Wenn Insekten in irgendeinem anderen Raum spawnen Dann locken wir die raus Die neuen Räume ist kontaminiert Ja Das heißt die neuen Räume müssen wir freimachen Anzünden Du willst ein Lager einrichten Lager kommt wahrscheinlich Hier mit hin Wir werden diesen Bereich wahrscheinlich erweitern Für Arbeit und Lager Wir haben Platz im Berg Und hier kommt Verteidigung hin Das hier wird alles Verteidigung werden Dann kann das Kühlschrank werden Ich meine ich kann auch den Arbeitsbereich woanders hinpacken Aber das müsste ich nochmal expandieren Also wir können natürlich sagen wir machen wenn wir hier Schlaf und Essbereich haben Dann können wir natürlich auch hier oben irgendwie Hier in den Arbeitsbereich hinkreist dann Mit dem Lager in groß Können wir natürlich auch machen Aber ganz ehrlich wir haben gar nicht die Energie jetzt Wir können es nicht perfekt machen Weil perfekt würde bedeuten wir müssen jetzt schon alles bauen Das können wir nicht wir haben gar nicht die Ressourcen Jetzt alles auszubrennen und groß zu bauen Wir müssen das Step by Step Wir bewohnen erstmal das hier Es kann sein dass wir später wieder alles umbauen Das kann passieren das ist okay Das ist kein Weltuntergang Aber wir nutzen erstmal die Fläche die wir haben Wir bauen jetzt erstmal hier ein Lager rein Mit Arbeitsbereich Wir bauen hier jetzt den Tisch Wohnzimmer machen hier ein paar Betten hin Und fangen an dass wir ein paar Lebensmittel haben Dann holen wir als nächstes den Kühlschrank irgendwann mal Und wir werden uns immer weiter voran arbeiten Wir können jetzt nicht alles groß planen Das haben wir gar nicht die Ressourcen zu das jetzt zu machen Wir verhungern gleich Das ist der Plan Norshi Danke dir für die 30 Vielen, vielen Dank für den langen Support Ist das Süd nicht kontaminationsfrei? Frei ja Aber generell haben wir hier kaum Kontamination Hier unten ist kaum noch Kontamination Also hier wird noch viel sein Aber hier war sehr wenig Kontamination Und wir haben hier auch Komponenten drin Also hier unten könnten wir sogar eher noch einbuddeln ohne So Okay Aber lasst uns erstmal in dem Bereich bleiben, wo wir sind Weil der Koloniewert geht in die Höhe Randy wird nicht schwächer Die Rates werden nicht kleiner Vor allem die Mechs werden gefährlich Ich habe nicht mehr vernünftige Munition Wir kümmern uns jetzt um Essen Wir kümmern uns jetzt um Munition Und dann überlegen wir, wie wir das schön bauen können Was macht die Kontamination? Haben wir noch nicht rausgefunden Die kontaminiert deine Kolonisten Aber es wird immer stärker Wir haben nur nicht rausgefunden, was sie mit dir am Ende macht Äh, das werden wir irgendwo tun mit dem Versuchskaninchen Aber aktuell versuchen wir es natürlich zu vermeiden Weil es wird nichts Gutes sein Davon gehe ich schon mal aus Es ist eine Zombie-Welt Und du bist kontaminiert Damit, egal was es ist Das wird nicht gut sein Wir werden es hoffentlich irgendwann mal rausfinden Was genau das mit uns anstellt Yes, Jet This is the plan for now Schläft Randy Ey, Randy hat schon einiges gebracht Ey, Leute, wir haben Draußen ist gerade alles grün und Toxic Fallout Oh Randy ist, ich bin krank Was wollt ihr denn noch? Was wollt ihr denn noch? Kann man desinfizieren? Äh, ja, mit Feuer Mit Feuer kannst du Kontamination beseitigen Also entweder du Verbrennst Den Boden Zündest ihn an Dann geht Kontamination weg Oder du verbrennst deinen Kolonisten Dann geht seine Kontamination auch weg Aber das habe ich noch nicht getan So Äh, wir pflanzen an Reis Wer macht von mir überhaupt Grow? Mann, Matt ist der Beste mit 5 Das ist doch traurig Scheiße Ich habe auch niemanden, der pflanzen kann Was ist mit dem Gefangenen? Der auch nicht Eins Oh mein Gott Ich habe einfach niemanden, der pflanzen kann, Jet Okay, Matt Das ist, glaube ich, die letzte Glitzerwelt, die du bekommst 83 Ten Quality Okay, das muss reichen Oh, ich hoffe, dass das reicht Schaffe ich mit ihm einmal anzupflanzen? Die ersten Räume sind leicht kontaminiert Wenn ich das richtig sehe, breitet sich das aus Es breitet sich aus, ja Es breitet sich ganz leicht aus Wenn sie über die Kontamination hin und her laufen Dann breitet sich das leicht aus Aber es geht auch zurück Es war mal höher Ich verbreite das noch ein bisschen Ich glaube, das hält sich alles gerade noch im Rahmen Anpflanzen kann jeder das ernten Das ist das Wichtige True Dann soll mal Big Deep auch mal mithelfen Was haben wir denn? Wo ist denn überhaupt unser Reis? Oh mein Gott Oh mein Gott Wurden die Reissamen wieder kaputt geschlagen? Nein Ich hatte doch Reissamen gekauft und Kartoffelsamen Wurden die wieder kaputt geschlagen? Oh nein, ich flippe aus Nee Nee Wir haben noch 30 Oh Oh In die Hose geschissen Kurz Aber alles wieder gut Saved Fuck Ganz ehrlich, ich brauche die Batterie gerade noch nicht Ich glaube, es geht das mal ohne So viel Die 600 Watt Die Teile produzieren 2000 Watt Genug Strom Hier kann ich auch dekonstrukten Wer ist die Versorgung aus dem Berg bekommen? Ein großer Brand Alles abgefackelt Ausgebrannt haben was Okay, sieht gut aus, passt Ähm Warum kann ich da nicht anpflanzen? Wir haben Indoor schön 20 Grad jetzt hier drin Growing Season here Warum kann ich das nicht anpflanzen? Fuck Fuck Nein Ich habe vergessen, dass ich mit Hygienemod spiele Die brauchen Wasser Und ich habe nicht mal eine Wasserpumpe Die brauchen eine Wasserzufuhr für die Ich meine, das sind Hydroponics Die heißen Hydro Die brauchen natürlich Wasser Oh fuck Und ich habe kein Wasser Okay, wir bauen einen Brunnen Wo haben wir Wasser? Brunnen 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 Water Well Es kann ruhig toxisches Wasser sein, hoffe ich mal Das können wir hier oben machen Setzen wir hier in die Ecke direkt Und dann können wir später von Haus Wasser verlegen Okay, das ist okay Wasser Brunnen Pumpe Okay, okay, passt, passt Alles gut, alles gut Saved Saved Keine Probleme Nichts ist passiert Gripe, danke dir für den siebten What up? Vielen, vielen Dank Okay, Wasser Haben wir gleich auch Aber ich spiele auch mit der Hygienemod Du brauchst kein Wasser an den Hydros Das ist richtig Das kannst du aber einstellen Du kannst einstellen Bei Mod Options Bei der Hygienemod Kannst du einstellen Hydroponics brauchen Wasser Powered growing buildings like hydroponics have water tanks That require filling from pipes Plants die from lack of water instead of power But water tanks only fill when the building is powered Was ich ziemlich cool finde Weil es macht Sinn Weil hydroponics ist am Ende nichts anderes Außer ein riesiges Wasserbehältnis Wo Sachen drin wachsen Deswegen finde ich das cool Dass du das in der Mod auch mit Wasser dann hast Du brauchst Strom und Wasser Und am Ende ist es in echt glaube ich auch so Hallo Komm rein Hallo Ja Mit Hascha gerade eine große Sternenschnuppe gesehen Ich glaube das Meteorit runtergekommen Das war bestimmt aliens jetzt auf dem Planeten kommen So eine richtige Sternenschnuppe Hast du dir was gewünscht Hast du dir gewünscht Dass ich mal einen Rimwood Run schaffe Ich hatte nein gesagt Sie glaubt nicht an den Rimwood Run Chat Sie sieht eine Sternenschnuppe Und wünscht nicht mal Dass wir einen Rimwood Run schaffen Aber du glaubst an mich Als willst du dich wieder einschleimen Crusher danke dir für die Neunten Danke dir für die Neunten Sprengkopf hallo Was sind das denn für Wände Die du da gebaut hast Äh Da sind Skischaden Da kann man durchschießen Das ist unsere Äh Unsere Anlage Um uns jetzt verteidigen Sport war gut Ja Jetzt hast du Wochenende Gehst du jetzt was futtern Dann geh mal was futtern Macht dir was leckeres zu essen Ich will dich loswerden Und dann gehst du auf den Sofa Warum ich dich loswerden will Weil Du bist schrecklich niedlich Weil Du bist wirklich niedlich Aber ich muss nicht trotzdem loswerden Weil ich gerade eine Kolonie versuche aufzubauen Vielleicht mag der Chat dich aber halt Der Chat mag dich nicht Warum stellst du viele doofe Fragen Äh Chat warum mögt der Tasche nicht Ich weiß es jetzt wissen Ich weiß es nicht Wie viele Kanalpunkte Mit der Tasche gegen die Sätzen Weiß ich nicht Alle Ich hatte die so viele Ist das von der Mod Ja das ist von der Mod Sprengkopf Von der Es gibt eine Von der Combat Extended Mod Da sind die drin Die verändert aber ganz viel Aber es gibt auch die Embrace Mod Da hast du nur die Schießchart Da kann man durchschießen Aber die Gegner können auch durchschießen Wir ziehen uns da nicht mit rein Wir würden nicht jederzeit Gegen die Tasche tauschen Wir sind nur wegen der Tasche hier Denkst du wegen dir Du bist lieblich Ja so Aber jetzt muss ich wirklich Weiterspielen Okay Ich hab dich lieb Schatz Guten Appetit Das sage ich nur um dich loszuwerden Ja Tschüss Okay So Weiter geht's Schauen wir die alte Ziege los Okay Ähm Wir müssen jetzt den Brunnen bauen Und wir müssen die Pumpe bauen Und hoffen dass wir dann anpflanzen können Ey Schandi Danke für die 20 Unterstellung Und danke dir Für die 58 Danke für den ganz langen Support Vielen, 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 vielen lieben Dank Vielen Dank Jeder auf die Couch Natascha spielen weiter Oh Gott Natascha Das wäre kein Spiel für sie So Okay Weiter geht's Wir bauen jetzt Äh Oh Mann Scheiße Wir fehlen mir Nee Komponenten Ich hab die ganze Zeit Angst Dass wir die Komponenten ausgehen Aber wir haben noch 12 Flat Screen TV mal aufstellen Ja wir machen hier oben gleich ein Wohnzimmer Und stellen wir den da hin Ähm Wir müssen auch folgendes lernen Lernen sei schon Chat Wir müssen folgendes machen Ähm Ich wollte gerade checken Was Beauty sagt Beauty ist hier nämlich ugly Wir müssen anfangen den Boden zu glätten gleich Aber erst wenn wir es angepflanzt haben Ein Satz und rip what Wie what happened Du musst folgendes lernen Überzeugend zu sagen Ja Schatz Du hast recht Schatz Ich liebe dich Schatz Wenn du das schaffst Dann hast du deine Ruhe Nee Ich will ja Ich will ja manchmal gemeinig sein So Sollen wir schon mal anfangen zu glätten Mann warum ist die Stimmung denn von Big Deep Schon wieder so schlecht Serious Pain Intombed Underground ist ein Problem Chat Das ist echt ein Problem Ich muss die ab und zu draußen rumstehen lassen Aber die wollen nicht draußen rumstehen lassen Scheiße Ich brauche alles Underground Das ist ja das Beste Wir brauchen die Stubenhocker Du musst halt ewig rumstehen bis es weg geht Baby crying minus 8 Wow Greediful impressive bedroom Oh man das nervt weil die anderen hier drin liegen Toxic Fallout Oh scheiße Kannst du ja wieder rein Nee habe ich nicht gesehen Tonino Muss ich mal angucken Habe ich noch nicht gesehen Schokoyote hallo Naja Ich muss ja auch die Religion noch verändern Dafür brauche ich von Katze Aber gleich nochmal Okay Ähm Haben die Dinge jetzt Wasser? Haben wir hier Okay wir haben Wasser Ich glaube wir können jetzt anpflanzen oder? Warum kann ich immer noch nicht anpflanzen? Hä? Scheiße Ich brauche noch einen Tank Meditation zu eurer Stock später setzen Ja später können wir die draußen hinsetzen Gute Idee Tiny Badger Hallo Gute Klamotten brauchen wir auch Toxic Fallout und Feeling Trapped Inside gute Kombo Ja das ist echt true Ne die Pumpe hat schon Strom Wir brauchen aber Äh so ein Ding Wir brauchen ein Wasserbehältnis Ein großes Das heißt ich brauche jetzt hier erstmal Wir müssen erstmal ein Rohr verlegen So Oh Raid No No Ein Breach Raid Und keine Zombies Oh mein Gott Wait Wann kommen Zombies? Oh man Es sind eigentlich immer Zombies da Kommen die sofort? They're taking immediately Oh scheiße Es sind Breacher Okay Aber das sind alles Ein paar Bogenschützen Nur ein Bogenschütze Oh fuck Oh nein Und alle sind doch krank Ich warte bis sie durchkommen Und dann badere ich die hier durch ab Dafür muss ich das Teleskop Auf jeden Fall reintragen Okay Okay Ja nachdem ist ja das Bombe Ne die will ich behalten Ja nachdem ist ja Okay Okay. Oh, scheiße. Es geht los. Scheiße, Türen zu machen. Oh, okay, 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 okay. Let's go. Türen verbieten. Matt, nimm deine Knarre. Wie viel Schuss hast du noch? 14 Schuss. Big Deep. Nimm deine Knarre. Flip mir nicht aus. Limes, du hast keine Knarre. Du dekonstruktest das hier. Katze. Du kannst einfach schlafen. Nimm dir. Du kannst schießen, aber du hast einen Rocketwerfer. Ich nehme nicht den Rocketwerfer, ich nehme die Shotgun. Lad durch. Okay, sie kommen. Das Gute ist, dass wir die Shisha hatten hier haben. Oh, da sind die schnell. Okay, die sind drin. Oh, da sind die schnell drin. Okay, okay. Oh Gott, sieh die Schnee. Okay. Oh Gott, sieh die Schnee. Alter, sieh die schnell drin. Die Shisha hatten fallen so schnell. Holy shit. Und die Türen auch mit zwei Hits. Oh, die haben hier 21 Medizin gebracht. Ja, die haben extra Breachhammer. Die Dinger sind halt super hart. Da kommt der nächste. Laserblume. Down. Hygienisch. Bodymodel. Uuuuuh. Oh mein Gott. Laserblume, Neandertaler. Das erklärt wirklich vieles. Ähm. Aber Plans. Neun. Ähm. Okay, fuck. Warte, 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 warte. Pur Intellekt ist halt... Aber... Ich will nur überlegen, ob ich vielleicht Laserblume aufnehme. Nahkampf Neandertaler ist ziemlich geil. Gegen Insekten. Weil Neandertaler halt einfach auch strong melee und robust sind. Dann ist Deadfest flippt nicht so häufig. Und Bodymodel ist halt auch cool. Und Plans Neun ist halt nice. Ich hab niemanden, der pflanzen kann. Ich bin da so doof, weil du mein großes Vorbild bist. Ja, sind wir die anderen ein bisschen doof. Äh, ich glaub ich bin... Äh, und ist auch weniger, nur 80%. Ich will überlegen, ob ich Laserblume aufnehme. Aber dann haben wir jemanden für Pflanzen. Und Nahkämpfer. Ja, wir nehmen Laserblume auf, wenn Laserblume aus überlebt. Okay. Aber wenn die Aggro wird, zerlegt sie dir fast alle. Aber das Ding ist, die ist halt zumindest steadfast. Die Mental Break Trashhold ist halt geringer. Deswegen hoffe ich, dass sie einfach nicht so oft flippt. Aggressiv. Oh, die kämpft aber häufiger. Und ist halt robust und strong. Ich weiß es nicht. Muss ich Angst haben? Oder Laserblume? Ah, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Steck sie nicht zu mir, die Bonk mich kaputt. Ähm, alles kaputt gegangen ist schon wieder. 14 Resistance. Oh fuck, ja, ich muss die Köpfe abtrennen. Muss ich das bei denen auch machen? Das mache ich automatisch. Ich schlachte jetzt einfach. Okay, nimmt ja der Wadelköpfe abgeschnitten. Der hat, glaube ich, einiges gesehen. Der hat da keinen Bock drauf. Ich muss allemal von meiner Religion überzeugen. Aber 21 Medizin ist nice. Oh scheiße, ich vergesse Laserblume zu tenden. Oh man, ich weiß nicht, ob ich Laserblume schaffe zu holen. Aber wäre schon nice. Mag sie uns irgendwie alle? Hm, hat sie irgendeine Rival in der Kolonie? Mad Eagle, Rivale. Bleiben die immer Rivale? Fuck, ey. Oder nur jetzt? Ein bisschen Angst vor Laserblume. Okay. Oh mein Gott, es wird super schwer, alle jetzt zu holen. Ich hoffe, die mögen Menschenfleisch. Ist hier Human Meat erlaubt? Ich erlaube bei sämtliches Meat. Ist mir egal. Weil ihr dürft jetzt alle Menschenfleisch essen. Die, die es nicht mögen, die müssen jetzt lernen, es zu mögen. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ich hab hart dafür gearbeitet. Kissdorf, hallo. Ich war leider nicht bei der Statue vor Ort, aber der Name steht drauf. Ich hab ein Video gesehen, wo da drauf steht. Können wir uns aber gemeinsam nochmal angucken. Ich werde ein bisschen über den USA-Trip wahrscheinlich morgen oder übermorgen berichten. Wahrscheinlich eher übermorgen, weil ich nicht glaub, dass ich morgen schaffe, die Präsentation fertig zu stellen. Aber ich werde darüber berichten, über den Trip. Yes, yes, yes. Ähm, wer mag kein Menschenfleisch? Ich glaub, er mag kein Menschenfleisch. Mimdea? Nein. Und Big Deep? Auch nicht. Schaffe ich, Big Deep zu konvertieren? Let's go, YOLO. Matt flipped sofort. Scheiße. Wir bekommen eine Powerpoint. Ja, ich werde über den, äh, für die, die es interessiert, ich werde über den Urlaub, USA-Urlaub, äh, werde ich, äh, mal ein paar Fotos zeigen und euch erzählen, wie es so war für mich das erste Mal in der USA. Äh, yes. Und dann schockt man Rimbled. Yvi, hallo, hallo. Äh, ich hoffe morgen, vielleicht aber erst am Sonntag. Ich erinnern uns das aber im Discord. Okay, wir haben, ähm, geschafft, Big Deep zu konvertieren. Das. Ich steck mich am Arsch. Yo, OneFactory, danke für den Raid. Hallo, hallo. Ich hoffe, dass du schön streamen. Mein moin. Crisis of Belief. Oh Gott. Gott sei Dank. Der Richtige. Mann, ey, was ist denn? Es erweist sich grad wirklich ja sehr, sehr schwer. Ich krieg meine Stimme nicht unter Kontrolle. Warte mal, Big Deep brauchst ein eigenes Zimmer. Ich glaub, wenn ich die Krippe raustrage, dann wird es besser. Katze, warum bist du so schlecht drauf? Was ist bei dir falsch? Murderous Rage. Murderous Rage. Das ist nochmal gut gelaufen, I guess. Oh, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dreimal gestorben, Produktson, Boyd. Scheiße. Fernseher aufstellen für Stimmung. Ja, okay. Wir kriegen jetzt hier volle Dröhnung. Warum, was geht denn da nicht an? Oh, fuck. Nicht genug Strom. Ich glaub, ich brauch doch die Batterie. Die Wände. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Matt ist draußen. Nein, komm wieder rein, schnell. Oh nein. Kommt her, du musst ihn gefangen nehmen. Er muss ihn gefangen nehmen. Oh, ist das eine Katastrophe hier alles. 40% Chance. 75% Chance. Oh, Mann, Mann. Jetzt hat er die mich weggeschmissen, oder was? Oh, Mann, 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 Mann. Oh, Mann, 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 Mann schauen ob die was gutes haben ja wenn sie schaffen zu mir zu kommen ich glaube jetzt aber nicht raus um draußen zu traden also die flippen ist gerade alle ich muss das kind wegtragen das kind macht mir schlechte laune aber ich kann das kind nicht wegtragen okay das kinder nicht wegtragen die tür um ist zugebracht ja ein kompletter noob ja kenne ich kenne ich aber einfach weiterspielen das bei sombreit einfach lernen mit der zeit kommt das schon alles wir machen was jetzt hierzu die beiden türen vorne kann ich offen lassen ich will immer im raum bleiben du bist voll am heulen wie alt bist du jetzt zwei okay 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 warte mal meds grippe hat er gleich geschafft alter 91 zu 97 und das trotz der guten medizin big deep hat gerade die grippe überstanden der hat noch die sensory mechanitis ich habe einfach alle sind krank oder verprügelt worden wende oh ja wende von die schießscharten das ist uns echt kalt hier drin und zählt alles als hässlich ich nehme einfach jetzt stahlwände die gehen schneller besser besser katze tenden ja das kann man machen wie viele krankheiten noch man kann man fakt ist shit ja der drei krankheiten bro drei krankheiten der zwei sind aber alle so krank okay ich habe aber immerhin jetzt ein bisschen medizin gekriegt oh mein gott mein essen ich habe menschenfleisch gekriegt was ist das okay die schießen hier oben oh gott oh gott oh gott oh gott hier habe ich kurz erschrocken ich brauche essen das schöne an den drei krankheiten ist dass er eh nicht mehr aus dem bett kommt und somit nicht austicken kann die werden gleich echt alle nur im bett liegen oh nein oh nein oh nein nein come on die müssen mich jetzt beruhigen das geht so nicht mehr wenn jetzt wenn jetzt wirklich eine infestation kommt bin ich einfach tot please don't liegt das an der verseuchung nee nee das liegt nicht das ist einfach nur pech und dann gehen die zombies weg gleich es hat mich erwischt es hat dich erwischt und keiner hilft dir hoch ich habe nicht mal gute munition ich habe das gefühl ich mag gar keine fortschritte mehr was mit meinen beiden gefangenen was mit laser blume ich komme nicht mal voran nur ansatzweise die resistance zu reducen ich weiß ob ich mit denen schreden will muss ich mit denen schreden ich weiß ich habe angst rauszugehen jetzt ist matt noch geflippt ich habe angst rauszugehen ich habe angst wenn ich rausgehe ich probiere es mit katze ganz schnell matt kommt schon angelaufen ganz schnell ich weiß katze kriegt scheiß preise ist mir jetzt egal die haben medizin 14 stück die sollte ich kaufen wenn ich kann ich verkaufe das ganze promietheim ich brauche jetzt eh nicht ich kaufe ich hol mir später neues wenn ich es brauche ähm ich verkaufe das die fuel cells wenn sie nichts wert sind platz im lager ich verkaufe die ganzen feile ich verkaufe die komische 7,39 ap muni die 5 4 behalte ich noch ich verkaufe die nein die behalte ich auch ruhig noch mal die fiber corn behalte ich potato rice seeds ich kann die ich kann die ganzen bridge extra glaube ich verkaufen aber wenn ich dafür nicht viel kriege da hast du eine boomerloop ja aber ich kann jetzt keine boomerloop aufnehmen ich habe gar kein essen sperr verkaufe ich ich verkaufe die pistole den bogen ich verkaufe die schrotflinte ich verkaufe diese schrotflinte ich verkaufe die pkm will ich eigentlich behalten molotovs behalte ich die mafalo jacke verkaufe ich und ich habe 186 gold jo Leute ich könnte einfach mal 100 gold verkaufen ich brauche eh nicht so viel gold und ich kann dafür stattdessen vielleicht ich kaufe die ganze medizin was kaufe ich noch was ist für uns gerade sehr wichtig ich könnte noch mehr reissaat kaufen oder soll ich hier rutsch kaufen wobei nähe vielleicht mehr als reis moni von der aphe kann ich mal 300 stück von mir aus kaufen stimmt hier wird kann ich eh nicht anbauen pflanzen boah ein mono sword wäre nice aber kann ich mir ja nicht leisten falsche muni die 7,6251 ist doch die richtige für die waffe die ich habe oder ich habe doch diese waffe hier die ich gerade verkauft habe eine von denen habe ich doch äh die pkm 7,6254 das ist glaube ich die richtige davon habe ich dann zwei stück smoke leaf ey wenn die kiffen kippen die immer alle um 7,6254 7,6251 oh scheiße wie ist das aber davon habe ich nicht mehr so viel oh ich hoffe ich darf nochmal 300 schuss ist zwar nur eine sabit und keine aphe aber ist okay ich habe gerade noch gerettet ja es wären 100 silber gewesen das wäre jetzt kein weltuntergang hätte ich nochmal neu kaufen können ähm was anderes brauche ich nicht mehr oder ich glaube ich belasse es dabei wann bekommen wir stellaris zu sehen äh ich hoffe azab zumindest hätte ich auch mal lust das azab zu machen ok zusammen ne scheiß drauf reicht jetzt ich baue zu ist es mir gerade wichtig einfach zuzubauen äh bevor er jetzt noch Katze hier draußen flippt und alles untergeht was macht Matt denn da warum läuft er mal ein Stück und liegt wieder schlafen das ist ja verwirrt ach was für eine Frage ok während das Kind weg ist kann ich dann das Bett wegtragen Junge es kann auch einfach keiner das Bett tragen so hast du jetzt dein eigenes Schlafzimmer bist du wieder ok er hat wieder sein eigenes Schlafzimmer und das geht gleich weg oh es dauert noch drei Tage stellaris im September äh ist ja kein Tag auf seiner Wand ist die Armour Penetration hier wohl nicht alter Armour Penetration ist hier alles wie gesagt doch Essen kaufen die hatten aber kein Essen die haben kein Essen verkauft Essen kaufen ist ja äh nur dann möglich wenn jemand auch Essen verkauft Zombies töten vielleicht Mammuts das Problem ist dass draußen ein Toxic Fallout ist und deswegen gibt es kein lebendes Tier draußen alle Tiere sind tot es gibt kein einziges Tier wegen dem Toxic Fallout oh fuck die sind komplett aufgeschmissen oh fuck ja ne ich kann meine Gefangene nicht füttern ich lass die erstmal eingesperrt und warte was passiert ich könnte versuchen zu fischen äh ich muss glaube ich fischen aber damit ich fischen kann muss ich eine Mauer ziehen ich schaffe nie im Leben diese Mauer hier zu ziehen ich tue mir das nicht an was soll ich machen ah fuck okay Katze du musst das aufbauen reicht nicht Säule über Dach ja aber da fressen mich die Zombies da sind 21 Zombies draußen wenn ich äh fischen will ohne dass mich die Zombies fressen muss ich eine Mauer bauen das ist ein bisschen das Problem jeder darf jetzt gleich Grow machen muss dringend hier anpflanzen Joko hallo oh scheiße Matt man das sind zu viele Krankheiten das killt mich komplett das killt mich komplett dass alle was haben alles wieder auf 1 nee das stimmt doch gar nicht ich hab das jetzt auf 1 gesetzt damit das genau die Prio hat aber dafür ist es ja gedacht deswegen hab ich die anderen ja auf 2 okay jetzt pflanzt schnell an damit schon mal das erste wächst okay die ersten Lebensmittel aber jetzt bitte keine Feuerwehr oder sowas ist das gemordet oder Vanilla das ist alles gemordet Ausrufezeichen Rimbled ganz viele Mods Temperatur ist ein angenehmer 21 Grad hier drin okay lass die mal hier liegen ich hab noch 9 über Flori hallo danke für den dritten okay 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 chat hab ich noch mehr Reißsaat ich hab noch 14 was für ein Effekt das Abbringen des Berges äh Kontamination ja meine Kontamination und die Kontamination muss beseitigt werden durch Brand das ist das einzige das wir bisher herausgefunden haben wie wir die Kontamination loswerden deswegen muss man das alles abfackeln damit es nicht mehr kontaminiert ist okay es ist alles vollgekotzt alles ist dreckig und alle sind am hungern ähm wir werden nicht alle am Leben lassen können wir können glaube ich gar nichts am Leben lassen draußen sind Zombies noch für wegen dem Toxic Fallout nein das hat nichts mit dem Toxic Fallout zu tun die Kontamination kommt aus der Zombieland Mod mit den Zombies was und wie und warum kann ich dir nicht erklären das werden wir gerade oder sind wir dabei selbst rauszufinden sind die Zombies gerade am sterben ja ja sind die Zombies tot aber was bringt mir das ich könnte versuchen die Mauer zu bauen ja das mach ich jetzt das muss ich machen ja Limes ist so down dass er halt nicht mal mehr sich bewegen kann weil er einfach zwei Krankheiten hat ja was willst du machen ich kann nichts machen neben dir ist geflippt wird was gemacht damit da keine damit keine Zombies verwachsen ne da hängt damit auch nicht zusammen ok was machen wir Chad ich hab Big Deep ist jetzt auch down ich hab meine Kommunisten können also sie nicht mehr bewegen wir haben alle so viele Krankheiten dass sie nicht mehr laufen können was soll ich tun was soll ich tun ich hab auch nicht genug Strom für meine Sonnenlampe und mein Fuel geht hier unten alle und Katze okay ich kann nicht mal mehr mein Fuel nachfüllen Matt Katze nehmen die jetzt ausgeflippt das Kind ist ausgeflippt und die beiden liegen das war's ich hab keinen Coolisten mehr wie kann man denn das ist ausgeflippt wie kann man denn gleichzeitig drei Krankheiten haben wie kann man gleichzeitig drei Krankheiten bekommen oh man ey jetzt macht Laserblume Radauts okay nimm die jetzt wieder da okay 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 Matt ist auch wieder zurück okay den Fernseher ausmachen ja wo brauchen wir die Batterie das Kind muss auch gleich gefüttert werden okay hey oh sorry ich werde euch jetzt verhungern lassen ich werde die Gefangene jetzt verhungern lassen ich kann nichts dafür aber ich kann ich kann ich kann sie nicht durchführen ich werde beide Gefangene verhungern lassen und dann werden wir sie essen weil sonst verhungern wir selbst okay ich bin die Pfarrungern auch gerade oh wir sind keine Kalibalen oder äh keine Kalibalen aber Menschenfleisch ist okay wobei nicht bei einem bei Big Deep nicht das muss ich eigentlich machen schnell konvertieren der ist immer noch nicht konvertiert ja schade Teravolt und Laserblume aber keine Chance mit dem Toxic Fallout gibt es gar kein Essen ich exekutiere mich wenigstens ja ich glaube das können wir gar nicht so leicht oder kann ich nicht weil du down bist keine Kalibalen am Ende ist es okay ja das ist von der Religion her Kalibalismus ist akzeptiert also ja es sind in Rim mit zwei verschiedene Dinge also Kalibalismus akzeptiert ist was anderes als wirklich Kalibale der sich dran ergötzt Fleisch Menschenfleisch zu essen also wir sind wir haben keine Kalibalen Schweiz aber unsere Religion sagt uns äh Human Meat is just meat like any other also es ist für uns okay Menschenfleisch zu essen aber wir sind jetzt nicht gezielt auf Menschenfleisch aus um unsere Laune zu befriedigen das ist noch ein bisschen der Unterschied Zombie Spitter Attack oh Gott jetzt kommt der auch noch mach die Türen vorne zu okay Raven Keeper hi oh Junge 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 Life is hard habt ihr gesehen wie der geworfen hat ey drei Waves aber der hat Gott sei Dank nur hier vorne hin wie viele er auf den Berg schießt einfach eine Million Zombies aber die knallen alle an den Berg Wimp Optimist ein guter Charakter Plant 6 9 Medical aber ich muss dafür jemanden für 9 Tage aufnehmen ähm sagen wir keinen S-Namen nicht ja wir können Luke aufnehmen aber auch da nehmen wir erstmal nichts auf wir pflanzen erstmal gerade fleißig wie ihr seht und das Strom reicht mir nicht ja ich brauche echt noch eine dritte wie die Zombies hier ranbatschen an die Wand ja es tut mir leid Laserblume oh Laserblume wurde gefressen scheiße es war meine Essen oh Unlucky nooo ich wollte Laserblume doch fuck oh Mann ey ich hätte gerne ich hätte gerne den Charakter gehabt ey es ist sad naja kann man nichts machen warum zur Hölle fehlt immer noch ein Bett ich würde gerne mit ihnen traden oh Mann ich würde gerne mit ihnen traden komm neben dir baut das Ding mal fertig ich brauche mehr Strom Alter ich habe halt gar keinen Strom mehr wo ist die ganze Kacke hin warum wurde sie hier oben hingebracht äh verstehe okay es soll das Strom es soll kein Problem mehr sein wow nooo nein sie haben alles angezündet potato seeds hyperweave Psytrainer oh nein yo Meta-Syntaktiker vielen 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 lieben Dank für den vierten danke für dein Prime die Ente sagt F und ist tot Psytrainer ist gar nicht abgebrannt und nicht das Mafelo verbrennen nein das war kostbare Sachen für mich okay okay aber es ist in Ordnung ähm ey okay toxic fallout please you can just go wie viele Reissamen habe ich noch neun ich kann glaube ich gar noch ein weiteres Hydroponic bauen wie viel essen habe ich noch ja TerraWater es tut mir echt leid also du wirst gleich sterben ich weiß es ist ich kann dich nicht durchfüttern okay 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 ich bin noch da was nein ich bin noch da lass mal die sechs hier noch liegen mit war das mal auf und pflanzen wir bitte an jedes Stückchen Reis zählt gerade ja ich will hier gleich noch mal Regale für CZ hinlegen den Stellen wenn wir die Zeit haben okay viele Seeds haben wir jetzt angepflanzt sieben mal vier sind äh 28 oder und TerraWatt wird gleich gegessen das tut mir echt leid TerraWatt hätte ich gerne aufgenommen aber machst du nix oh man meine Fresse ey ich habe überlegt nicht wieder den Fernseher anzumachen ja toxic fallout ist 8,4 Tage ist okay aber ist auch belastend wie sieht es denn beim Baby aus ey dass wir noch auf ein Baby aufpassen die zwei Gefangene konnten und ich hätte gerne die beiden Gefangenen behalten ich hätte gerne Laserblume und TerraWatt behalten aber vor allem nicht jetzt mit dem Zombie da da reingestürzt ist also einfach keine Chance einfach keine Chance jetzt so solche bei den Pflanzen das würde uns jetzt kehren kannst du das Baby nicht essen? ich könnte schon Zombies von meiner Haustür stressen mich ein bisschen was bist du hier draußen und wirfst mit Granaten durch die Gegend selbst infiziert er wurde von Zombies infiziert was tut er da und wo kommt er her? was ist denn da so lange auf der Karte ich bin verwirrt ähm bevor die nichts tun sollen die auf jeden Fall schon mal den Boden glätten kann man vielleicht irgendwann mal Big Deep wieder aufstehen wird glaube ich niemals wieder aufstehen kannst du mal kurz zu Ende konvertieren nice okay Big Deep ist jetzt auch bleifrei jetzt fehlt nur noch neben dir okay Stimmung wird auf jeden Fall mal langsam besser Matt ist wieder gesund wie es aussieht oder? ne ist er nicht Muscle Parasites hat er noch der Kollege hat Muscle Parasites Muscle Parasites gehen bei 300% Tent Quality weg das ist ja immerhin etwas das wird bei Self Tent aber ewig dauern ja die brauchen bessere Recreation Möglichkeiten ich glaube ich mache den Fernseher wieder an ja Matt schaut jetzt die Glotze geht es ihm besser okay Liebes wann stehst du auf? bei dir ist auch das Problem aus der Zeit Krankheit wie viel habe ich von der Guten Medizin 14 wie viel habe ich von der Schlechten Medizin 9 Rudi danke dir für die 28 Monate vielen vielen lieben Dank für den Support du hast gleich ein Zombie in deiner Base oh fuck okay Kopf ist ab voll vergessen danke oh nein ich habe echt nur noch so wenig Mahlzeiten oh Gott ich muss gleich in einem ich kann gleich in einem halben Tag raus ich muss angeln ich muss in der Kürze der Zeit gleich diese Manti bauen ich muss dringend angeln oh the worst of the toxic fallout has settled okay toxic fallout ist vorbei ja die Leiche werde ich gleich essen eine Wasserbase zu bauen mit dem Mod oder eher nicht vielleicht irgendwann mal halb eins vielleicht irgendwann mal eine Wasserbase wir haben schon mal eine riesige Killbox im Wasser gebaut als wir auf einer Insel gelebt haben vielleicht baue ich irgendwann mal auch eine Base auf Wasser schauen wir mal ich weiß dass Jülchen das gerade macht okay draußen wird warm das Schnee verschwindet kommen langsam mal die ersten Tiere noch nicht aber ich hoffe gleich da kam das Feuer Molotov Cocktails und der erste Reis ist bald erntebereit nice jetzt brauche ich eine Laserblume fuck jetzt brauchen wir eine Laserblume kannst nicht vier Mauern eine normale Brücke und darauf eine Holz anbauen um das Wasser zu kommen vielleicht muss ich mindestens bis dahin bauen deswegen mach das jetzt hier war da schon Brücken stehen das geht glaube ich schneller Falko Traders mit einem Schiff okay das ist nice ich kann hoffentlich ein bisschen Lebensmittel kaufen viele Ziegen die haben auf jeden Fall Fleisch und sowas okay okay das könnte uns retten ich behalte jetzt mal glaube ich das Leather und Blue Fool und sowas und macht da gleich Klamotten draus ich könnte kaufen Medizin 24 ich muss Sachen verkaufen Chad habe ich irgendwas was ich verkaufen kann nicht wirklich oder ich besitze nichts zum verkaufen scheiße kommen wir mit dem Essen klar das Baby die wollen kein Gold haben an der AP Money ähm ne Gold habe ich schon viel verkauft muss ich Essen kaufen oder kann ich Medizin kaufen weil das Essen ist so teuer ich zahle für 100 für 10 Mahlzeiten zahle ich alles was ich besitze das ist mir viel zu teuer bin ich zu wählerisch Nebo Rav danke dir für 45 vielen vielen lieben Dank für die long term support oh mein ne Ich habe noch vier Mahlzeiten und den Leichnam. Ich würde gerne das ganze Menschenfleisch verkaufen. Ich warte kurz. Ich verkaufe das ganze Menschenfleisch. Okay, jetzt mal verkaufe ich hier das Zeug. Hier konnte ich verkaufen das Leder, das Leder, das Leder. Das ist okay. Okay, das Gold behalte ich aber. Wobei, wir brauchen nicht so viel Gold. Ich kann noch 30 Gold verkaufen. So, und dafür kaufe ich jetzt mal... Oh Leute, man, das ist so teuer. Ich kaufe 150 Fleisch. Das ist eine Katastrophe, die ich dafür bezahlt habe. Wo dreht jemand den Tisch gezogen? Ich habe 315 Plain Leather, ich habe Beereskin und ich habe Blue vor. Was muss ich für Klamotten herstellen? T-Shirts und Hosen. Brauche ich. Ich behalte... Ich brauche nicht das Plain Leather. Weg damit. Heavy Four. Das behalte ich. Davon kaufe ich jetzt ein bisschen Medizin. Alle 24. Und wenn die Zombies wechseln, verkaufe ich noch den Scheiß hier draußen. Und dann kaufe ich noch ein bisschen mehr Essen. Und dann reicht das. Statum brauchen wir gar nicht verkaufen. Das passt. Das sollte passen. Der Raum ist neutral. Okay. Punkt und Komma. Mit Punkt und Komma kannst du zwischen den Charaktären wechseln. Cold Snap. Das ist nicht so schlimm. Cold Snap ist sogar gut für uns. Vergangen wir das Zeug draußen nicht. Salt-A-Monte. Hello, Salt-A-Monte. Der große Raum ist noch der Prison. Oh ja. True. Äh, ihr könnt harvesten gehen. Der Reis ist fertig. Ich muss die Kacke reinholen. Ich muss sehr, sehr viel machen. Zombies sterben jetzt. Ich habe eine ganz kurze zombiefreie Zeit. Und die muss ich nutzen. Okay, hopp, hopp. Oh, es ist wirklich nur ein Tag. Okay, fangen wir an. Okay, den schlachten wir als erstes. Das Fleisch kannst du wegbringen. Du kannst hier unten aufmachen. Der Dieb ist wieder aufgewacht. Nice. Zwei Türen auflassen. Bring die Mahlzeiten rein. Liebes wäre mir Liebe, aber es ist okay. Oh, nice. Matt hat den ersten Reis geerntet. Wir haben auch schon den ersten Reis. Ähm, ich brauche die ganze Scheiß Wasserflasche. Was mache ich mit denen denn? Teleskop steht sogar wieder. Die Wasserflaschen blockieren mir irgendwie nur alles. Äh, Quest. Ich kann, ich will, glaube ich, keine aufnehmen und auf die jetzt aufpassen, oder? Wimp Optimist. Wobei der nicht schlecht wäre, Luke. Was muss ich dafür tun? Divine Templar is requesting a favor. Her friend Corrie Voro is interested in learning about the other cultures and she wants you to host her. Problem ist, wenn sie nach neun Tagen abhauen will, wird sie von Zombies gefressen. Dann ist der Request aber so failed. Ich weiß nicht, wie ich den schaffen soll. Ja, Zombie macht das geil, halb eins. Ja, ich glaube, die kriegen wir nicht. Ich glaube, es wird nicht funktionieren mit dem Annehmen und dann wegbringen und so. Und das, äh, in neun Tagen. Aber wenn ich es aber gleich aufnehme, dann kommt Luke, wenn Zombies da sind. Ich könnte es aufnehmen in der nächsten freien Pause. Das könnte circa passen. Ähm. Okay. Denk dran, Seeds zu machen. Na, Seeds machen entstehen ja trotzdem auch automatisch, wenn sie ernten auch. Händle dich mal selbst. Bitte hohe Tent Quality. 22, ja toll. Ähm, ja, Zombies kommen gleich schon. Ich habe nicht mehr geschafft, das ganze Fleisch reinzubringen. Ich habe nicht mehrmals die crasht der kosmos 70 jahre alt kein dampf leber kein mal in kein social kann halt plans und medical aber 70 ist halt hart aber kann plan zum medical aber kann ich gar nicht holen zombies kommen gleich müssen auf der anderen seite mit schaffe ich nicht würde ich gerne aber ist auf der anderen seite der mail und die zombies kommen jetzt in sofort scheiße reinholen ja oder die scheiße hier so zu bauen wahrscheinlich noch besser jetzt kommen die zombies langsam schauen das heißt ich muss hier oben auch wieder zu bauen ich habe es nicht ganz geschafft aber wir haben immerhin angefangen und wir haben ein paar mahlzeiten und der erste reis kommt okay ja wir können die scheiße rein tragen langsam die heilige scheiße ja wir können mal ein regal beim reis bauen und da erlaube ich nur sitz aber auch nicht alle kornkatten von mir aus der westrand feiber korn heil root hopfen nutrifungus keine bäume es braucht noch mal eine extra baumsaat gut geschichte weil die bäume will ich da nicht haben potato seeds so kraft mensch hallo spieler geäußte wieder arg und immer wenn ich rein tippe bleibt das team bei mir stehen weiß einer wie man das fix ich glaube das neue arg hat nicht die beste performance kann da sein ok mein aber ein bisschen saatgut oder auch ein bisschen human leather oh scheiße ja sind die noch da ach scheiße ist nicht mehr die balko trailers hatte ich vergessen kann man sagt gut herstellen ja wenn du die früchte davon hast oder das gemüse ist kein special zombie angst vor special zombies die gleich noch kommen gleich soll ich doch ein saatgut noch mal herstellen na viel hat diese performance zu tun edo du knalltüte inwiefern selber knalltüte wenn man raus haben alles leckt dann hat das schon ein bisschen was damit zu tun ähm ich kann auch kartoffeln anpflanzen vielleicht machen wir das gleich noch ich habe noch super viele kartoffelsaat saatgut hattest du diesmal schon eins bitter äh ja ja mehrere aber dadurch dass wir im berg leben können die keine zombies reinschießen warum ist die stimmung wieder so krass kacke ja neben dir muss eine religion überzeugt werden hmmm 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 aber das wird's nicht retten da trotzdem zu viele andere negative trades das human meat macht uns halt ein bisschen fertig matt braucht seine rolle noch innocent prisoner died auch scheiße ok naja es ist halt sehr sehr recreation geprieved du hast echt schon super viel recreation bekommen ich kann folgendes nochmal machen ich mach mal hier auch remove roof dass sie draußen sind während sie an dem teil stehen woher wisst ihr dass es human meat ist ja gute frage wir hätten das einfach nicht erzählen sollen mach mal kurz pause mit dem glätten ok anpflanzen ernten ich meine das wird nicht reichen aber das hilft uns also wir haben auf jeden fall noch nicht genug reis oder generell nicht genug saatgut aber es hilft uns auf jeden fall über paar tage länger zu überleben was wiederum dazu führt dass wir dann vielleicht tiere jagen können und sowas ich meine es gab bestimmt schon paar tiere auf der karte oder jetzt wieder rein gewandert sind ja ich könnt ihnen sowas wobei weitere holen an ich glaube ich gar nicht Literally muss die das wasser noch mal loswerden wird alles ein bisschen sehr eng hier drinnen vielleicht anfangen um zu ziehen was hattet ihr was davon aber ich bin noch Belands sind gut was ihre kontamination und wisst ihr was auch machen sollte Stellt mal das Ding hier mal rüber. Shred mal die Mechanoids. Wer macht bei mir Crafting auf 1? Das müsste Big Deep sein, genau. Oh mein Gott, die Stimmung bei den beiden. Der wird gleich anerkatatonisch. Warum hat er denn Recreation Depreved? Der hat einen... Das raffe ich nicht. Er hat ein Schachbrett. Er hat einen Fernseher. Und er hat ein Teleskop. Hm. Yo, John Doe. Danke dir für den dritten. Vielen, 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 vielen Dank. Und Stock hat er auch. Ja, doch fast alles. Und er hat zwei Stunden Creation am Tag. Das wäre jetzt Recreation Zeit. Na, ich will überlegen, ob ich dir noch mehr Pausenzeit gebe. Gib dir mal ein bisschen mehr Pausenzeit. Man arbeitet gar nicht mehr. Oh, Small Venomagic Power Cell. 312 Toxic Waste Packs. Ne, hab ich gar keinen Bock drauf. Jetzt ist er schlafen gegangen, ohne Recreation zu machen. Irgendwas ist da am Zeitplan doof. Kuba Karl, hallo, mein Moin. Wisst ihr, was ich mal mache? Er kriegt von mir jetzt mal einfach mal einen Anything Zeitplan. Und Big Deep auch. Ich kriege jetzt alle mal einen Anything. Die soll mal erstmal gucken, dass das Ding gut geht. Sondern eben machen, was ich machen wollen. Teilen sich selbst ein. Richtig Spartaner. Aber dann sind die nicht so effizient, wenn du die in Zeitplan gibst. Sollen die erstmal chillen. Das Ding müssen wir später noch unten bauen. Das würde ich gerne hier unten haben. Das ist Fuel. Oh, jetzt komm, nicht flippen. Geh jetzt einfach spielen am nächsten Tag. Geh jetzt und spielen. War es eine Nachteule, oder? Oh ja, stimmt. Katze ist, glaube ich, die Nachteule. Guter Punkt. Nachteule zwischen 11 und 18 schlafen. Ich versuche jetzt einmal die Stimmung im Griff zu machen. Aber es ist halt unfassbar schwer, wenn du so viele Krankheiten hast. So, Matt, mach mal Recreation. Okay. Nice. Relaxing socially. Gut. Aber wenn er genau bei der Recreation-Time auf dem Topf müssen, dann ist die Zeit vorbei. Und dann muss ich wieder arbeiten. Ja, du musst halt richtig einstellen. Schlafzimmer bauen. Ähm, ja, einzelne Schlafzimmer werde ich erstmal nicht hinkriegen. Das ist dann doch zu schwer. So, warte mal. Die beiden machen wir jetzt mal. Zumindest einen machen wir mal Potatoes. Bisschen Reis haben wir sogar noch. Ne, die beiden machen wir mal kurz Potatoes. So, dann mache ich mal hier keine Seeds mehr. Okay. Dann bringen wir jetzt jetzt rüber. Uh, okay, 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 okay. Wird besser, wird besser. So, Big Deep. Wenn er jetzt am Teleskop ist und rausguckt, sollte er im Underground weggehen auch, oder? Was ganz nice ist. Ja, nice. Okay. Ich habe jetzt nämlich das Dach über dem Teleskop weggemacht, so dass, wenn sie draußen sind, auch das Gefühl haben, draußen zu sein. Und dann geht die Strapped Underground, geht dann weg. Oh. Warum hat mein Stream... Wow, mein Stream ist gerade rot geworden. Ich hatte gerade ein paar Drop Frames. Chat, hattet ihr Leck? Was macht man OBS da für komische Sachen? Warum leuchtet das rot? Würde das helfen, um die Betten schon mal umzustellen, die leeren Räume, oder macht das keinen großen Unterschied? Aktuell sind die leeren Räume hässlicher als da drin. Die leeren Räume sind gerade neutral. Und hier ist es beautiful. Das heißt, ich muss erst mal die Räume hier schöner bekommen. Auch wenn es nicht so aussieht, aber hier habe ich halt eine unfassbar krasse Statue stehen. Die alles unfassbar hübsch macht. Diese hier. Wir haben eine Masterwork-Statue, die 680 Beauty gibt. Irgendwann, jetzt habe ich echt ein bisschen leichte Lecks hier in meinem OBS-Chat. Wurde davon sabotiert. Stop it, Wurde davon. So, jetzt pflanzen wir noch ein paar Kartoffeln ein. Dann mache ich hier oben auch nochmal Kartoffeln rein. Okay, Saatgut kommt auch her. Wenn es zu leckt oder so, dann müsst ihr ganz laut schreien. Dann gucke ich, was ich machen kann. Okay, 10 Hydroponics für 6 Kolonisten. Da sind 5 Kolonisten. Leckt. Dachte, es liegt vielleicht in meinem Internet. Ne, 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 ne. Ich habe es gerade bei mir gesehen. Bei mir ist hier alles ein bisschen rot gewesen. Ich hoffe, das pendelt sich jetzt ein. Es ist gerade wieder grün. Major Brick ist unser Anführer. Ja, ist was dran. Nicht nur wo davon sabotiert. Auch die HL. Ja. Jetzt gerade geht es wieder. Jetzt wieder grün. Hoffen wir mal, dass sich das jetzt einpendelt. Regale können ausgehen. Ja, die Regale können wir ja anfangen rüber zu stellen. Schon mal. Können wir schon mal anfangen, die Sachen rüber zu bringen. Können wir schon mal ein paar Sachen hier rüber stellen. Kannst du irgendeine Party oder so feiern? Oh ja, warte mal. Wir hatten doch gerade irgendwas für Partymäßiges. Started at Lightball. Kann ich ein Lightball bauen? Eine Komponente und die fehlt mir. Scheiße. Würde ich gerne machen. Eine Komponente hatte ich hier unten noch. Oh nein, da kann ich aber nicht wirklich rein. Scheiße. Game. Boah, fehlen mir echt Komponenten. Das ist ja mal wild. Abreißen, abbauen, zubauen. Ah, wobei hier unten ist ja gar keine Kontamination gewesen. Habt ihr es gehört? Da ist ein verrückter Zombie wieder. Habt keiner meinen kann. Ich mach das, ich mach das jetzt, weil Liam es nicht aufstehen kann, wegen seinen zwei Krankheiten. Scheiße, wie lange noch, bis die Muscle Parasets weg sind. Oh, es dauert noch 100 Jahre. Er kriegt von mir jetzt mal bessere Medizin. Irgendein Schlossknackerzombie oder sowas ist wieder unterwegs draußen. Aber ich hab glaube ich keine Tür. Das war bei, glaube ich, der Schlossknackerzombie. Okay. Wir machen jetzt einfach die Party. So. Wird schon gut werden, hoffe ich. Okay. Krasse Party, oder? Nehmt ihr es ausgeflippt. Fun. Okay, immerhin. Plus 8. Fun Party. Fun Party. Der hat es nicht gekriegt, weil er geschlafen hat. Hat es sogar gekriegt. Nice. Und neben dir hat es auch gekriegt. Okay, nice. Plus 8. Plus 8 ist schon mal nice. Das war eine geile Party. Habt ihr alle gesehen? Das war eine richtig krasse Party. Wie im Berghain. Ich meine, wir sind hier im Berghain. Kannst du mal chillen? Okay, da oben kannst du nicht austoben. Nicht hier. Okay. Party of Spiritualism. Aber das ist die falsche Religion. Wir können auch ein Conversion-Ritual machen. Für nimm dir. Aber 0% Chance. Perfirm to recently. Katze kann konvertieren. Nimm dir konvertieren. Ja, ich glaube, das mache ich. Oder... Vielleicht wäre sogar Council besser. Serious Pain. Intense Pain. Ich bin mir nicht sicher, ob ich lieber konvertieren soll. Oder ob ich jemandem gute Laune zu sprechen. Oder gute Worte zu sprechen soll. Okay. Essen sieht langsam sogar häufig so okay aus. Habe ich noch genug Saatgut für weitere Hydroponics? Aber ich kann mir keine weitere Hydroponics leisten. Okay. Die Lampe brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Nein. Puh, tschetschet. Das ist alles ganz schön vollgekotzt. Und wie nach jeder guten Party. Am Freitagabend. Um 23.26 Uhr. Sind die Zombies weg? Scheiße, die Zombies waren weg. Haben die aufgepasst. Aber sowieso nur ein ganz, ganz, ganz kurzer Augenblick. In zwei Tagen können wir raus für einen Tag. Und dann sollten auch genug Zombies draußen... Äh, genug Tiere draußen. Hoffentlich tot sein. Die wir essen können. Es kommen halt echt wenig Tiere her. Meine Güte. Wo sind die denn alle? Ja, ich habe halt viel Saatgut. Ich habe mehr als genug Saatgut. Ich habe noch 25 Kartoffelsaatgut über. Aber ich habe halt... Ich kann nicht noch weitere Hydroponics bauen. Weil dann würde mich super viel Strom kosten. Und bei den Max noch was Nices? Ich glaube nicht. Irgendwie Raketen und so noch. Und hier auch noch so Raketen und Granaten und Barrelrohre und so. Es hat alles... Es wird wert, aber... Nichts, was wir unbedingt brauchen. Was war mit der Quest? Mann, ich weiß nicht, ob ich die annehmen kann. In neun Tagen will sie arbeiten. Wenn ich gleich in der Pause den Quest annehme... Da sind es sieben Tage. Es muss halt viel zu schwer timen. Dann würde Luke joinen. Luke ist ein Optimist mit Medizin und Plans. 20 Jahre. Aber auch eine andere Religion als wir. Vielleicht bin mir nicht sicher. Ja, wir können hier das Hyperweave reinholen. Den Psy-Trainer. Das Gold von mir aus. Das Gold brauchen wir die sofort reinholen. Können die Max reinholen. Können wir die konstrukten. Die haben wir eh nur Wert draußen. Und dann versuche ich hier gleich ein bisschen zu angeln. Und dafür muss ich das Ding hier zu bauen. Okay, ich habe auf jeden Fall erstmal Fuel. Und genug Kacke. Das ist schon mal nice. So, Matti kann direkt wieder ernten. Es kommt weiterer Reis dazu. Oh, es ist gut. Das ist gut. Da sind schon wieder zwei Mahlzeiten. Jetzt sind es sogar, glaube ich, drei. Ich glaube, ich brauche acht pro Mahlzeit, oder? An einem Pastelspender. Wie sieht es eigentlich beim Kind aus? Ist das Kind bald drei Jahre alt? Ein Jahr und zwei Tage. Cold Snap ist vorbei. Ich fand die Cold Snap eigentlich ziemlich nice. Das ist nicht so gut. Dass die vorbei ist. Weil während der Cold Snap hatten wir zumindest die Möglichkeit, dass draußen die Tiere nicht fortvergammeln. Naja, da sind wieder Zombies da. In anderthalb Tagen keine. Dann gehen wir nochmal raus. Dann baue ich das zu und versuche zu angeln. Mit neben dir. Was machen die jetzt gerade? Die reparieren noch ein bisschen. Dann stellen sie die Regale schon mal rüber. Und dann gehen wir hier oben hoch. Dann glätten wir noch ein bisschen. Stellen die Statue rein. Und dann ziehen wir um. Dann haben wir auch ein paar Rückzugsmöglichkeiten. Wenn wir hier kämpfen und die brechen durch, können wir nach hierhin, können wir hier auch noch kämpfen. Diese Wände muss ich noch anders bauen. Die sind ja nur gebaut worden, damit ich die Hitze hier in den Raum reinlassen kann. Da will ich eigentlich, wobei ich brauche, irgendwo brauche ich auch eine feste Wand, die draußen von drinnen trennt. Vielleicht lasse ich die sogar hier. Hast du genug Raum zum Angeln? Ja, hier könnte ich angeln, wenn ich die Wand hier zu zähle. Das Kind flippt schon wieder. Alle kriegen schlechte Laune. Okay. Aber langsam, wenn ich jetzt hier die Regale rüberbringe. Ich muss halt irgendwo mal anfangen, auch die Werkbänke aufzustellen. Wir tragen jetzt mal die Sachen rüber. Wir werden in dem Moment, wo ich alles rübergetragen habe, kommen Insekten. Möchtest du nicht angeln, wenn du einen Weg vom Berg zum See haust? Können die Zombies über Wasser? Über das seichte Wasser, ja. Über das tiefe Wasser nicht, über das seichte schon. Okay, wir haben echt 60 Reis sogar schon. So, das Ding würde ich gerne abreißen und später nochmal hier unten hinsetzen. Temperatur im Berg ist immer noch angenehm, 21 Grad. Saatgut sieht nicht schlecht aus. Aber es reicht, glaube ich, nicht. 10 Hydroponics reichen für 5 Kolonisten, glaube ich, nicht. Und ich muss diese ganzen Wasserflaschen mal rausbekommen. Was mache ich denn mit denen? Warum habe ich die Batterie hier so doof stehen? Ich stelle die Fury-Gale an die Wand, dann passt der Camp Fury-Refiner auch in den Generatorraum. Ich weiß nicht, ob ich den da drin haben möchte. Ich will eigentlich hier meine Arbeitsgeräte drin aufstellen. Was haltet ihr davon, wenn wir mal mit Research weitermachen? Irgendwann mal. Ich glaube, das ist gar nicht so eine doofe Idee. Ich meine, der Platz reicht wahrscheinlich nicht. Edo, SDM, wie schaut's aus? Äh, vielleicht später. Aber gerade haben wir den Run. Ich will nicht, ich will nicht immer mehrere verschiedene Runs gleichzeitig spielen. Ich hab mal Angst, dass wir an der Mods dann auch kaputt gehen. Ich bin aber froh, wenn alles funktioniert. Und wenn ich jetzt einen parallelen, den zweiten Rimward Run spiele, ich weiß nicht. Also ich hätte schon Bock auf SDM, aber mir fällt das mal persönlich immer schwer, zwei Runs parallel zu spielen. Genau. Ich will mich immer auf eins konzentrieren. Jetzt gerade bin ich komplett in diesem Run so. Und es macht mir unheimlich viel Spaß. Und ich hab richtig Bock, die Run weiter zu spielen. Und wenn ich jetzt einen anderen Rimward Run anfange, obwohl dieser hier noch steht und so, das ist für mich mal ein ganz, irgendwie ein großes Durcheinander. SDM ist Seed des Monats. Seed des Monats ist von der Rimian Ship Community. Da wird ein Seed gemacht und da kann man sich mit anderen challengen, wer den höchsten Koloniewert hat. Oder schafft. Warum flippt der so häufig Tantrum? Okay. Na, ich trage aktuell erstmal nur die Regale rüber und so. Und dann machen wir gleich noch die Böden weiter. Wobei den Raum kriege ich auch, glaube ich, so gleich schön, wenn ich da eine Statue rein stelle. Okay, wo werde ich denn eigentlich researchen? Ich hab ja sogar noch ein paar Statuen hier stehen. Sehe ich gerade. So. Okay. Ich bin ein bisschen dunkel wegen Zombies. Das ist egal, Norshi, weil der Boden ein fester Boden ist. Zombies können nicht bei festem, oder im festen Untergrund spawnen. Da kommen sie nicht durch. Durch den harten Granit-Marmor-Boden. Da kommen nur die Käfer durch. Ja, scheiße. Dann lieber Zombies. Ähm, okay. Gleich können wir raus. Mehr Runs auf einmal könnte ich mir auch nicht vorstellen. Man will ja immer so schnell wie möglich weitermachen. Ja, ja, genau. Und das ist dann immer so ein bisschen... Ich hatte schon Bock, den Seed des Monats zu spielen. Aber das muss ich machen, während ich parallel keinen anderen Run habe. Oder vielleicht, wenn wir in diesem Run sterben, dann können wir uns auch überlegen, ob wir Seed des Monats probieren. Wenn dieser Run vielleicht, äh, nicht mehr sein sollte. Okay. Okay. Okay, Christian, danke dir für die 27. Hello, hello, vielen lieben Dank. Wie sieht denn Kontamination aus? Ich glaube, das sieht okay aus. Nur ganz leicht, so ein bisschen an den Laufwegen. Aber das ist alles Kontamination 0,1,6 ist so das Höchste. 2,1, das ist noch okay. Warum die Zombies auch nicht durch verlegten Betonboden? Ja, das ist richtig. Du kannst einfach den Boden verdichten, dann kommen sie nicht. Okay. Wir können gleich raus. Und dann versuche ich, die Angestellte zu holen. Und ich glaube, ich versuche dann einfach mal, da das Wasser rauszubringen. Okay. Und ich weiß, ob ich die Quest annehme. Ich bin, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und ich muss jemanden für neun Tage einfach nur in der Base bei Laune halten. Ich weiß ja, wie das hinkriegt, Chat. Und dann wird sie gehen und dann flippt sie aus. Dann macht sie doch in die Wand. Dann fress mich die Zombies. Nee, ich lasse es. Das ist zu krass. Mit Zombie-Mod, diese Quests sind zu hart. Das machen wir nicht. Und durchfüttern müssen wir sie auch noch. Das wird nicht funktionieren. Was auch funktionieren wird, ist jetzt folgendes zu machen. Dem Bereiche zuzubauen. So. Irgendwo sind noch tote Tiere, oder? Ich habe nämlich gehört, dass einige Tiere hier Revenge gemacht haben. Sie haben sich gerecht. Da unten sind Ruth Hahn. Da ist ein Warg. Ich glaube, für den Warg lohnt sich das nicht, über die halbe Map zu laufen, um ehrlich zu sein. Fiber Corn Seeds. Corn Seeds. Chamekin. Silber. Das ist aber alles am Arsch der Welt. So weit will ich nicht laufen. Wisst ihr, was ich aber hole? Uuuuh. Schaut mal, wer wach geworden ist. Warum ist er wach? Das verstehe ich nicht. Ja, hätte ich schon ein Auto, könnte ich die Sachen stellen mit dem Auto holen. Auto wäre geil. Aber der Kollege ist wach. Muffalo, links, Mitte. Nee, das sind keine Muffalos. Du meinst, das hier, das ist noch ein Mac. Und das auch. Der ist, glaube ich, ziemlich kaputt. Aber ich probiere es mit ihm. Ja, der Lieben ist immer noch sehr kaputt. 54% Moving. Aber ich probiere zumindest mit ihm mal kurz ein paar Components zu organisieren. Alles gut, Nosh. Aber brauchst du dich nicht für entschuldigen. Matt, wo darfst du hin? Oh, Bäume harvesten. Scheißer, Bäume. Bau die mal weiter. Pharao Rama, danke für die 29. Hallo, hallo. So, dann mach die mal fertig. Sechs Komponenten reichen uns erstmal. Vielleicht kommen ihm schon wieder Zombies. Mit sechs können wir schon ein bisschen was bauen. Ähm. So, machen wir hier weiter direkt. Komm, schaffst du das? Ja, C des Monats ist schon eine coole Sache. Also verstehe ich mich nicht falsch. Ich habe auch mega, mega Bock, C des Monats zu spielen. Aber ich musste mal gucken, dass, wie gesagt, wenn der Run hier vielleicht down geht, können wir vielleicht zwischendurch ein C des Monats machen. Das sind ja ein 11 Stunden Stream. Okay. Ist ja nur, nur ein 11 Stunden Stream am Ende. Okay, das ist nicht gut, dass der jetzt gerade flippt. Der macht jetzt ganz schlechte Laune für Limes. Okay, die Zombies kommen gleich. Der habe ich jetzt einfach komplett zugebaut, wa? Ne, ich habe mal eine Tür dazwischen. Die würde ich aber gerne zubauen. Ähm. Dafür brauche ich aber eine Brücke. Und eine Brücke war unter Structures. Aus Marmor. Wobei, die Brücke sollte ich einfach auf die andere Seite machen. Okay. Dach ist, glaube ich, schon von vorhin verboten. Wir sollten eigentlich kein Dach bauen, ja. Der Monat hat 11 Stunden. Ne, Sieht, Sieht des Monats. Warte, 11. Wo läufst du hin? Big Deep, watching the sunset. Was machst du? Bring das mal lieber rein. Und du bringst auf dem Rückweg das hier rein. Arctic Wolf, self-tamed. Okay. Ich muss gleich mal ein paar Klamotten herstellen. Oh nein, die Laufwege bis zum Lager ist natürlich jetzt immer sehr, sehr weit. Okay, nimm dir. Du bleibst jetzt hier. Du baust uns jetzt zu. Mann, Matt, wie lange wirst du euch die Leute beleidigen? Okay. Okay. Sind alle drin, ja, oder? Hätte den Wolf noch schlachten können, aber ist okay. Ähm. Ich hoffe, hier kommen jetzt keine Zombies. Ist das sowas wie Rimmenship? Jeder hat elf Stunden Zeit, soweit es kommen wie möglich. Ziel des Monats ist sowas wie Rimmenship. Flex, was geht ab? Ja, langsam nimmt das hier Gestalt an. Wir haben unser kleines Kraftwerk gebaut. Wir haben unseren Arbeitsraum, wo wir die Sachen jetzt langsam einordnen. Arbeitsraum, Lager. Ähm. Hier in der Mitte haben wir, ups. Hier in der Mitte haben wir so einen, ja, Aufenthalts-Security-Raum, wo wir auch mit es researchen. Hier haben wir unser Lebensmittel. Hydroponics. Und nach oben hin soll jetzt gleich der Wohnbereich kommen. Aber es ist immerhin... Also... Es ist nicht perfekt. Aber es wird. Schöne Lampe, ich habe nicht mal Strom da drüben. So, aber jetzt dürfen wir eigentlich... Wir dürfen eigentlich angeln gehen. Wer ist denn bei mir Fishing? Mach mal wieder Fishing auf eins. Nimm dir. Du darfst wieder Fishing gehen. Ja. Er ist eher angelüzt jetzt ein paar Sachen. Das wird uns auf jeden Fall helfen. Oh Gott, ich habe echt nicht mehr so viel Essen. Aber eigentlich kann hier gleich wieder geerntet werden, oder? Okay. Oh Gott, die Stimmung. Die wurden alle so viel... so viel beleidigt. Wie viel Koloniewert haben wir eigentlich? 50.000. Wir haben ihn wieder geschafft zu reduzieren. Oh, das ist für ein krasser Blitz. Der Blitz hat mich gerade ein bisschen... wenn, äh, Dings sind, erinnert. An, äh, seven days to die. Okay. Ziehen die Köpfe im Hauptraum die Stimmung runter. Weiß das gar nicht. Glaub nicht. Okay. Haben wir die Mechs hier schon weg? Ja. Ähm, ich würde mal Klamotten machen. Make Button-Down-Shirts fünf und make Pencils. Button-Down-Shirts fünf und Pencils fünf. Egal aus was. Stell einfach her. Außer vielleicht nicht aus dem normalen Cloth, weil das brauchen wir für das ein oder andere. Okay. Und auch nicht aus Devil's Trend, falls wir irgendwie da rankommen. Aber für Rüstung. Hyperweave. Vielleicht auch noch kein Hyperweave. Weiß nicht, wofür wir das noch brauchen. Okay. So, auf eins Crafting. Dann sollte gleich Big Deep hier anfangen. Oh, die Stimmung ist katastrophal. So, haben wir... Oh, guck mal. Wir haben jetzt hier acht Kois gefangen. Lecker Kois. So, die Flaschen werden jetzt rausgebracht. Die brauchen wir hier drin erstmal nicht. Nur beim nächsten Toxic Fallout. Die werden auch nicht schlecht. Äh, Matt holt hier wieder ein bisschen was zu essen ran. Wir müssen irgendwann den neuen Raum bauen und den ausbrennen, damit wir nach hierher in den Kühlschrank verlegen. Das würde uns nochmal helfen. Wißt du, was geil wäre im Innenbereich hier so ein Canyon und sowas freizulegen, wo ein See wäre? Stell dir mal vor, es wäre voll geil. So ein kleiner Bereich hier. So groß mit einem kleinen See drin. Oh mein Gott. Das wäre so geil. Ich würde die vollkommen ausleuchten. Da würde ich da mal Leute angeln lassen. Irgendwie finde ich das im Angeln ganz geil. Auch wenn es echt wenig bringt. Aber es wäre irgendwie voll cool. Ehrlich so drei dedizierte Angler, die die ganze Kolonie mit Essen versorgen. Nonstop nur am Fischen. Okay. Scheiße. Oh scheiße, der ist strong. Oh scheiße, der ist sehr strong. An ihm, wobei, das ist ein Baseliner, der ist nicht so strong. Ah, Matt. Pack mal deine Waffe weg, wenn man so den Tod schlägt. Komm mal her, wir prügeln ihn alle zusammen. Kevin, hallo, hallo. Wir können die Spucker aber hinspucken. Das stimmt. Aber wenn ein Spucker kommt, könnte ich hier einfach abriegeln und weglaufen. So, verprügelt mal ihn, aber tötet ihn nicht. Wir brauchen Limes. Das ist unser bester Charakter. 50 Construction, 13 Mining. Er darf nicht sterben. Sehr gut. Keine, was passiert? Keine, was passiert. Ich glaube, Matt hat sehr viel beleidigt. Matt ist nicht ganz unschuldig an der Situation, wie sie gerade hier war. Limes, es tut mir leid. Boden glätten, müssen wir auch gleich weitermachen. Ich weiß noch nicht, wie wir eine Verteidigung wirklich bauen sollen. Ich bin da noch komplett unschlüssig. Ich bin auch komplett unschlüssig, wie die Verteidigung hier vorne aussehen soll. Vor allem gegen Mec und Breach Raids. Jetzt haben wir gleich wenigstens, dass wir wieder ein paar Zombies uns beschützen. Das sind leider super wenig Zombies, immer nur so 10, 20 Zombies. Ich habe mega Schiss for Raids. So, nehmen die Affischung zwar noch ein bisschen was, weil die Lebensmittel werden echt nicht mehr. Und das Kind, das schreit noch rum. Oh scheiße, ich habe echt nur noch die gute Medizin. Ich meine, das ist nicht verkehrt. Aber das Zeug muss hier rüber getragen werden. Die Zombies haben das auch mal Loch. Ja, true. Ja, wir haben eigentlich das Problem mit der Kontamination umwerk gelöst. Wir haben es ausgebrannt durch Feuer. Wir haben alles ausgebaut, bezäunet und haben es komplett angezündet und abgefackelt. Jetzt sind wir frisch im Berg, aber wie du siehst, noch ganz am Anfang. Wir haben nur die Hälfte geschafft rüber zu bringen und die andere Hälfte ist noch irgendwie drin. Es verweist sich alles nicht so einfach, die kompletten Umzucht zu bewältigen. Den kompletten Umzug. Ich hoffe, dass wir es aber noch hinbekommen. Das wäre schön. Vor allem brauchen wir gleich einen größeren Tisch. Einen größeren Esstisch und so. Vielleicht ein bisschen umräumen und nach unten eine Killbox machen, weil du da die Versorgung nicht wegmachen musst. Meinst du hierhin die Killbox runter machen? Aber ich habe ja hier schon den Ausgang nach außen. Ich glaube, ich mache die hier hin. Ich glaube, das passt schon. Was macht die Seuche? Weiß ich noch nicht genau. Die verseucht deine Leute. Aber was genau das mit denen macht, haben wir noch nicht rausgefunden. Wow! Ach, unser Wolfganggriff. Wir haben uns ferngehalten davon. Funktioniert das mit dem Ausbrennen auch in Vanilla? In Vanilla gibt es keine Seuche. In Vanilla gibt es keine Versorgung. Weil diese Kontamination kommt aus der Zombieland-Mod. Ja, weiter forschen sollten wir mal. Für Waffen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir machen 40, also 14. Die sollen fischen. Fischen ist gut. Äh, mit mir. Hallo, mein Moin. Komm, krieg mal die Stimmung ein bisschen hin. Oh, scheiße. Katze ist jetzt komplett FKK. Rebuff bei neben dir. Untomed Underground. Scheiße. Ja, macht mal Klamotten für mich. Okay, Muscle Parasites. Noch. 55 von 300. Muscle Parasites. 73. Oh Gott, wie lange das dauert, die wegzubekommen, Chad. Kannst wieder converten. Oh ja, guter Punkt. Converten neben dir wollten wir konvertieren, ja? Ja, ja. Das müssen wir. Machen wir gleich. So. Verstehen wir auf. Ich versuche es mal zu konvertieren. Äh. War gar nicht so schlecht. Aber ein Conversion-Ritual können wir noch nicht machen. Aufräumen werden wir wieder nicht verkehrt. Und draußen werden gerade Tiere umgebracht. Das heißt, wenn wir Glück haben, können wir vielleicht... Wobei, es wird alles vergammeln. Es sind 5 Grad draußen. Aber wobei, wenn wir Glück haben, hält die Leichnam lang genug. Ich kann vielleicht ein paar Tiere holen. Wie lange hält der ist draußen? Für 3,5 Tage erst. Würde nicht reichen. Okay. Oh ja, die Klamotten gehen an ihrem Leib kaputt gerade. Das ist nicht gut. Scheiße, ich muss irgendwie mir überlegen, wie ich das... Ich muss eigentlich das Essen jetzt umstellen. Chat, ich muss eigentlich jetzt schon am besten das Essen umstellen. Aber dafür müsste ich wieder Sachen ausbrennen. Fuck. Oder ich fange an zu kochen. Kann irgendjemand kochen? Cooking 4, das würde nicht reichen. Man nimmt hier, könnte kochen lernen. Der hat 4 kochen mit einer Flamme. Brauchst du die Hydros? Nee, nee, nee. Was soll der hinter? Der Kühlschrank soll der hin. Hier oben hin. Kühlschrank mit Bastenspender in den Aufenthaltsraum rein. Kochen bitte mit der Laune helfen, ja. Tja, Chat, Bastenspender oder kochen? Weiß es nicht. Für den Reis muss der Spender ja nicht unbedingt mit Kühlung sein. Das stimmt. Für Reis und sowas nicht. Kochen. Kochen kostet Zeit. Bastenspender, kochen ist eher fast durchgehend beschäftigt. Paste. Ja, ich glaube, es ist nicht schlecht, einen Bastenspender zu haben. Wenn ich mich jetzt hier reinbudele, ich versuche ja mal Holz zu besorgen. Ich versuche, den Bereich mal auszubauen. Wir müssen... Oh, hier ist gleich ein toter Bär und so. Wir müssen nochmal rankommen. Wir müssen gleich mal probieren. Wir müssen nochmal probieren, an Holz zu kommen. Dann brenne ich den Raum aus. Glaubt ihr, der Berg wird zu warm? Jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Wenn ich den Kühler in den Berg reinlaufen lasse und damit den Rest wärme, glaubt ihr, der Berg wird zu warm? Das ist ein riesiger Raum. Das ist eine riesige Fläche. Dann würde ich den so bauen. Dann würde ich vielleicht die kalte Luft nutzen. Ich meine, im Werskis kann ich dann den Bereich hier kühlen. Im Werskis kann ich dann hier so machen und hier stattdessen dann halt einfach gegen kühlen. Mit zum Beispiel Ventilatoren oder sowas. Heizung, kriege ich noch von alleine ihre Leistung runter. Das ist ja keine Heizung. Das ist ja ein cooler. Ich probier's mal. Das wäre cool, wenn's klappt. Aber ist das ja ein Problem, weil das ein Raum ist? Äh, nö. Problem sollte es nicht sein. Wow, das Kinderspielzeug kaputtgeschlagen. Nimm mal den Raketenwerfer in den Arm. Ich hab ein bisschen Angst, dass der mir den kaputt haut. Oh, scheiße. Das sind ja mehrere. Alter, hab ich zehn Raketenwerfer? Oh mein Gott. Woher hab ich denn zehn Raketenwerfer her? Das ist ziemlich nice. Alter, der hat fast mal ein Advanced Kampons kaputt gemacht. Kannst du mal ins Inventar nehmen. Erinnert mich dran, dass Katze vier Dings im Inventar hat. Erinnert mich daran, dass Katze vier... Jetzt weint das Baby. Ja toll, hast du gut gemacht neben dir. Jetzt haut er abangeln, wenn das Baby weint. Erinnert mich dran, dass Katze alle vier Advanced Kampons im Inventar hat. Das ist mir zu gefährlich, die draußen liegen zu lassen. Gibt's einen Waffenschrank? Noch nicht. Wir können aber einen Bauern gleich. Würde ich auch hier reinsetzen. Königseck, hallo. Soll ich sag, dass wir hier runterbringen. Wir hatten bisher echt Glück. Es gab noch keine Insekten. Okay. Zombie sind in zweieinhalb Tagen weg. Dann geben wir raus. Es gibt, glaube ich, noch gar nicht so viel Holz zu holen draußen. Obi-Yan Kenobi. Hätte Bock auf mehr Hydroponics. Ja, wo fackt ab? Hallo, hallo. Sind das etwa Doppel-Embracers? Ja, das sind Doppel-Embracers. Aber keine Doppelwende. Ja, hier war auf jeden Fall ein toter Bär und sowas gleich noch. Eventuell die Nanos freischalten für die Transporter. Die Nanos freischalten für die Transporter. Wat? Achso, meinst du die Meccanoids? Brauchst du die Hydrokultur ein Tageslicht? Ja, da ist eine Sonnenlampe. Wolltest du nicht die Lampen reinholen? Welche Lampen? Wo hat man jetzt eine Liederrolle verloren? Ah ja, die können wir ihm nochmal geben. Weil er im Knast war. Da, da, da. Werden Botswärts von den Zombies angriffen? Ich gehe davon aus. Die Mecclampen? Achso, ja, weil die Mecclampen sehr wenig Licht geben. Und ich schaffe den ganzen Bereich zu beleuchten. Deswegen sind die nicht so von Relevanz für uns. Aber die Idee war trotzdem ziemlich geile. Okay, wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir noch nimm dir bekehren. Dann haben wir alle bekehrt. Auf gutem Weg. Das macht Katze gleich. Aber Katze ist schon wieder schlechte Laune. Auch Klamotten. Und Big Deep, der ist einfach komplett im Arsch durch die beiden Krankheiten. Aber nur noch eine. Der hat nur noch eine Krankheit. Komm mal, du brauchst eine gute Tendung. Already Tending. Als meine Medizin da unten liegt, ist auch scheiße. So, gib mir eine gute Tendung. 50. 43. Wir brauchen insgesamt noch 200. Hm. Ja, ich würde jetzt gerne, ich würde echt gerne umziehen, Chat. Ich muss nur das rüberbringen. Dann können wir den gesamten Bereich abreißen und da leben. Das wäre schon ziemlich cool. Die Coms-Konsol würde ich dann gerne auch woanders hinstellen. Ähm, genauso würde ich auch dann die, die Skype-Table umstellen. Ich würde alles umstellen. Und dann würde ich nach da oben gehen. Aber das müssen wir abfackeln. Und für abfackeln brauchen wir... Oh, ich hoffe, es wird nicht zu heiß. Äh, für abfackeln benötigen wir... Oh, das wird hart. Das wird hart. Mmh... Mmh... Ich habe echt Angst vor der Hitze die da entsteht. Ich habe echt Angst. 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 Ich habe 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 Angst. Hives. Oh, scheiße. Matt hat seine Knarre mit neun Schuss. Wow. Limes hat nichts. Wow. Katze Berlin hat ein Raketenwerfer dabei. Ich habe eins, um den Raketenwerfer durch die Schaden zu schießen. To be honest. Nimm dir. Hat Gott sei Dank die Schrotflinte. Nice. Schaffe ich diese Knarre zu nehmen? Die ist durchgeladen. Katze, du musst es schaffen. Du nimmst die Knarre und läufst nach da hin. Big Deep hat seine Knarre ohne Munition. Fuck. Warum? Und der ist komplett überladen, weil er nichts tragen kann, weil er krank ist. Limes, schaffst du es die Munition zu picken und zurückzulaufen? Okay, Big Deep, vergiss es. Mach die Tür einfach zu. nur bis hier. Okay, ich glaube, ich schaff das sogar. Das war super close. Wo war das close? Alter. Ach stimmt, da liegt noch ein Muni sogar. Der hat keinen Platz hier aufzunehmen. Der kann nichts mehr tragen, weil er so kaputt ist. Der kann nicht mehr Munition, der kann nicht mehr seine Waffe durchladen, weil er einfach keinen Platz hat. Das ist so krass. Okay. Matt, du hast nur noch neun Schuss. Ähm. Ich sage, wann du schießen darfst. Nimm dir. Ich sage, wann du schießen darfst. Ich sage euch ein, wenn ihr schießen dürft. So, warte mal. Katze hat 100 Schuss. Limes hat die Munition mitgebracht, aber keine Waffe. Und Limes stellt sich hier vorne hin. Okay. Wenn die Muni ausgibt, bin ich tot, ja. Ja, ich könnte auf Combat Common gehen. Ich gucke mal, was rauskommt. Oh. Ist nicht so wenig. Okay. Okay. Okay, komm. Du darfst schießen. Let's go. Burst. Single. Single. Nein. 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 Nicht da hin. Nein. Fuck. Funktioniert. Unser Plan geht auf. I love it. I love it. Es funktioniert. Unsere Verteidigungsstrategie funktioniert. Es funktioniert. Es ist schön. Es ist very much schön. Und es ist Essen. Es ist vor allem Essen. Ah, let's go. Okay, unsere Insektverteilung funktioniert. Und gegen Summies. Okay, 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 okay. Yes, Essen. Insektenfleisch kommt auf den Plan. Perfekt. Jeder... Ja, es wäre gar nicht so dumm, in jedem Raum Munition zu lagern. Wahrscheinlich sogar. Ich kriege sie niemals getötet, so. Zwei Kolonisten sind krank geworden. Schon wieder eine doppelte Krankheit. Hat jemand schon vier Krankheiten gleichzeitig? Mann, ey. Oh, Mann, ey. Oh, das dauert 100 Jahre, jetzt zu töten. Mal hin, mal hin. Macht Matt ein bisschen mehr Schaden. Oh, Mann, ey. Ich habe halt kein... Kein Schwert oder so. Dauert 100 Jahre, die so zu töten. Okay, Matt wird wütend. Nimm dir. Du kannst sie kaputthauen. Du bist strong. Oh, Mann. Die Stimmung ist halt im Arsch, weil die einfach alle krank sind. Ich mache keinen Schaden an den. Ich brauche irgendwas dringend, irgendwas, somit ich die töten kann, Chad. Ich brauche irgendeine Waffe. Ich mache gar keinen Schaden gegen den, aber ich will meine Munition nicht verschießen. Ja, wobei... Ähm, Katz hat genug Munition. Ich lebe noch. Okay. Ich glaube, unsere Base wieder ein bisschen dreckig. Mann, ey, die Krankheiten kehren mich. Danke. Muscle Parasites und Sensory Mechanitis. Wie viele... Wie kann man denn gleichzeitig haben, Chad? Wie kann man denn so viele Krankheiten haben? Und danke für die, äh, Follows, Leute. Vielen, vielen Dank für die Follows. Wir kommen den 30.000 Follow-Way an immer näher. Krass. Okay. Ich muss auch dringend wieder weiter researchen. Ich brauche weitere Chronisten. Ähm, okay. Gegen Insekten kommen wir klar. Aber was mir Angst macht, ist alles, was jetzt von draußen kommt. Was passieren? Schlimme Dinge. Vielleicht mal eine Seuchenpumpe aufstellen? Für was? Für mich zu Hause? Ich habe heute gelernt, dass man laut Knigge nicht mehr Gesundheit sagt, weil es unhöflich ist, auch noch darauf hinzuweisen. War sehr überrascht. Ey, das ist richtig. Man sagt nicht Gesundheit, also laut Knigge sagt man nicht Gesundheit, wenn du mit mehreren Leuten in einem Raum bist, weil das Leute in Verlegenheit bringen kann. Wenn du zu zweit mit deiner Freundin, deinem Ehepartner, wem auch immer sitzt und Gesundheit sagst, ist wiederum was anderes. Aber wenn du zum Beispiel in einem Meeting sitzt, mit 20 Leuten jemanden niest, dann sagst du nicht laut Gesundheit, um nicht die Attention auf die Menschen zu lenken. Das war schon immer so. Wenn du aber mit einem Kumpel irgendwo sitzt und Bier trinkst und er niesst, dann kannst du Gesundheit sagen. Das ist immer so ein bisschen davon abhängig, vom Kontext her. Manche Leute, manche Leute wollen zum Beispiel, manche Leute wollen zum Beispiel, du sitzt auf der Arbeit in einem Meeting mit 30 Leuten und manche Leute versuchen extra leise zu niesen, weil sie nicht die Aufmerksamkeit wollen oder es ihnen unhöflich ist, dann wird er dann ganz klar gesagt, Gesundheit, Günther, durch den ganzen Raum, dann ist das, also damit hängt das zusammen so ein bisschen. Das ist einfach, ja, aber keiner wird es dir übernehmen, wenn du trotzdem Gesundheit sagst. Aber hier könnt ihr schreiben, was ihr wollt, also. So. Grüner, kleiner Finger, Revenge. Halte ich für übertrieben, es ist einfach Knigge, man muss sich auch nicht dran halten. Knigge stehen auch ganz viele andere Dinge, an die sich keiner von euch hält. Das ist einfach der Knigge, also. Ob man das jetzt, äh, ob man sich daran richten möchte oder nicht, ist ja, aber sag mal, dahingestellt. Also, also, stehen halt, also, keine Ahnung. Seit wann haltet ihr euch alle an den Knigge, Leute? Oder eh keiner. Ist ja nicht so, dass das neu ist. Da steht ja schon seit 200 Jahren drin. Und seit 200 Jahren hat sich keiner dran gehalten. Oder die wenigsten. Ich mach das immer situationsabhängig, weil ich Gesundheit sage. Und zwar, ob es halt einfach gerade passend ist, ob es für die Person passend ist, ähm, ob es der Situation passend ist und sowas. Also, du kannst ja, wenn du gerade im Meeting jemand eine Präsentation hält. Jemand hält gerade eine Präsentation, da sitzen 20 Leute, jemand niest leise, da musst du nicht die Redefluss von jemandem unterbrechen und laut Gesundheit sagen, weil dann alle anfangen Gesundheit zu sagen. Und das hängt dann ein bisschen vom Kontext ab. Aber dafür braucht man kein Knigge. So, Björn ist. Oh, fuck! Ich komm rüber. Oh, Gott, hab ich gar nicht gemerkt. Warum schwebt dein Kopf? Oh, Gott, ihr macht es schon wieder, ihr macht es schon wieder aus einem kleinen Thema, macht ihr schon wieder so ein großes Thema. Keiner zwingt euch Gesundheit zu sagen oder es nicht zu sagen. Es ist einfach nur ein Ratgeber. Macht da nicht so ein großes, äh, macht da nicht so ein großes Fass drauf. Oh, es ist schon wieder überinterpretiert Dinge, glaube ich. Es ist einfach nur, irgendjemand hat sich Benimmregeln ausgedacht und hat gedacht, dass wir ein guter Benimmregeln, that's it. So, wenn ihr wollt, haltet euch dran, wenn nicht, dann lasst es sagen, aber das muss jetzt nicht irgendwie wieder so ein großes Thema draus gemacht werden. Genau. Hallo, Mac, mit Molotov-Cocktails. Kann auch sein, Python. Aber da kann man sich das auch denken, wenn es für ein Selbst ist. Gute Nacht, schon Tonic. So, wir müssen ein bisschen fragen. Warum willst du hier ein fliegender Zombie-Kopf? Schön. Zwei fliegende, drei fliegende Zombie-Köpfe. Vier. Fünf. Ich glaube, es wird was halt, dass wir mal kurz neu starten. Es ist sowieso nicht verkehrt, mal zwischendurch mal neu zu starten. Wobei, es ist ja schon 20 nach, das ist schon 20 nach 12. Beides Weihnachten, Glühwein-Tour, das Grüße, den Isaac, danke dir für den siebten mit deinem Prime. Vielen, vielen Dank. Lieben, es ist echt langsam, die sind alle super langsam, weil die alle super krank sind. Wir machen auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich will nur kurz einmal das Spiel neu starten. Ich bin motiviert und ich habe Lust. Auf einmal mein Magen schon am Knurren ist, Chat. Aber ich habe Lust. Aber wir machen mal kurz einen Neustart von Rimworld. Und dann geht es sofort weiter. Und wo geht das weiter? Bei wem war ich noch nicht. Keine Ahnung, aber spontan. Das ist interessant, wenn ich Rimworld ausmache, seht ihr, wie das leckt? Wie meine Kamera so anfängt zu lenken. Was ist los? Ich will weiterspielen. Ich bin hyped. Wir haben den Insektenbefall hingekriegt. Und wir haben gegen Zombies schon geschafft. Oh Mann, die Zombies werden immer stärker von Jahr zu Jahr. Das ist das Gefährliche. Es wird immer schlimmer. Ich glaube, mein Rimworld reagiert nicht mehr. So, so, so. Wenn du vor Suki Schluss machst, bist du langweilig. Ne, 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 ne. Suki macht wieder 30 Stunden Stream oder so. Da habe ich keine Lust drauf. Mir reichen meine 9 Stunden Stream. Das macht doch keinen Sinn, wenn ich jetzt hier 30 Stunden streame. Wer soll das alles angucken? Nur weil ich Zeit habe, heißt es ja nicht, dass die Zuschauer Zeit haben. Das ist, äh, ich versuche so zu spielen, dass die Leute es auch halbwegs wenigstens nochmal nachholen können. Weil wenn ich jetzt hier nonstop durchsuchte, dann, da macht es ja keinen Spaß. Dann kann ja keiner dem Run folgen. Können wir den Insekten-Sound demnächst beim 10-Minuten-Stream-Start bekommen? Um Gottes Willen. Wird doch mal interessant, wenn ich irgendwann mal anfange, muss ich jetzt noch mich zu verhalten. Ja, ja, ja. Wird generell, es wird generell noch super viel spannend. In dem Run. Wir sind doch ganz am Anfang. Wir haben nicht mal Sachen erforscht. Wir haben gerade nicht mal die Möglichkeit, an Munition und Waffen zu kommen. Und wir wollen ja morgen schon wieder streamen. Suki streamt dann immer einmal 30 Stunden und dann streamt sie wieder 5 Tage nicht. Ich spiele dafür jeden Tag. Das ist halt der Unterschied. Suki macht dann halt einmal einen 36-Stunden-Stream und dann ist sie wieder 3 Tage weg. Und ich mache dann ja, ich bin dann jeden Tag 9 Stunden da. Ich glaube, das läuft sogar auch selber hinaus. Aber ich mag meinen Schedule lieber. Ich mag lieber schön abends 19 Uhr, ein paar Stündchen spielen und dann am nächsten Tag weiter. Yes. Wolltest du, du wolltest auch in den Berg ziehen, wenn du die Verschmutzung beseitigt hast? Ja, machen wir ja. Wir sind ja dabei. Also, siehst du ja. Ist ja schon viel drin. Freut mich, Kirk Age. Wir sind dabei. Insekten-Loop-Sound auf YouTube zu einschlafen. Du bist krank. Jeden Tag, wenn ich im Urlaub bist. True. Dann kommt von dir mein 24er. Irgendwann mal. Redo behauptet, er ist ein besserer Streamer als Suki. Das habe ich so nicht gesagt. Aber ja. Nein, Mann. Er hat noch nie behauptet, ey, Chat. Ihr seid so frech, ey. Schlaf-Gut-Barriere, gute Nacht. Danny, buddy, what up? Läuft gut. Wir haben gerade Insekten beseitig. Wir müssen mal putzen. Krankheit machen uns hart zu schaffen, leider. Und ich weiß auch nicht, was ich dagegen machen soll. Die Krankheit. Wir brauchen jemanden, der Sickly ist in der Kolonie, damit er das abfängt. Und die Zombies sind ja schon rübergekommen. Ich muss vorsichtig sein. Okay. Let's go. Weiter geht's. Big Deep macht noch Klamotten. Oh, der ist auch so langsam. Man guckt sich das mal an. Die sind so durch die Krankheiten geschwächt. 62% Moving. 62% Moving. 57% Moving. 93% Moving. 96%. Keiner hat 100% Moving. Ähm. Wer hat denn Clean auf 1? Ah, der Crafted gerade. Irgendjemand sollte putzen. Nimm dir sollte putzen auf 1 jetzt. Yes. Weil wir haben einiges zu putzen. Putzen, reparieren, Klamotten herstellen. Und dann werden wir nach hier oben reinziehen. Wir müssen halt diesen Bereich freiräumen. Dafür brauchen wir Holz. Holz haben wir in... Ja, wir können gleich raus Holz holen. Ich traue mich nicht, Chat. Ich gehe gleich nicht raus Holz holen. Das können wir noch nicht tun. Nicht mit der Stimmung. Wenn ich jetzt rausgehe zum Holz holen, die flippen alle aus und bleiben draußen. Und dieser eine Runde Regal ist eine Qual. Aber ja, ich wollte die generell alle in, äh, Choose Graphic das hier machen. So. Die sehen so aus. Die sehen so aus. Nein, so. Es gab Insekten. Ja. Wir hatten gerade gegen Insekten gekämpft. In unserem geilen Berg. Und wir haben gewonnen. Oh, ich mag das. Ich liebe unseren Lone Mountain. Wir sind auf dem Weg umzuziehen, Chat. Auf dem Weg. Ehe, du hast schon angefangen Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Ich warte noch auf den Verkaufsstart der Pferdetasse. Ihr macht mich fertig. Ihr macht mich fertig. Yo, Chat, wenn ihr ein Weihnachtsgeschenk sucht, äh, guck mal, das ist eine perfekte Überleitung. Äh, wenn ihr Weihnachtsgeschenke sucht, könnt ihr natürlich bei meinem Partner Holzkern nachgucken. Aber macht das bitte, also, nicht jetzt kaufen. Es kommt eine Aktion. Okay? Fest-Deck-Spoiler. Spoiler. Wenn ihr euch was bei, äh, Holzkern raus sucht, wartet ein bisschen. Vielleicht kriegt ihr es ein bisschen günstiger. Äh, bald. Okay? Okay? Mehr verrate ich erstmal noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon verraten darf. Erzählt das nicht weiter. Äh, schlaf gut, Guldi. Ähm, aber... Es wird was kommen. Okay? Dass ihr Bescheid wisst. Ihr erfahrt mehr demnächst. Wenn es eine... Eine Aktion geben wird. Äh, Food Poisoning. Dangerous Meat. Oh, scheiße. Wieso hat er das Roh gegessen? Ah, scheiße. Katze. Hä, wieso hat Katze das Roh gegessen? Hm. Auf jeden Fall wird da was, äh, passieren. Yes, yes, yes. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Aber ihr könnt euch natürlich trotzdem schon bei Holzkern umschauen. Und ihr könnt euch trotzdem die Produkte angucken. Und gucken, ob was für euch dabei ist. Euch schon mal die Sachen auschecken. Guck mal, ich kann hier nochmal Ausrufezeichen Holzkern machen. Da, da, da. Da könnt ihr draufklicken. Könnt ihr die Linken nochmal auschecken, ob ihr was für euch findet. Und vielleicht könnt ihr euch selbst was für Weihnachten gönnen. Oder für jemand anderes. Sag dir mal lieber, die sollen das bei dir so machen wie mit Stay. Der verlost jeden Monat aus Sponsorbasis eine von drei Holzkernuhren. Ey, ich hab letztens hier auch Sachen verlost. Wir haben hier letztens von Holzkern im Wert von 350 Euro verlost. Drei Gutscheine. Einer für 100, äh, einer für 200, einer für 100, einer für 50. War auch ziemlich cool. Fand ich mal mega geil. Ich find's mal voll cool, wenn ich von meinen Sponsoren irgendwas bekomme, was ich euch schenken kann. Ich verschenke voll gerne Sachen. I love it. Yes, yes, yes. Und wenn ihr den Code EDP-20 nutzt, könnt ihr nochmals 20% auf den eigentlichen Preis drauf zahlen. Scheiße. Scheiße. Nein, aber ich weiß, dass Holzkern in der Community hier sehr, sehr gut ankommt. Also, der, mein Partner, also Holzkern hat mir ja auch gesagt, so von wegen, ähm, super, 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 super gut. Die Seite gut besucht, das Interesse ist groß, also, kommt sehr gut an, die Partnerschaft. Dementsprechend haben die auch immer einige Monate verlängert. Und dafür bin ich dankbar, Chat. Denn wenn ihr mich über den Weg supportet, natürlich nur, wenn ihr was Gutes findet, worauf ihr Lust habt. Ihr sollt jetzt nicht irgendwie was kaufen, was ihr nicht tragt oder nicht benutzen wollt oder so. Aber das ist natürlich auch ein guter Weg, einfach, um mich zu supporten. Und das kommt sehr gut an, was mich sehr, sehr freut. So, noch Top-Uhren. Äh, absolute, also tolle Uhren, absolut Top-Qualität. Ich bin nur super zufrieden. Also, die Uhr trage ich weniger, muss ich sagen. Aber ich trage, ich habe zwei, ähm, Ketten, die ich super viel trage und die Holzkernuhren. Ich habe zwei, äh, Uhren, sag ich schon. Brillen. Ich habe zwei Brillen und zwei Ketten, die ich super viel trage. Dup, 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 dup. Gibt wenig Befriedigendes, wenn die Kulonisten anfangen, die Bude zu putzen. Ja, oder? Vor allem hier siehst du das an, halt sofort extrem nach so einer Insekteninfestation. Äh, wir müssen auf jeden Fall den Raum... Oh, der ist ugly. Chat, ich brauche mehr Kunst oder ich brauche mehr geglätteten Boden. Ja, Zombies sind weg, aber ich traue mich nicht raus. Ich warte noch ein bisschen. Alter, kommt da eine lange Zombie-Zeit. Junge. Ich würde gerne Holz holen, aber bei der schlechten Laune und den Krankheiten traue ich mich nicht raus. Das hört doch nicht mehr auf. Die Krankheiten hören nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Es ist so krass. Ich hatte noch nie in meinem Leben so häufig hintereinander Krankheiten. Ich verstehe nicht, wo das herrührt. Tote Tiere reinholen. Ich glaube, die meisten sind vergammelt. Ich glaube, das Essen passt sogar halbwegs. Ich kann wieder erlauben zu angeln. Oder Holz anbauen. Ja, Holz anbauen schaffe ich nicht. Das Ausbrenner-Base vorgestern war spektakulär. Die Räume mit den Hydroponics, das Lager und die Stromversorgung sind auch nice geworden. Ich freue mich schon auf den Wohnbereich hier oben. Ich mache Schluss für heute. Gute Nacht und viel Erfolg. Danke dir, Walcoil. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Wir machen auch ein halbes Stündchen. Einfach bei Holzkämpfisch. Du bekommst das Holz frei ausgeliefert. Krankheiten wegen Kontamination? Ich glaube nicht. Ich glaube, das liegt einfach hauptsächlich an Cold Borg, weil Cold Borg einfach ein Bereich ist, wo super häufig Krankheiten sind. Genauso häufig wie in den Tropen. Aber es ist trotzdem unlucky, dass das so häufig jetzt passiert ist. Es hat sich zwei, dreimal überlappt. Ich hatte sogar einmal drei Krankheiten gleichzeitig bei einem Kolonisten. Das ist halt echt nicht normal. Auch nicht im Cold Borg. Das ist schon unlucky gewesen. Aber ja, generell ist die Problematik, dass wir im Cold Borg sind und hier hast du 1,3 Krankheiten im Jahr, im Durchschnitt. Aber das gerade waren zwölf Krankheiten in einem Monat. Und du hast halt... 1,3 ist gar nicht so hoch. Im Tropical Rainforest hast du 1,7. Das ist nur 0,1 höher als im Temperate Forest. Guck mal, Average Disease im Temperate Forest ist 1,2. Im Cold Borg 1,3. Come on, das ist fast wie Temperate Forest und so viel Krankheit. Das ist wirklich unlucky. Können wir mit den Seeds-Mod auch Bonsai-Bäume anpflanzen? Das weiß ich gar nicht. Aber ich habe ja sogar die Fiberkorn. Ich könnte hier drin Fiberkorn anpflanzen und hier Holz machen. Deine Porns haben aber keinen negativen Effekt von Konzenten aufhalten. Die sind leichten Kontaminationen. Ne, ich glaube nicht. Die sind ja auch selber kaum kontaminiert. 1,5. 1,1. 1,8. Ganz, ganz, ganz low. So gut wie gar nicht. Warte mal, ich kann wieder konvertieren mit Katze. Konvertieren wir mal bitte neben dir. 20 noch. Oh mein Scheiß, die, meine Stimmung. Diese doofen Krankheiten. Aber sonst bin ich gerade nicht unzufrieden. Ich kann versuchen ein bisschen Holz anzupflanzen. Aber in der Zeit kann ich natürlich nicht... Wenn ich anpflanze, kann ich in der Zwischenzeit nicht mehr Lebensmittel besorgen. Aber es sieht besser aus. Wir haben langsam mehr Lebensmittel. Durch die Insekten haben wir vor allem noch mehr Lebensmittel. Okay, Chad, ich mache das jetzt. Ich bin jetzt rotzfrech. Ich pflanze jetzt hier einmal Fiberkorn an und mal gucken, wie da rauskommt. Oh nein, nicht die 30 anpflanzen. So, ich mache jetzt einmal Fiberkorn. Mal gucken, was da noch rauskommt. So. Oh, die Stimmung, die Stimmung, die Stimmung. Intense Pain, Baby Crying, Entombed Underground. Oh, ich hatte den Verbot rauszugehen. Ah, Entombed Underground, killt mich ein bisschen. Äh, wisst ihr, was ich da machen kann dagegen? Ich muss hier einfach mal das Roof Removen. Warum habe ich das vorher schon gemacht? Sollen wir das ganze Roof hier mal removen? Dann sollen die hier ab und zu mal rausgehen. Brauche ich hier keinen Roof vorne. Ideology Reformen können wir, glaube ich, noch gar nicht. 8 von 10. Ja, aber wenn wir auf Tunneler gehen. Tunneler ist egal, wenn sie Underground sind, oder? Ja, wir müssen auf Tunneler gehen, Chat. Wir müssen dringend auf Tunneler gehen. Wir müssen Religion Reformen und auf Tunneler gehen. Dann macht es dir nichts aus, dass sie im Berg leben. Weil ich habe die ganze Zeit minus 9, weil ich nur im Berg bin. Und das verschwindet dann für immer. Das ist schon ziemlich nice. Ja, wir müssen Tunneler werden. Ja, wir lieben den Berg. Der heilige Berg. Der uns beschützen wird. Vor den Zombies. Und den Mörser einschlägen. Yes, wir beten den heiligen Berg an. Und ab und zu fahren wir mit Autos raus. Damit wir bloß nicht draußen sein müssen. Wir halten uns nur im Berg oder in Autos auf. Draußen rumlaufen ist gefährlich. Genau. Yes, das gefällt mir gut. Das machen wir so. Wir müssen auf Tunneler. Ich glaube, wenn wir ja neben dir überzeugt haben, können wir sogar schon auf Tunneler gehen. Ich könnte vielleicht ein Leader Speech machen sogar mit Matt. Vielleicht mache ich das gleich sogar. Und da muss auch noch ein paar Leute tenten. Oh, Matt, bitte nicht flippen. Intense Pain, 15 nicht. Was soll ich denn dagegen tun? Aber ich probiere es mal. Machen wir mal Leader Change. Äh, Leader Speech. Also Leader Change. Bitte, bitte lass es gut sein. Und flipp nicht währenddessen. Lass es einfach encouraging Leader Speech sein. Und gib uns ein paar Pluspunkte. Please. Bäm. Oh, encouraging Leader Speech. Let's go. Und mir fehlt nur noch ein Punkt für Religion. Reformierung. Und, äh, encouraging gibt wie viel? Encouraging gibt uns nochmal Plus 5 für 8 Tage. Nice. Okay. Ja, das Babygeschrei mitten im Raum. Ich hätte das Baby vielleicht irgendwo anders hinpacken sollen. Nice. Nice. Tiduin, danke dir für die 20. Hallo, hallo. So, Matt, genau. Geh raus ans Teleskop. Das ist gut. Weil wenn du am Teleskop bist, geht Intubed Underground weg. So, nimm dir. Kann von mir aus wieder fischen statt putzen. Und wenn dir langweilig ist, erlaube ich dir noch wieder ein bisschen zu glätten. Können die auf geglättetem Boden schneller laufen? Ja. Okay. Vielleicht sollte ich dann lieber den Boden glätten, der zu den Sachen hinführt. Wenn ich schneller laufen kann. Okay, jetzt ja, da love it. Genau, das sind unsere Minen von Edoferia. Moria. Moria. Irgendwie was in die Richtung. Warte mal, habe ich den Zombie gehört? Okay, mach das Dach hier draußen weg. Ups, das Dach stört da draußen nämlich nicht. Und wenn das Dach hier draußen weg ist, kommen wir an Hammer Sonnenlicht. Und dann sind die nicht so gestresst am Anfang. Aber unten ein Schlafraum für Katze und das Baby. Die kriegen gleich hier oben den Schlafraum. Da mache ich gleich ein paar einzelne Schlafräume rein. Da, da, dumm, 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 dumm. Ah, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it. Gut, ich brauche weitere Kolonisten. Ich glaube, der beste Weg, an einen Kolonisten ranzukommen, ist es, Kinder zu bekommen. Problem ist, wir haben nur einen einzigen weiblichen Kolonisten. Wir brauchen weibliche Kolonisten. Was ist das hier für ein Kress gewesen? Üh. Machen wir nicht. Okay, Zombies kommen jetzt gleich. Vielleicht schaffe ich in der nächsten Fuhre an Dings zu kommen, Chat. An Holz. In der nächsten freien Zombie-Zeit. Zwischen drei und vier. Da kommen wir, da besorgen wir Holz und dann versuchen wir den Raum auszubrennen. Und dann ziehen wir auch mit dem Kühlschrank um. Und dann ziehen wir mit allem um. Und dann können wir hier leben und das wird nur noch ein Verteidigungsbereich werden. Mit vielen verschiedenen Embraces über mehrere verschiedene Walls. Ich hoffe, dass ich das dadurch verteidigt bekomme. Was ich, bevor ich als Schiss habe, ist Mechanoiden. Vor allem Raupen. Koloniert von 50.000. Muss gucken, dass ich die noch weiterhin halbwegs low halte. Strom sollte passen. Wer macht bei mir denn gerade Maintenance? Das macht eigentlich nur Matt. Vielleicht sollte ich noch jemand anderes auf Maintenance setzen. Vielleicht ist es immer Katze auf Maintenance, weil die Generatoren sollten schon immer befüllt sein. Werde zu einer Frau. Schlappen. Geht klar. Wenn du Kinder gebärst, wirst du aufgenommen. Wir brauchen Kinder. Wenn du im Berg lebst und drumherum sind alles von mir Zombies, ist es unfassbar schwer, an einen Kolonisten ranzukommen. Das leichteste ist, einfach wirklich Kinder zu kriegen. Aber besser für die Laune. Naja, gerade ist es sogar okay von der Laune her. Wie weit noch, bis ich die Krankheiten weg habe? 118 von 300. Das dauert halt echt lange. Der hat 271. Okay, Big Deep wird gleich wenigstens gesund. Katze. Ja, wissen wir nicht. Bei den anderen dauert es länger, okay. Ich mache gefühlt alles in der Basis. Eigentlich machst du am allerwenigsten. Du kannst ab und zu ein bisschen bauen und das war's. Am meisten macht Limes, wenn er mal wach ist. Er macht Construction und Mining. Ähm, was ist mit Klamotten gewesen? Ich habe immer noch tattered the peril. Warum? Du hast diesen doofen Hut, der komplett irrelevant ist. Und der macht dir schlechte Laune. Dann zieh ihn einfach nicht an. Lass das Zeug hier vergammeln. Es ist unroofed, das vergammelt. Das ist auch gut so. Nicht schon vorher machen soll, ich Idiot. Wer hat noch schlechte Laune wegen irgendwas tattered mäßigem? Du. Auch ein doofer Hut. Bring ihn weg. Drop. Okay. Wer hat noch tattered Sachen? Matt. Ne, Limes. Mit seinem Cowboy-Hut. Schmeiß auch den weg. Hose kann ich leider keine bessere machen. So. Hosen brauchen wir. Wir machen jetzt noch Hosen. Macht er jetzt noch... Ja, jetzt macht er gerade Hosen. Einer ist gerade fertig geworden. So, zieht euch mal Hosen an. Perfekt. Hüter sind mir egal. Rüstung können wir noch keine machen. Rüstungshosen. Deswegen kriegen die normale Hosen. Helme können wir auch noch keine machen. Aber es passt schon. Der Kollege angelt gerade auch 62 Zombies. Muss vorsichtig sein, dass ich hier nicht spawnen. Sonst wird er mir gefressen. Hüter sind. Hüter sind. Sengu of H. Wie könnte Vampir werden? Aber ich glaube, das mache ich nicht. Ich glaube, Vampir werden wir nicht. Weil wenn Matt aus dem Vampir ausflippt, dann habe ich nur Probleme. Wir hatten das letzte Mal schon so krass. Ich weiß nicht, ob ich Vampir sein will. Vampir mit Combat Extended zusammen ist ganz schöner Pain. Weil er allen die Köpfe abhackt, wenn er ausflippt. Und er flippt gerade sehr häufig aus. Ich glaube, Vampir würde mich eher den Run kosten. Deswegen darf es lieber sein. Weil als Vampir ist er so stark und stirbt nicht. Und wenn er einmal ausflippt, kriegt er nie wieder down. Er tötet alle Kolonisten, läuft raus. Und stirbt dann draußen irgendwo. Das lassen wir lieber sein. Das ist mir zu gefährlich, Chat. Wir haben Gott sei Dank recht viel Kacke. Das freut mich, dass er nicht abgefackelt ist. Wir haben 4000 Kacke. Das willst du doch. Nee, das will ich nicht. Run ist schon herausfordernd genug. Das macht so schon mehr als genug Laune. Da brauche ich nicht noch das. Das ist schon okay, so wie es ist. Der Raum müsste hier beautiful sein. Nice. Der ist jetzt neutral. Das wird besser. Wenn die Klamotten fertig sind, erlaube ich dem auch mal wieder ein, zwei Statuen zu machen. Aktuell nur aus Stoneblöcken. Das ist in Ordnung. Aus Marmor. Kannst du mit Vampir werden? Nee, nee, nee. Das ist schon okay. Vielleicht später im Laufe des Runs, wenn wir alles nur Kontrolle haben. Jetzt wird Blut absaugen und so. Das wäre alles zu krass. Vielleicht können wir später nochmal es probieren. Aber jetzt würde uns das den Run killen. Wenn wir jetzt zum Papier gehen würden. Wenn wir irgendwann mal eine gute Stimmung haben und alles halbwegs läuft, dann können wir es probieren. Jetzt würden wir es glaube ich nicht. Wir würden wahrscheinlich sterben. Uran ist vom Himmel gefallen. Nun, gut. Hört sich nicht so gut an. Und dann wieder zum Vampirzombie. Genau. Also das geht alles draußen kaputt. Der Vampirzombie. 52.000 Kolonie wert. Ich würde gerne die Raub und sowas einschmelzen. Okay, noch so drei Tage. Dann holen wir Holz und dann versuche ich den Bereich hier freizulegen. Machen wir das mit Limes. Limes hat gute Stimmung. Ich glaube, Limes ist wieder gesund. Nice. Limes ist wieder gesund. Perfekt. Um Passte, Malus wegzukriegen, müssen wir eigentlich in Transhumanist gehen. Vielleicht können wir Tunnelat, Transhumanist machen. Auch mal sehr viel Strom für. Das ist was sehr schweres, den Berg zusammenzubekommen. Wobei. Vergesst eins nicht, Chat. Über kurz oder lang werden wir einen Nuklear Power Plant bauen. Wir werden über kurz oder lang uns mit einem Atomkraftwerk im Berg über Wasser halten. Aber es dauert noch ein bisschen, bis das passiert. Du weißt, dass die gute Medizin verwendet wird? Ja, aber nicht bei allen. Nur bei Big Deep und Limes. Bei Big Deep brauche ich die vielleicht jetzt. Brauche ich noch, damit er die Scheiße wegbekommt. Und bei Limes habe ich sie bis eben gerade gebraucht. Also ist okay. Ich wollte, weil das war eine Krankheit, die mit 10 Quality zusammenhängt. Die geht weg, wenn du 300 10 Quality erreichst. Und mit der anderen Medizin. Ich habe keine andere. Sondern nur ohne Medizin. Und ohne Medizin würde ich das niemals weggehen. Rooney, hallo, hallo. Der Vampir eben, der vorher Angst hatte. Ja, true. So, und dann ist gleich Big Deep auch wieder fit. Und dann verschoben ich bitte ein bisschen von den Krankheiten. Okay, okay, okay. Aber ich glaube, ich fange dann schon an zu buddeln. Und lege dann schon mal den Bereich frei. Dann probieren wir das mit der Abluft nach innen rein. So. 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 Vielleicht noch nicht den. Und den noch nicht. Und die noch nicht. Und wenn ich das so mache. Dann passt das. Gehen wir schon mal rein? Wir gehen rein. Yolo. Wie lange geht das Stream heute? Gar nicht mehr so lange. Noch 20 Minuten oder sowas. Aber, oh, der ist einfach viel zu schnell. Okay, hier ist halt natürlich hundertprozentig Kontamination. Zieht durch. Und jetzt direkt den Mais in die Hand genommen. Äh, den Reis. Wir machen auch so 20 Minuten. Aber morgen Abend geht es ja wieder weiter mit Rimworld. Sonntag geht es weiter mit Rimworld. Und, ähm, ja. Nächste Woche gefühlt auch jeden Tag. Aber nicht nur Rimworld. Nächste Woche dann wieder Prodigy Somboid. 2, 3 Tage Prodigy Somboid. 2, 3 Tage Rimworld. Okay, warte mal. Ich will aber auch die Steine dann wenigstens wegbekommen, die er da macht. Stone Cutter Stable. Denk an die Extrawände im neuen Raum. Äh. Was meinst du mit Extrawände? Ach so, ja. Scheiße, du hast recht. An die habe ich nicht gedacht. Wait. An die habe ich, glaube ich, echt nicht gedacht. Das heißt, ich müsste eigentlich so buddeln. Und dann da Wände reinsetzen. Und das ausbrennen. Okay. Weißt du schon, an welchem Tag du bei der Bonjo Land sein wirst? Äh, ich weiß es. Aber ich weiß nicht, ob Bonjo da schon gesagt hat. Deswegen enthalte ich mich kurz. Ähm, ich warte, bis Bonjo den Plan released. Also ich weiß, an welchen Tagen ich da bin. Aber ich weiß nicht, ob das schon, sag ich mal, spruchreif ist. Deswegen, ähm, sag ich erstmal nichts zu. Ich warte, bis die dann ihren Schedule veröffentlicht haben. Nicht, dass ich da irgendwie vorgreife oder sowas. Also sorry. Soll jetzt nicht... Fuck! Soll jetzt nicht doof klingen oder sowas? Aber ich will einfach nicht vorgreifen. Wenn, äh, vielleicht haben die sich da was gedacht bei und sowas. Äh, deswegen möchte ich irgendwie nicht jetzt spoilern oder so. Okay, die kommen immer rüber, aber es werden zu viele. Es sind schon wieder 115. Okay. Bleiben wir hier drin. Ich sollte mal die Waffen auch wegpacken, nach dem Kampf. Nicht, dass sie sich mit Waffen prügeln. Okay, das ist ganz schön aufregend, Chat. Schedule. Okay. Ist das Stück Berg neben der Tür auch durch Wände ersetzen? Das Stück Berg neben der Tür. Eigentlich ja. Du hast recht. Mach mal so. Und dann brennen wir es aus. Ach, stimmt. Easy-weezy. Das war vielleicht ein kleiner Mini-League sogar. Hm. Nicht ganz so ein Recht. Vielleicht weiß ich einfach gar nichts. Kommen wir zu Player. Ähm, mit dem reden wir auf jeden Fall. Oh, die Stimmung wird langsam besser. Okay. Was können wir kaufen? Medizin hätten die dabei. Komponenten haben die. Ich würde gerne die Reinforced Battles verkaufen. Ich meine, ich bin ganz schön pleite. Ich weiß nicht, was ich kaufen soll, Chat. Ich, ähm... Table-Strength Seeds kann ich eh nicht, äh, anpflanzen. Psy-Trainer, World of Serenity. Ich habe eh keinen Psy-Caster, verkaufe ich. Ich glaube, ich kann das Gold verkaufen. Hier draußen noch Gold rumliegen. Und was soll ich davon kaufen? Medizin? Ich glaube, ich kaufe die 31 Medizin. So oft wie ich krank bin, kaufe ich einfach die Medizin. Was denkt ihr? Dann wandle ich Kolonie mit der Medizin um. Ich glaube, Medizin ist der richtige Call. Wir sind so oft krank. Ja, ich kaufe die Medizin. Medizin ist safe der richtige Call. Und wir können ja gleich sterben jetzt noch die Zombies. Alter. Was ist denn für ein Zombie da unten? So, die Mess. Geh ich mit dir mal raus. Ja, wobei, es kann auch neben dir übernehmen. Wie sieht es eigentlich mit der Dreamhack in Hannover Dezember aus? Schaut ihr will mit mehreren aus der Community hin? Äh, ich würde hinfahren, glaube ich sogar. Ich glaube, ich fahre zur Dreamhack. Flaxi, Schatzi, was geht ab? Ich glaube, ich wollte zur Dreamhack hinfahren. Ich meine, das ist Hannover. Ich weiß nicht, ob ich da großartig viel Action mache, ob ich viel Spiel aus, aber ich würde zumindest Hallo sagen. Also ich habe jetzt, ich würde ja, also wenn ich, wenn ich, wenn ich fit bin und so, äh, komme ich vorbei, ja. Okay, hier ist gerade jemand abgestürzt. Wer weiß, wenn er gut ist. Also Dreamhack will ich, will ich hinfahren. Ich will es mir mal angucken. Aber ich glaube, ich habe jetzt keine großen Pläne oder sowas, wo ich jetzt arbeiten muss oder so. Ich würde einfach so hinfahren, gucken, wer da ist, mit ein paar Leuten quatschen, irgendwie vielleicht ein Bierchen trinken oder sowas. Also so ganz privat, sage ich jetzt mal, würde ich da wahrscheinlich hinfahren. Ich habe jetzt nämlich nichts geplant oder so, aber ich würde es gerne hin. Dann ist die nochmal. Dreamhack Hannover. Wer sagt, das ist hier bei mir um die Ecke, deswegen wäre du doof, da nicht hinzufahren. 14. Dezember ist die. Okay. Ist jemand von euch am Start? Wenn ja, dann treffen wir uns da. Ja, cool. Äh, so, wen haben wir denn hier? Die sind mit uns befreundet. Oh, scheiße. Oh mein Gott, Chad. Matt, soll ich mich, soll ich mich mit denen verfeinden, dafür, dass ich die gefangen nehme? Cordelia Dermann. Female 23. Female 23 ist schon mal richtig. Nice Baseliner. Es kann sein, dass Matt oder so zum Beispiel sie heiraten kann. Matt ist 25 zum Beispiel. Und sie hat Medizin und Intellekt und kann forschen die ganze Zeit. Oh, ich bin überlegen, ob ich sie gefangen nehme und dass wir mit denen dann vergreifen. Das sind die einzigen Freunde, die wir noch haben. Was denkt ihr? Ey, ganz ehrlich, ich glaube, das ist zu relevant. Ich glaube, die ist zu gut als Charakter, um darauf zu verzichten, wenn ich ehrlich bin. Wir haben einen Researcher und einen Arzt. Red, wenn sie geht, gefangen nehmen. Die wird immer gehen, weil sie einen anderen Kolonieren gehört. Ich glaube, das ist zu gut. Ich glaube, ich kann das nicht. Ich glaube, es ist sie nicht zu nehmen. Das glaube ich echt dumm. Also seriously, ich glaube, es ist wirklich dumm. Einfach zu strong als Charakter. Ich weiß, sie werden mich dann hassen, aber ich nehme sie jetzt gefangen. Äh, wo ist die restliche Medizin? Da. Nehme ich gefangen. Einfach zu gut als Charakter. Kann ich nicht, kann ich nicht nicht nehmen. Kannst du dir so ein Luxus in deinen Zellen wirklich leisten? Na, hey, klar. Mal, wie gut es uns geht hier schon langsam. Food bin, Schmett. Ist okay. Wir haben sogar ein bisschen was zu essen. So, die hassen uns jetzt. Das tut mir leid. Ähm. Wer geht es bei uns eh besser? Reduce Resistance. So, die wird nicht sterben. Ich habe leider keinen anderen Arzt außer Med. Gold reinholen für den Notfall. Ja. Wir können auch Gold reinholen. Wir können auch den Hulk Body reinholen und das verkaufen. Ich wollte gerade das Kind losschicken. Okay, Big Deep ist unfassbar langsam. Dann hol du mal lieber das hier. Äh, Zombies kommen. Schon gleich. Okay, du bleibst drin. Du hast zu schlechte Laune. Ja, hier liegt noch ein einziges Gold. Ein Goldbarren. Für einen einzigen Goldbarren, dann bewege ich mich nicht raus. Okay. Okay, reicht. Oh, scheiße. Holz habe ich schon wieder vergessen. Zombies kommen. Aber es sind nur kurz. Es sind nur wenige Zombies. Jetzt kommen. Wer den Goldbarren nicht ehrt. Yes. Der ist das Plastal nicht wert. Oh, eine Belagerung. Na, viel Spaß beim Belagern. I don't give a shit. Außer, die greifen mich an. Junge, die haben ganz schön krasse Knarren, ey. Scheiße, ich glaube, die greifen mich gleich an. Und die Zombies sterben gleich. Oh Gott, sind die infiziert? Nein. Okay. So, Matt, komm mal klar. Geht mal nicht mehr raus. Bleibt mal hier. Wobei, das könnt ihr noch mal machen hier. Oh, eine Belagerung nervt. Also, generell nervt eine Belagerung nicht, weil wir im Berg sind. Das kann nicht viel kaputt gehen. Was mich ein bisschen nervt, ist gerade die Tatsache, dass wenn die gleich angreifen, habe ich ein Problem. Und es gibt halt echt nur vier Zombies gerade. Ich hoffe, es werden noch ein paar mehr Zombies. Fünf Zombies haben keine Chance gegen die. Belagern können sie von mir aus. So viel sie wollen. I don't care. Was ich machen sollte, wäre vielleicht aber das Teleskop reinzubringen. Ich werde mal später wieder aufstellen. Okay. Weil durch den Berg kommen sie halt nicht. Hört ihr das? Plupp, macht es dann. Einfach plupp. Aber dieser Bereich ist einfach komplett kontaminiert. Und da seht ihr schon, wie der die Scheiße da raus trägt. Der hat auch schon 21 Kontaminationen. Zehn Zombies. Oh Gott. Brennt mein Wasser? Ja, mein Wasser verbrennt. Scheiße. Aber es ist nicht schlimm. Weißt du was? Mittlerweile ist die Kontaminationen. Nee, noch nicht. Wollten wir nochmal rausfinden mit jemandem in den Gefangenen nehmen. Haben es jetzt noch nicht gemacht. Wir wissen immer noch nicht, was es tut. Ich hatte immer Angst davor. Wir haben 20 Twinkies dabei. Irgendwo, die ballern aber hart raus, ey. Alter, wir haben einfach hier reingeschossen. Einfach alles verpufft im Wasser. Okay. Mann, ich will jetzt endlich in den Berg rein. Ich muss den Bereich hier fertig gecleanen bekommen. Alter, das ist schon mal nice durch die Außenwand. Das heißt, ich muss eigentlich hier nur, damit das nicht zu heiß wird, vielleicht eine doppelte Außenwand ziehen. In L.A. Zahlen die für so eine Wassershow, ey. True. Yo, mein Chat, glaubt ihr, es wird zu heiß durch eine Wand? Ich weiß nicht, wie heißt es durch eine Wand hier? Ich bin ein bisschen schiss, dass es zu heiß wird. Ich glaube, ich baue mehr Wände. Gut, Binge, Big Deep. Das sind nur temporäre Doppelwände. Das zählt nicht, Chat. Das ist was anderes. Was kommt denn schon mit Giftgasgranaten? Yo. Die schlagen so richtig ein. Guck mal, wie das aussieht. Aber ich wusste gar nicht, dass sie da so richtig in der Erde stecken. Das ist ja krass. Da kommt Giftgas raus. Junge, was wollen die mich hier so verseuchen? So, weiß ich gar nicht. Ani! Ani, danke für dein Raid. Hallo, hallo. Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream. Ich hoffe, es geht dir gut. Aber die schlafen ja schon zur Hälfte. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Stream. Schön, dass ihr da seid. Wir versuchen gerade unsere schöne Base hier aufzubauen. Aber... Wir werden gerade mit Giftgasgranaten beschossen. Mann, ey. Und die beiden sind Zombies. Außer bei denen. Was ist denn hier los? Junge, habt ihr gehört, wie die hier durchladen? Oh, okay. Jetzt haben sie getroffen. Ist das schlimm? Will ich löschen gehen? Ach, komm. Geht mal löschen. Fuck. Okay, geh wieder rein. Oh, fuck. Hä? Haben die gerade mit Löschschaum hinterher geschossen? Wollen die mich treuen? Haben die... Ich bin voll in Löschschaum. Seht ihr das? Der ist voll damit. Der wurde voll erwischt beim Reinlaufen. Haben die gerade wirklich... Haben die gerade... Haben die gerade auf mich geschossen? Mit Feuer, um dann mit Löschschaum hinterher zu schießen? Sind die ein bisschen dumm? Oh, fuck. Die haben mich eingeschäumt. Okay. Wait. Oder ist das weiße, klebrige Zeug kein Löschschaum, womit sie mich gerade beschießen? Vielleicht wollen sie mich auch befruchten. Und wussten nicht, dass unsere Kolonie hauptsächlich aus Männern besteht. Das ist eine Samenbank überfallen, ja. Das sind Silikon. Die bauen dich ein und das stickt nicht da drin. Oh Gott. Jetzt brennt es wieder. They are on fire. Das sind leider wenig Zombies und gleich sind die Zombies komplett weg. Und wenn sie dann kommen, habe ich ein Problem, weil die haben echt bessere Waffen als ich. Ähm... Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Das war, dass ich hier oben keine Komponenten gefunden habe. Oh ja, die Wette ist durch. Überlebt, äh... Überlebt damit und der Run bis 1 Uhr. Yes, Glückwunsch an alle. Belieber. Belieber, lieber, lieber. Santa Cloud, hallo, hallo. Okay, oh, ich habe so Bock, wenn wir diesen Bereich gleich gebaut haben. Es wird so geil aussehen, alles. Aber, warte mal, wir sterben wahrscheinlich vorher. Nimm dir. Wie weit warst du in der Religion? Nicht mehr so weit. Katze, kannst du mal nimm dir nochmal versuchen, jetzt komplett final zu konvertieren? Das wäre nice. Uh! Älter. Okay, das ist richtig wichtig. Wir haben jetzt alle auf unsere Religion. Alle konvertiert. Und dadurch haben wir die Reformationspunkte gekriegt. Und wir können jetzt unsere Religion reformieren. Und wir könnten jetzt auf Tunneler gehen. Und Tunneler ermöglichen uns, Small Spaces sind uns egal. Wir können besser minen. Wir können Pilze anpflanzen. Und wir lieben es im Untergrund zu sein. Und wollen nicht raus in die Sonne. Wir werden alle Undergrounder. Alter, das ist nice. Aber das überlegen wir uns nächstes Mal, was genau wir da alles brauchen. Wir haben einfach eine Million Granaten. Ich weiß ja nicht, wie ich den Raid abwähren soll, wenn die jetzt kommen. Kann Big Deep jetzt eigentlich mal Munition tragen? Immer noch nicht. Diese scheiß Krankheit killt ihn einfach so hart. Ich glaube vor allem seine Weste wiegt halt mega viel. Ja, die Weste ist eher das Problem. Hol dir mal die Munition. Ich laufe gut, gut zu Gute Nacht. Wie viel Munition hast du dir geholt? Lad mal durch. Scheiß auf die Rüstung. Die wiegt zu viel. Mit Kontamination aus? Äh, gut. Gut, haben wir unter Kontrolle. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Mich hier oben werden wir ausbrennen. Aber sonst sieht das ganz gut aus. Schlaf gut, Ani. Danke nochmal für deinen Raid. Deine wunderschöne gute Nacht. Den Gefangenen nicht vergessen. Ja, um den soll sich eigentlich gekümmert werden. Aber ich weiß nicht, warum der nicht getendet wurde. Der Thunfisch. Okay. Oh mein, Alter. Die Baller haben mich mal richtig zu. Jungs, stell dir vor, wer wird nicht im Berg leben. Das ist insane. Mit Combat Extended sind die Mörser so stark. Das wäre insane. Das ist das einzige, was uns rettet, dass wir einfach im Berg sind. Die bomben uns aber sowas von zu. Non-stop. Das ist auch kein Gefängnis hier. Thunfisch, der Arme. Der hängt einfach in so einem. Genau, Zwischenwand fest. Schlaf gut, Greeny. Gute Nacht. Billy. Hast du Warden? Vergess ein, stell nein. Warden steht bei Katze. Auf eins. Okay, die ballern hier non-stop. Der Raum ist gleich freigelegt. Irgendjemand muss mal anfangen, Steine zu machen. Ähm. Mach das da vorne. Und dropp die Steine. Fabi, was geht? Hallo, hallo. Ähm. Drop on the floor, machen wir so. Wie kannst du die reingetragenen Kontaminationen wegkriegen? Kannst du nicht deine gesamte Base on Fire setzen? Äh, die reingetragenen ist nicht so schlimm. Das ist immer ganz wenig. Und das geht, glaube ich, zum Teil von alleine weg. Problematisch, äh, sind die großen, 100%igen Kontaminationen. Die Kleinen haben, haben bisher halbwegs unter Kontrolle gekriegt. Das geht auch wieder weg. Wenn du lange da keine Kontamination hattest. Das kriegen wir schon hin. Wir müssen nur den Bereich jetzt einmal hier ausbrennen. Dafür brauchen wir jetzt dringend Holz. Gibt das irgendwas, was ich aus Stahl bauen kann, was brennt? Jetlag und Kulturschock wieder im normalen Bereich. Äh, Jetlag noch nicht so. Kulturschock war gar nicht so extrem. Jetlag, was ist mit Barrikaden aus Eisen? Wie teuer sind die? Ach, schon teuer. Ich hoffe, dass zwei reicht. Ich hoffe, dass es funktioniert so. Und wenn ich das dann so anzünde. Langsam nerven, nämlich. Hauen die irgendwann mal wieder ab? Gehen nicht das Essen alle? Was mit Teppich? Was ist mit Teppich? Ich habe leider kein Teppich erforscht. Aber Teppich wäre gar nicht keine schlechte Idee. Kann die Kacke brennen? Ja, aber die kann ich nicht auf einzelne splitten. Ich habe halt gar kein Holz. Ich habe null Holz. Wirklich null. Ah, Zerf, danke dir für die 17. Hallo, hallo. An diesem Dude, der Rimworld spielt. Right. Ich würde da gerne rausgehen und ein bisschen Holz holen. Aber es ist draußen gerade ein bisschen ungemütlich. Was gut ist, bald kommen wieder neue Zombies. Und dann fühle ich mich wieder wohl. Aber die Zombies beschützen mich dann. Nächste Nacht kommen sie. Und dann bleiben sie auch für acht Tage. Ich muss warten, bis ich Holz holen kann. Warum baut eigentlich keiner? Junge, will die mich zuballern? Fakke fassen um, Kipps. Verteilst das dann? Ich glaube nicht. Oh, Katze. Ja, genau. Das Baby schreit. Hör auf zu schießen. Katze, was hast du vor? Okay. Okay. Komm auf keine dummen Ideen, Katze. Bestimmt, Steine liegen draußen. Ist das alles Granit? Nee, Marmor. Jetzt haben wir Steine. Das passt. Leo Pixels, danke dir für den vierten. What up? Vielen, vielen Dank für den Zap. Danke für den Support. Okay, die ersten Zombies kommen. Oh, sie greift mich jetzt an. Okay, sie kommen. Sie greift mich an. Das sind aber nur acht Zombies. Okay, scheiße. Sie kommen. Ist das Spiel dieselben Mods wie du? Ja, ist noch nice. Das sind noch gute Mods. Ha! Äh, Chat, da sind nur acht Zombies und die greifen mich an. Ich weiß, was ich machen soll. Fuck! Aber ja, die kämpfen, glaube ich, erst gegen alle Zombies. Das heißt, wir sollten eigentlich safe sein. Weil Zombies sind für die nächsten Tage da. Ich glaube, wir sollten safe sein. Und vor allem werfen die, glaube ich, selbst mit Granaten ab. Ha! 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 Oh, Sirius, ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Oh, nice. Das ist gut. Oh, ich hätte gerne deren Waffen. Gern deren Sniper. Ähm, okay, es kommen gleich keine neuen Zombies. Das könnte gefährlich für uns werden. Aber Gott sei Dank, passen sie schon gestorben. Gibt es irgendwas, was wir brauchen? Oh, ich glaube, wegen dem Zeug brauche ich da nicht hin. Hast du gleich eine Haufen starker Zombies auf der Map? Ja! Für einen längeren Zeitraum. Ich sollte vorsichtig sein. Komm, wirft nochmal eine Granate auf euch. Ja, tun sie jetzt nicht mehr. Noch elf Zombies. Ich muss vor... Oh mein Gott. Das ist gerade echt nicht ungefährlich. Wenn sie die restlichen zehn töten, greifen die mich an. Oh nein, warte, wenn ich jetzt... Skin-Zombie. Blutet irgendjemand von denen? Der blutet und stirbt. Okay, es muss Nacht werden. Ich glaube, die schaffen alle Zombies zu töten. Was für mich sehr, sehr gefährlich ist. Scheiße! Nur noch vier Zombies. Da kommen sie auf mich. Oh, sie hauen ab. Given up in the living. Okay, es war denen noch zu viel. Oh Gott, das war schon wieder haarscharf. Okay. Okay, 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 okay. Es sind nur noch zwei Zombies. Ich könnte überlegen, jetzt Holz zu holen. Ich könnte überlegen, jetzt kurz Holz zu holen. Stimmt, die hat auch keine Munition mehr. Die Bäume sind noch gar nicht gewachsen, Chad. Ich kann auch gar kein Holz hier holen. Wo sind denn die Zombies? Da ganz hinten. Okay, ich probiere es. Ich probiere jetzt mal Holz zu holen. Hier, mach die Wand weg. Geht mal bitte alle in die Home Area, außer Matt. Da unten, als sie sich selbst weggebombt haben, haben sie, glaube ich, nur ein bisschen Waffe und Munition, aber nicht gut ist. Merabus, hallo. Danke für den Raid, Leute. Merabus, danke für den Raid. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, hier liegt noch einer. Ein Gedaunter mit 15 Granaten. Oh, scheiße, ich muss aufpassen. Die werden gleich zu Special Zombies. Dann wird es gefährlich. Die wurden auch alle gebissen. Ja, ich sollte doch nicht rausgehen. Das ist zu gefährlich. Die werden jetzt alle gefährliche Special Zombies. Ne, ne, ne. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Das ist zu gefährlich. Das lassen wir sein. Junge, wo kommst du her? Fuck. Naja, ne, 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 ne. Sollten wir nicht machen. Okay. Bleiben hier. Mann, scheiße, ich muss das aber anzünden, wenn ich die ganzen Scheiße da reinschmeiße. Ne, ich muss einfach Holz machen. Gehen wir hin. Chat! Ich muss mich lösen. Ich muss mich jetzt. Wir lösen uns jetzt. Wir haben jetzt neun Stunden gestreamt. Wir müssen uns jetzt lösen. Und wir müssen morgen weitermachen. Ich muss jetzt Feier machen. Fällt mir schwer. Aber ich muss Feier machen. Das reicht. Wir machen morgen weiter. Wir sind Tag 194. Und wir haben es halbwegs geschafft, in den Berg zu ziehen heute. Wir haben die wichtigen Bereiche erschlossen. Wir haben Lebensmittel, die wir selbst anpflanzen. Wir haben hier unten unser Lager. Wir haben hier unser Kraftwerk im Berg. Und morgen wird es richtig spannend. Denn morgen werden wir hier unseren Kühlschrank errichten. Und dahin komplett reinziehen. Und hier wohnen. Und dann kommt hier die große Defense rein. Oh, das wird richtig nice. Da freue ich mich richtig drauf. Da freue ich mich richtig drauf. Aber wir machen jetzt erstmal Feierabend. Weil das ist schon wieder Viertel nach eins. Es wird spät. Und wir wollen nicht übertreiben. Denn wir sind morgen Abend hier wieder mit Rimworld da. So, wir werden aber jetzt noch irgendjemanden raiden. Noch ganz kurz Rucksack gucken. Auf gar keinen Fall. Dann komme ich niemals ins Bett. Nein, ich will versuchen, ein bisschen meinen Schlafrhythmus zu fixen. Ich bin halt noch null müde. Ich werde jetzt eine Kleinigkeit futtern. Werde eine Runde chillen. Vielleicht mache ich eine Runde Rucksack beim Essen. Und dann werde ich schlafen probieren. Weil ich morgen noch einiges erledigen muss. Und dann werde ich noch einiges erledigen muss.